Captain of Industry, wie ich gerade so schön gehört habe, den Witz Hauptmann der Industrie, das sind wir jetzt in dem Fall. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ein Spiel für das Format unter dem Radar. Denn dieses, ich würde schon sagen Hobbyprojekt von zwei Entwicklern, hat unfassbar gute Rezensionen und wurde mir von euch mehrfach empfohlen. Mehrfach. Und ich habe reingespielt und ich kann euch eine Sache sagen, normalerweise gehe ich ja immer vorbereitet in die Spielereien, die wir so haben. Aber bei diesem Spiel habe ich es nicht geschafft. Und zwar nicht aus zeitlichen Gründen, sondern wirklich aufgrund der Komplexität, die hier hinter steckt. Das Ganze ist ein bisschen wie ein Anno, aber mit Endzone Stimmung, also Endzone World Apart, das Spiel. Oder New Cycle, wenn man es jetzt so aktuell haben möchte. Und Faktorio, allerdings Faktorio für Strategiefans. Denn hier drin steuern wir nicht einzelne Püppchen und rennen irgendwo hin und her, sondern wir steuern wirklich eine riesengroße Logistikflotte, um die wir uns kümmern müssen. Das Spiel ist ein Indie-Projekt, das auch wirklich im Early Access momentan ist und auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, in der Entwicklung ist und nochmal zwei, drei Jahre weitere Entwicklungen benötigt. Update 2 soll wohl demnächst rauskommen, habe ich hier im Chat gerade gehört. Aber sie wollen halt damit ihr Projekt finanzieren. Wie gesagt, zwei Entwickler, die es auch selber publishen noch im selben Atemzug. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum ihr noch nichts davon gehört habt. Weil ein Publisher übernimmt neben Lokalisierung und ganz viel Geld nochmal aus dem Spiel hoffentlich herauszuholen, auch das Marketing beispielsweise. Und ja, zwei Leute, die sich hauptsächlich um die Entwicklung kümmern, haben nicht so viel Zeit noch nebenbei für Marketing. Ich bin mal auf die zugegangen, habe freundlicherweise von denen ein Key bekommen und wir gucken uns das Ganze mal hier an. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, jeder der Logistik mag, jeder der Aufbau mag und jeder der Wirtschaftssimulation mag, das hier ist was für euch. Wenn ihr zum Beispiel in Anno darauf achtet, ich will jetzt, dass die Produktion perfekt austariert ist und hundertprozentige Deckung hat, dann I got you, bro. Oh, sis, das Spiel hier könnte was für euch sein. Und ich weiß auf jeden Fall auch schon mal, liebe Leute auf Twitch, an euch jetzt einmal raus. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eure Hilfe irgendwann benötigen werde. Die grundlegenden Sachen am Anfang, die kenne ich, da weiß ich, was wir dann machen werden. Aber ja, vom Rest lassen wir uns mal überschauen. Und ja, hier seht ihr hier im Hintergrund ein Kriegsschiff und dieses Kriegsschiff werden wir hinterher auch benötigen, weil es nämlich Piraten hier drauf gibt. Und da kommen wir gleich zu dem Punkt, warum es so ein bisschen aussieht wie Anno. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wie viel es kostet. Ich glaube 20 Euro. Ich will aber jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht kann einer der Moderatoren, Alpha Loop ist sogar angekommen, für einen wunderschönen Moment. Vielleicht kannst du ja gleich einmal nachschauen, wie teuer das Spiel ist. Würde mir echt viel helfen. Wir gehen jetzt einmal auf das neue Spiel rüber. Das Ganze hat keinen Multiplayer. Keinen Multiplayer. Ich weiß nicht, ob es mit Mod Support Multiplayer gibt, aber keinen Multiplayer offiziell. Und ich sehe gerade 28,99 Euro. Peter, wunderschön. Neues Spiel. Oder 33,50 Schweizer Franken. Wenn wir starten, dann gibt es fünf, sechs verschiedene Inseln, auf denen wir loslegen können. Ja, nochmal neues Spiel. Sechs verschiedene Inseln, auf denen wir loslegen können. Fünf davon sind standardmäßig direkt schon von vornherein im Spiel, auf denen ihr spielen könnt. Die sechste davon, das ist eine experimentelle Karte, auf der es richtig herausfordernd, richtig challenging sein soll. Und die Karten haben unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, die ihr oben immer seht. Also zum Beispiel weniger Baufläche, weniger Ressourcen, unpassierbares Gelände, wo ihr euch erst hocharbeiten müsst und so weiter und so fort. Ihr seht auch immer die Ressourcenanzeige hier links, hier rechts und darunter einmal die kompletten Angaben zur Karte selber. Sowie eine kurze Zusammenfassung von den Entwicklern, was das Ganze hier bedeuten soll. Wir lassen die Klippenhöhe und die Ressourcengröße alles auf Standard. Wir können es uns auch hier drin hardcore schwierig einstellen, wenn wir wollen, aber wir wollen die austarierte Karte in dem Fall haben. Wenn wir uns dann zum Beispiel hier für den neuen Hafen entschieden haben, gehen wir rüber zum Schwierigkeitsgrad. Da gibt es entweder drei voreingestellte Schwierigkeitsgrade mit Matrose, Käpt'n, Admiral oder ihr könnt einfach alles selber einstellen. Wir werden auf Käpt'n runtergehen. Käpt'n, mein Käpt'n, Robbie Williams, bist du's? Und werden alles hier drin auf Standard lassen, damit wir uns da jetzt auch keine großen Gedanken machen müssen. Es geht zum Beispiel um Regenwasser, Einigkeitserzeugung, Siedlungsverbrauch, was das alles ist, werde ich euch hinterher zeigen. Die Karte, wie sie zusammengesetzt wird, das ist hier unten, das ist der Game Seed hier drin. Den könnten wir jetzt nochmal eins, zwei, drei, dreimal durchwurschteln. Ich werde den einmal bei Twitch posten, weil dann ist der nämlich auch für die Nachwelt erhalten. Packe ich einmal hier rein. So. Und im letzten Schritt können wir dann rübergehen zu den Optionen, bei denen wir zum Beispiel Einführungsziel aktiviert lassen können. Werde ich anlassen an der Stelle, weil ich der Meinung bin, dass das ein guter Weg ist, wie man am Anfang reinkommt. Ein bisschen wie bei Pioneers of Pagonia beispielsweise, wo wir am Anfang die Missionen haben, die uns so ein bisschen langsam aufbauen lassen. Und weil ich wirklich sagen muss, dieses Spiel ist eine der anstrengenderen Spiele für mich, werde ich das auch nochmal mit hier reinpacken. Ihr seht, Mods zum Einbinden, also Mod-Support gibt es auch. Ich weiß nicht, ob es ein Steam-Workshop gibt. Nee, das heißt, das wird sowas sein wie Mod.io beispielsweise. Ich denke mal, dass es da irgendwo sein wird. Damit haben wir alles eingestellt und wir können das neue Spiel starten. So. Vielen Dank an Sonic, SirHumpy und Knoppex für eure Follows. Und vielen lieben Dank an BigBand für die zwei verschenkten Subs und Rivebo. Dankeschön für deinen Sub in zwölf Monaten. Ein Jahr. Wunderschönen guten Morgen. Und wunderschönen guten Morgen an alle, die reingekommen sind. Ihr wisst, am Anfang gerade auch für die lieben Leute auf YouTube, die jetzt gerne mal einen Daumen nach oben geben können. Aber gerade für die Anmoderation auf YouTube, da mache ich ja am Anfang, also kurz, ne? Da ist Ranger einmal in seinem Monolog gefangen, ne? Ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel uns hier bieten wird auf lange Sicht. Und damit sind wir auch im Spiel selber drin. Wir haben hier Nachrichten, wo wir ein bisschen das Spiel erklärt bekommen, wenn wir denn möchten, wo wir nochmal alles genau nachsehen können. Es ist so ein bisschen, ja, eine Enzyklopädie mit dabei. Aber wir gehen jetzt einmal zurück, pausieren hier. Und ich möchte euch das Spiel jetzt einmal näher bringen. Bagger fahren wäre mir lieber als zu. Ja, wir haben ja Bagger hier mit bei Cesarius. Vielen lieben Dank für deinen Sub in fünf Monaten. Thunderbolt, der PC ist auf dem Weg zurück. So, was ist Captain of Industry? Ich habe es euch ja gesagt, eine Mischung aus Anno, eine Mischung aus, ähm, aus Endzone, The World Apart oder Surviving the Aftermath und aus Factorio für Strategie-Fans. Das Szenario ist quasi, dass die Welt durch irgendwas kaputt gegangen ist, wodurch genau wissen wir alle gar nicht. Auf jeden Fall sind wir mit unserem Schiff auf einer Insel gelandet und müssen diese Insel jetzt nutzen, um uns hier dran ein bisschen größer zu bauen. Um hier ein bisschen, äh, ja, eine Industrie aufzubauen, mit der wir uns dann finanzieren können. Auf dieser riesengroßen Karte hier. Und dafür haben wir eine Logistikflotte. Das ist am Anfang die hier. Die ganzen LKWs, die hier sind. Dann hier drüben zum Beispiel der Holzver... äh, der Holzernter. Holzvollernter. Und wir haben auch hinterher noch andere Fahrzeuge. Wie eben erwähnt, den Bagger beispielsweise. Ähm, was wir jetzt... Was wir jetzt hier machen müssen, ist, ganz klar, Captain of Industry. Wer weiß es? Na? Jimmy, na? Äh, nee, keine Landwirtschaft aufbauen. Wobei auch bedingt, wir müssen natürlich eine Industrie hier drin aufbauen. Und diese Industrie haben gepackt wie Kraut und Rüben. Ja, gut. Und diese Industrie, die hat es richtig in sich. Deswegen weiß ich gar nicht genau, wo wir jetzt hier anfangen sollen in dem Falle. Ähm, fangen wir vielleicht einfach mal damit an, wie es hinterher bei der Industrie so genau ist. Also gehen wir doch mal auf unsere Menüleiste hier unten ein, wo wir wirklich alle Punkte mit dabei haben, die wir hier nutzen können. Hier haben wir nämlich, wie in Workers and Resources, erinnert mich das so ein bisschen. Ähm, Topster, ich grüße dich, hallo. Schön, schön, dass du hier bist. Willkommen. Ähm, hier haben wir nämlich alle Gebäude, die wir zum momentanen Zeitpunkt bauen können, mit hierbei. Da ist zum Beispiel etwas wie Metallurgie mit bei, aber auch Abfallverwertung. Wir haben Förderstrecken mit dabei, Gebäude mit dabei, Unterkünfte mit dabei und dann hinterher bestimmte andere Tools, die wir nutzen können. Das ganze Spiel ist nämlich so, dass wir auch noch eine Siedlung nebenbei haben. Diese Siedlung ist die hier, die Containersiedlung, die sich nach und nach mit der Zeit auch entwickeln wird. Dort leben unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die unsere Maschinen betreiben. Wie viele wir haben, das sehen wir oben in der Menüleiste. Wenn wir hier mal von rechts nach links gehen, ausnahmsweise, dann haben wir hier das Ja. Ja, eins, also einfach gemacht, ne. Wir haben hier unsere Geschwindigkeit, wir haben hier noch ein paar andere Meldungen und Stummschaltungen mit dabei. In GS, vielen Dank für deinen Follower und Schrottburg, auch an dich, Dankeschön. Und dann haben wir hier in der Mitte die Anzeichen dafür, ja, was wir benötigen, ne, oder was wir zur Verfügung haben. Wir haben beispielsweise noch Lebensmittel für 56 Monate. Wir haben eine Gesamtbevölkerung von 90, von 140, die maximal bei uns in den Containern wohnen können. Davon sind 78 verfügbare Arbeiter momentan, weil 12 Stück schon gebraucht werden. Unser Schiff, das ist das Ding hier, falls ihr es nicht wusstet. Das ist ein Schiff, ja, für die Norddeutschen, die lachen sich jetzt vielleicht kaputt. Für mich als Ruhrpott-Junge ist das schon ganz besonders. Aber, wenn ihr jetzt aus Bayern kommt, ja, das hier ist ein Schiff. Das ist tatsächlich ein Schiff, falls ihr es nicht wusstet. Ich wollte es nur einmal angemerkt haben. Ist angedockt und wir sehen hier oben die Anzahl der LKWs. Wir haben gerade 9 von 60 LKWs. Wenn wir durchzählen, dann sind es... Naja, wir haben 8 LKWs und einen davon, aber wir haben 9 Fahrzeuge. Und das können wir hinterher noch erhöhen, wenn wir möchten. Hier drüben gehen wir darauf auch nochmal ein. Neben den Missionen, die wir hier haben, die uns so ein bisschen jetzt da durchführen, das sind die Tutorial-Missionen, haben wir noch 3 Werte. Und diese 3 Werte werden sehr wichtig für uns werden. Wir haben nämlich einmal den Wert stabil. Also Ranger. Ranger ist nämlich auch stabil. Ne, das ist in der Zusammenfassung der LKWs und der Logistik, die wir haben. Wir sehen also, wie hoch die Auslastung von unseren LKWs ist. Um daran bestimmen zu können, brauchen wir mehr LKWs, brauchen wir weniger LKWs. Oder auch zum Beispiel, müssen wir vielleicht mehr automatisieren. Weil das ist ein großer Teil des Spiels. Und wir haben dann hinterher noch die Sachen mit dabei, wie Moral und die Einigkeit. Die Einigkeit ist eine eigene Ressource, die wir produzieren, mit der wir bestimmte Sachen bauen können. Oder uns im Notfall auch helfen können. So. Und ansonsten haben wir hier drüben nochmal unsere Anzeige der Ressourcen und Rezepte und so weiter und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht alles genau. Gibt es ein Ziel im Spiel? Ein Ziel im Spiel ist, eine möglichst perfekte Industrie zu bauen und dann hinterher ein Weltraumprogramm zu starten. Kommt euch das bekannt vor? Vielleicht aus Faktorio, aber keine Sorge. Das hier ist mehr das Faktorio für die Strategie-Fans. Das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. So. Also fangen wir mal an. Wie fangen wir denn an? Erstmal brauchen wir Bäume. Seht jemand Bäume? Ich komme mir vor wie Dora, äh, Dora the Explorer oder wie die heißt, ne? Oh, Freunde! Seht einer von euch einen Baum? Na ihr? Könnt ihr etwa einen Baum sehen? Hey, cool! Du hast den Wald gefunden! Den können wir jetzt abholzen, um für unsere Industrie Kohle zu machen. Nun, auf jeden Fall in diese Richtung geht das ein bisschen. Wir sehen gerade jetzt hier einen Baum. Diesen Baum können wir mit unserem Baumerntegebiet, sehr deutsches Wort, markieren. Zack! Und daraufhin würde jetzt hier Dora. Grüß Necke, moin moin und Chaos Prophetin. Dankeschön für den Zappen. Im 23. Monat. Hm. Jede Folge genauso. Wenn wir das hier markiert haben, wird automatisch in dem Fall unser Holzvollernter dorthin fahren und anfangen die Bäume abzufällen. Jedoch müssen wir die Bäume, die dann hier verarbeitet werden, auch irgendwie zurückbringen. Dafür gibt es etwas ganz, ganz Spezielles. Und zwar müssen wir den LKWs zuweisen. Diese LKWs fahren dem dann hinterher. Wir packen mal einen mit hinzu. Und werden dann mit den Bäumen beladen, die der hier anfängt abzubauen. So muss die Holzvollernte den Namen Dora. Dora, können wir die umbenennen? Okay, wisst ihr was? Wir nennen die jetzt Dora. So, das ist Dora. Gibt es doch nur für Holz. Ich weiß es nicht, ob es den nur für Holz gibt. Also, wie gesagt, ich muss mich jetzt auch so ein bisschen hier drin einfinden. Das heißt, der wird jetzt gleich hier rüberfahren, wenn wir die Pause rausnehmen und wird anfangen, die ganzen Bäume hier zu verarbeiten. Fältigens, danke schön für den Zappen im zweiten Monat. Moin moin. Die Bagger haben Namen. Wir können den allen Namen geben. Individuell, wenn wir möchten. In dem Fall haben wir jetzt Dora genommen. Das passt ja relativ gut. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wofür brauchen wir denn überhaupt die Kohle? Die Kohle brauchen wir für unsere Industrie. Und unsere Industrie beginnt am Anfang mit der Metallurgie. Und jetzt kommen wir zu dem ersten interessanten Punkt. Erstmal sehen wir, wenn wir hier drauf gehen, wie viel so ein Ding kostet. 60, 60 Metallteile sind das, glaube ich. Hier drüben haben wir die. Da können wir da einmal drüber gehen. Konstruktionsteile. 60 Konstruktionsteile von 400, die wir zur Verfügung haben. Und dieser Holzhochofen benötigt irgendwas, was er nimmt. Dann Kohle, um daraus Metall zu machen, aber auch Abgase zu machen. Das heißt, wenn wir uns den nehmen. Cephalis, grüß dich und vielen Dank für deinen Sub im siebten Monat. Läuft ja wie ein Länderspiel. Außer halb Fußball. Dann haben wir dieses Gebäude. Und dieses Gebäude, als ich das das erste Mal hatte, da hat es mich schon komplett weggesprengt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Weil schaut euch mal an. Was ist das bitte schön oben und unten, vorne und hinten? Was sind das für Übersichten? Das hier sind Übersichten dafür, was wo rauskommt an Ressourcen. Das bedeutet nämlich hier links, da wo der grüne Pfeil ist. Also das, was hier ist, das sind die Ressourcen, die reinkommen. Zum Beispiel Kohle und zum Beispiel diese anderen Sachen mit dabei. Ich sehe voraus, dass Ranger keine Kohle hat. Und auf der rechten Seite kommt in der Mitte unser Metall raus. Und rechts davon kommt unsere Abgase heraus. Und dann können wir diese anhand von diesem Raster hier. Hoppala, jetzt habe ich aus Versehen das Gebäude höher gemacht. So, können wir die anhand von diesem Raster ausrichten. Und jetzt können natürlich schon die Ersten kommen und sagen, boah, nee, Raster sind es hier drin. Und dann, glaubt mir Leute, ihr seid froh, wenn ihr hier drin hinterher die Raster habt. Weil das wird sehr, es wird wirklich anstrengend werden hier. Wir bauen uns also mal die Metallurgie hier hin. So. Diese Metallurgie macht natürlich ein flüssiges Metall für uns. Das können wir dann in die Metallgießerei reinpacken und verarbeiten. Ein Hochofen kann zwei Metallgießereien versorgen. Weil alle 40 Sekunden, das seht ihr da drüber, hier, alle 40 Sekunden verliebt sich ein Ranger bei Ranger Area. Und alle 40 Sekunden wird auch flüssiges Metall fertiggestellt sein. Magst du einen wunderschönen guten Morgen? Hallo? Genau so, wie hier, alle 20 Sekunden sich ein Ranger bei Ranger Area verliebt und alle 20 Sekunden Metall flüssig wird. Das heißt, wir nehmen uns unsere Metallgießerei. Und da sehen wir auch, wo die Ressourcen reinkommen und wo hinterher Ressourcen rauskommen können. Also bauen wir beispielsweise hier einmal das Ding hin. So. Und wir nehmen direkt die zweite nochmal mit dazu und bauen uns das hier hin. Jetzt müssen wir irgendwie das flüssige Material von hier nach da bekommen. Normalerweise können LKWs alles an Ressourcen transportieren. Außer flüssige Sachen. Flüssige, ja, flüssige Lava. Flüssiges Metall ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Strand des Ranger... Ranger Ship. Romantik Kreuzfahrt. Trannel, danke schön für deinen Zappel in sechs Monaten. Wunderschönen guten Morgen. Normalerweise können LKWs alles transportieren. Hier ist es nicht der Fall, weil wir haben jetzt flüssiges Metall. Alles außer Tiernahrung. Dafür müssen wir zu Förderstrecken gehen und haben hier eine Rinne für Schmelze. Diese Rinne für Schmelze, die werden wir einfach hier dran anbinden. Ziehen die dann einmal hier rüber. Und gehen dann hier hoch und binden das damit an. Also relativ selbsterklärt, ne? Müssen wir dann einfach mal hier entlang gehen. So, und damit haben wir... Nein, ich habe das schon falsch gebaut. Super. Toll gemacht, Ranger. Hier unten gibt es ein Abreißensymbol. Das heißt, wir reißen jetzt erstmal direkt unsere gesamte... Unsere gesamte Zufriedenheit ab, die wir haben. Das Leben ist enttäuschend. Und gehen dann einmal komplett hier rüber. So. Und bevor der jetzt hier weiterhin so ein Kreuz macht, werden wir das auch noch abreißen. Und versorgen die jetzt damit. Perfekter Start. Jetzt keine Kritik hier an mir, ja? Auch kein flüssiges Wasser. Kommt drauf an, wenn das Wasser gekocht ist, dann werden da erstmal Nudeln reingeworfen. Schräg ein wunderschönen Morgen. Jetzt müssen wir uns aber auch noch um die Abgase kümmern. Toll, dass Ranger mal alles zeigt. Ja, ne? Die Abgase haben wir bei Schornsteine. Die können die Abgase verarbeiten hier drin. Wir gucken uns mal ganz kurz an, wie viele Abgase produziert er. Sechs alle 20 Sekunden. Die Köhlerei braucht das auch. Vier alle 40 Sekunden. Also zwei alle 20 Sekunden. Mathe Ranger. Das heißt, acht alle 20 Sekunden. Und der hier kann aber 20 alle 20 Sekunden verarbeiten. Also nehmen wir den einmal hoch. Ah, wisch, danke schön für deinen Follow. Und können den dann beispielsweise hier hinsetzen. So. Moment, Schornsteine verarbeiten. Abgase? In was? Jetzt nicht beim Klein mal Klein aufhängen jetzt. Der haut die Abgase raus. Rico, der Durchgeknallte. Moin. So. Dann wollen wir die Förderstrecke mit der Rohrleitung einmal hier drin anbinden. Weil darüber werden jetzt die Abgase dann direkt abgeleitet. Bevor wir allerdings loslegen, fehlt denen hier noch Kohle. Das brauchen wir aus der Köhlerei. Und die Köhlerei, die holen wir uns dann hier hin, indem wir der dann sagen... Moment, normalerweise sollte das genau andersrum sein. Können wir das irgendwo genau andersrum packen? So, jetzt haben wir es. Ähm, und bauen das dann hier hin. Na. Und dann werden wir aber nochmal hier drüben die Abgase einmal direkt da dran anbinden. So. Wenn wir jetzt sagen, nur mal aus Interesse gibt es auch Filteranlagen für die Abgase. Das weiß ich nicht. Das weiß ich... Also, wir müssen sehr viel auch selber hier erkunden, weil das Spiel echt komplex ist. Jetzt haben wir alles gemacht, was wir am Anfang benötigen. Und noch eine Sache, die wir noch mit dazu nehmen. Und zwar das Forschungslabor. Ja, auch hier drin müssen wir nochmal grundlegende Sachen der Industrie erforschen. Das wird allerdings storytechnisch so begründet, weil halt mit der Apokalypse alles verloren gegangen ist. Also, das hat schon... Das haben sie versucht, in die Story mit einzubauen. Es geht hauptsächlich darum... Ja, also, man will natürlich auch was zu tun haben, ne. Kann ich einen Schornstein nach mir benennen lassen? Würde gehen, ja. Furofox, guten Morgen. Ja, später. Sehr, sehr, sehr später. Okay, ja, das ist doch interessant zu wissen. Gitanus, moin, hallo. Nino, guten Morgen. Und wunderschönen guten Morgen an alle anderen, die reingekommen sind. Ne. Ist nicht böse, falls ich es nicht gelesen habe. Ich wollte jetzt nur erstmal bei der Einweisung dabei bleiben, ne. Wenn wir das jetzt hier alles haben, brauchen wir aber noch ein paar Materialien. Und Materialien bekommen wir zum Beispiel aus solchen alten Ruinen heraus. Hier bekommen wir dann den Eisenschrott, den wir brauchen, um den zu verflüssigen und dann daraus Eisenplatten hinterher zu machen. Deswegen gehen wir hier auf die Wiederverwertung. Jetzt werden LKWs, wenn ich die Pause rausnehme, mit Dora fahren, hier hinten hinfahren und Ressourcen bringen, hier hinfahren und Ressourcen bringen und hier drüben hinfahren und dort Ressourcen rausholen. Also fängt jetzt die Wuselei an. Die fahren wild, ja. Ich weiß. Aber besser, als wenn sie sich hinterher so im Stau zusammenpacken würden, wie in City Skyline 2 oder in Pioneers of Pagonia. Auch das muss man ja mal dazu sagen, ne. Ich mache mal ein bisschen lauter, weil die LKWs sind sehr leise. Los! Das ist die Renni-Dakar! Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ich überlege gerade im Hintergrund ein Lied, ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Äh. Hier drüben der Vollverehrter, da seht ihr schon, der fängt an, der verarbeitet jetzt das Ding. Und jetzt wird er das hier draufladen, schneidet es immer wieder in kleine handliche Stücke. Die Kollisionsabfrage ist jetzt natürlich nicht der Hauptfokus in dem Spiel, aber es soll halt darum gehen, einfach Spaß da drin zu haben. Helmoko grüft sich. Darf ich ein LKW sein? Ja, wenn du so lieb fragst, dann machen wir das doch jetzt mal kurz. Chris Neck, bitteschön. So. Dirk Pit, danke schon für deinen Zapp im 27. Monat. Wunderschönen guten Morgen, hallo. Benny Hill Theme. Ne, wie war das nochmal? Ach. Ne, da komme ich jetzt nicht drauf, das würde zu lange dauern. Naja. Laut Liste Links braucht Dora zwei LKWs. Stimmt, wir müssen ja noch einen zweiten LKW hinzuweisen. Also machen wir einfach, klicken wir drauf und klicken nochmal auf Plus. Ihr seht hier schon, dass die LKWs hinterher Kraftstoff benötigen. Und, ich kann auch schon mal im Voraus greifen, LKWs benötigen auch hinterher Wartung. Also wir müssen uns um eine ganze Menge hier drin kümmern. Hier drüben sehen wir, wie viele Arbeiter da drin sind. Es ist eine ganze, ganze Menge, auf die wir achten müssen. Ronen, danke schön für deinen Zapp im neunten Monat. Ein Twitch Baby, Ronen. Ein Twitch Baby. Denn wir es Raw Area. Oder Ranger nennen. Nice, da sind ja die Dinos in Form von Kraftstoff. Okay. Die fangen jetzt an, hier überall das ganze Zeug nach hinten zu bringen. Ihr seht, hier wird jetzt die Kohle hergestellt. Die Kohle können wir dann mit dem LKW rüberbringen. Die Anhänger ändern übrigens automatisch das, was sie hinten drauf haben. Also ob sie jetzt zum Beispiel eine reine Pläne da drauf haben. Oder ob sie jetzt da so einen Container drauf haben. Oder sonstiges. Hier drüben wird dann die Kohle verarbeitet. Wird rübergebracht. Und sobald wir dann etwas hergestellt haben, fließt das einmal rüber bei uns in unsere Metallurgie rein. In unsere Hochöfen rein. Wird dann hier verarbeitet. Mit so einem kleinen, schönen Filmchen mit dabei. Fließt dann runter. Teilt sich auf die unterschiedlichen Bereiche auf. In die Eisenplattenbereiche. Und wird dann da drin fest, um Eisenplatten herzustellen. Ich möchte nochmal hervorheben. Ich finde die Animation sehr cool. Und vor allem aus einer Sache heraus. Bevor jetzt jemand sagt, ja, aber das sieht ja in die Foto realistisch aus. Das sind zwei Entwickler. Zwei Entwickler, die dieses Spiel seit ein paar Jahren angehen. Seit ein paar Jahren entwickeln. Deswegen ist das Ganze auch noch early access, damit sie es halt finanzieren können. Und auch selber publishen können. Und dafür ist es wirklich verdammt schön gemacht. Ja, also wirklich. Das muss man immer wieder sagen. Kann man alles in Ruhe. Ich mag sowieso, wenn ich alles in Ruhe nachverfolgen kann. Jetzt ein weiterer Grund, warum wir die Einführungsmission gemacht haben. Wir können alles dann hinterher einsammeln und bekommen nochmal Belohnung, wenn wir die Mission abgeschlossen haben. Das finde ich sehr gut. So, gehen wir mal zur Forschung rüber. Wir haben ja hier drüben unser Forschungsgebäude gebaut. Dieses Forschungsgebäude können wir einmal den Forschungsbaum sehen. Und ich hoffe, ihr seid jetzt bereit. Seid ihr bereit für einen Forschungsbaum? Ja? Okay, hier drüben links fangen wir an mit allem. Und wenn wir jetzt mal rauszoomen, dann sehen wir, wie viel noch hier möglich ist, weil das der maximale Zoom ist. Aber das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles, Leute. Wenn wir jetzt rübergehen. Dup, 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 dup. So, das hier ist hinterher das Ende von unserem Forschungsbaum. Angelus, moin moin. Also, hier haben wir hinterher noch schnell einen Brutreaktor, was auch immer das ist. Oder Schiffswaffen 3. Also, wir müssen unser Schiff hinterher auch bewaffnen und zum richtigen Schlachtschiff machen. Und ja, diese einzelnen Komponenten sind überall mit dabei zur Forschung, die wir dann auch erforschen müssen, die uns Vorteile bringen können. Und weiß ich nicht, was alles, ne? Boah, Eidewitz, Herr Kapitän. Wir müssen jetzt erstmal anfangen mit dem, oder wir fangen am besten erstmal an mit dem, was wir hier dazu bekommen haben. Zum Beispiel Konstruktion oder Landwirtschaft. Ich werde mal als erstes die Landwirtschaft machen. Weil auch Landwirtschaft haben wir hier drin, wodurch wir auch Kartoffeln bekommen. Wir müssen ja irgendwie die Leute, die hier bei uns auf der Insel arbeiten, versorgen, ne? Schneller Brüter ist ein AKW-Typ. Ah, super, dankeschön. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Der Baum sieht sehr lecker aus. Ich habe kurz gebraucht, zu verstehen, dass du den Forschungsbaum meinst. Und ich war hier hinten bei Dora. Es hätte ja sein können, Mira, dass du ein Biber bist. Bist du ein Biber? Ich will es nur einmal kurz geklärt haben. So, ich packe einmal meine Kamera hier höher. Weil die Kamera, die Kamera ist noch von der Aufnahme von gestern. Ich habe gestern ein Warhospital aufgenommen. Das kommt heute auf YouTube raus. So. Kartoffeln, prima. Dann gibt es Kartoffelschnaps. Lecker. Da sind die Anno-Spieler. Da sehen wir sie doch, ne? Wenn dann nur ein Halber. Vielleicht bin ich ein Forschungsbiber. Auch sehr gut. Wie putze ich so einen Biber mit Kittel noch mit dabei, so eine Brille? Toll. Magig. Ich freue mich auch, wenn wir demnächst wieder Timberborn spielen. Nächstes Wochenende. Timberborn? Stimmt, nächstes Wochenende ist Timberborn. Könnt ihr euch schon mal merken. Samstag und Sonntag wahrscheinlich. Wir sind jetzt dabei, grundlegende Landwirtschaft zu erforschen. Ihr seht hier oben, wie das langsam vorangeht. Wir können aber auch schon mal mit dem Rest anfangen. Und zwar müssen wir uns auch um unsere Siedlung kümmern. Diese Siedlung sind nicht einzelne Gebäude, sondern das sind adaptive Siedlungen. Das heißt, ihr seht ja hier drüben zum Beispiel schon mal, dass alle Gebäude, egal wo wir draufklicken, zeigen uns dasselbe hier in dem Fall an. Weil die zählen zu einem Siedlungskomplex mit dazu. Und diesen Siedlungskomplex können wir dann immer mehr erweitern. Beispielsweise, indem wir sagen, wo haben wir sie denn? Hier. Eine Abfallsammlung. Die müssen wir bauen, weil die Leute nämlich Abfall produzieren. Abfall in Form von hier. Da sehen wir es. Abfall in der Siedlung. 100 können maximal aufgenommen werden. Und je mehr, desto schlechter geht es den Leuten hinter gesundheitstechnisch. Also nehmen wir uns mal die Abfallsiedlung mit hinzu. Und dann sehen wir ganz viele Vierecke, die drumherum angebunden sind. Das ist quasi der Bereich, in dem wir die Siedlung modular verbessern können. Sagen wir beispielsweise, alles klar. Wir wollen das Ganze mal hier verbessern. Bauen wir die hier hin. Wird die Abfallsiedlung hier dran gepappt und gehört zu dieser Siedlung hinzu. Die wir hinterher auch noch erweitern können. Und ich möchte nochmal kurz betonen, ja, diese Container werden hinterher auch richtige Hochhäuser werden können. Nur damit ihr es auch schon mal gehört habt. Oh, na, verdammt. Das Spiel interessiert mich sehr. Muss aber nur zur Arbeit. Ich wünsche dir eine ganz ruhige Schicht. Ansonsten, das wird morgen bei YouTube hochgeladen. Da kannst du das nochmal alles sehen. Aber hinter das Zeug in der Feuertonne. So ein bisschen wird das aber auch so gemacht. Und jetzt kommen wir zu einem Bereich, Abfall ist zum Beispiel einer der wichtigen Produkte dafür. Wie kommen wir hier hoch hinterher? Und um hier hoch zu kommen, gibt es zwei Wege. Entweder, indem wir uns hier durchfräsen und einen Weg nach oben bauen. Also mit Terraforming. Oder wir nutzen den Abfall, den wir produzieren und weisen dem einen Abfallbereich zu. Hier, Verkippungsgebiet heißt das hier drin. Und dieses Verkippungsgebiet definieren wir dann beispielsweise. Forschung ist fertig geworden. Das war das Geräusch. Definieren wir dann beispielsweise, indem wir so hier hingehen. Oh, HSV, danke schön für dein Follow. Und hier unten haben wir da ganz viele Werkzeuge. Wir können nämlich das Ganze entweder steiler machen lassen. Free Steiler! Da ist übrigens das Lied aus den 90er her. Free Steiler war ein Mensch, der Bergsteiger gewesen ist. Und dann können wir mit E oder Q das Ganze niedriger machen. Wir können sogar bis in den Untergrund mit dem Zeug hinterher gehen und Unterführungen damit bauen. Neowinger, moin. Wichtiger Punkt, wenn wir nämlich zum Beispiel hier hochgehen wollen. Und deswegen fangen wir beispielsweise hier an, machen aber keine Rampe, sondern werden das Verkippungsgebiet mal gerade ziehen. Moin, ich rüsste dich, hallo. So. Dann wollen wir das einmal komplett drehen. Hier hin. Und dann können wir nämlich jetzt anfangen, die Rampe hier runterzubauen. Und ihr seht schon, jetzt sind manche Sachen davon rot. Das hat einen einfachen Grund. Die wollen nämlich anfangen. Und dann bauen wir hier nochmal hin. Die fangen nämlich bei dem Verkippungsgebiet erstmal dort an, wo sie überall hinkommen. Das, wo sie nicht hinkommen, ist rot. Das heißt, da müssen sie erstmal hier unten anfangen, das Ganze aufzukippen. Und dann wird es langsam nach vorne gebracht, bis die hinterher hier oben angekommen sind. Und so können wir beispielsweise hier hochgehen und den Abfall noch sinnvoll nutzen. Was Abfall ist, das definieren wir übrigens hier. Hier wird dann angezeigt, was durch Lastwagen verkippt werden darf, wenn wir hier auf Lastwagenfahrzeugverwaltung klicken. Erde, Gestein, Schlacke und Abfall. Und wir sehen hier drunter auch nochmal unsere Fahrzeuge. So. Sehr schön. Nehmen wir die Pause raus. Jetzt müssen wir nur 20 Abfall verkippen. Hier wird schon 20 Abfall eingeladen. 20 Abfall werden rübergebracht. Wir können ihm auch folgen. Folgen Sie diesem Wagen! Und fährt alleine los. Ich habe nackte Kanone letztens gesehen. Ist das übrigens mit dem Game Sound in Ordnung? Ist die Musik zu laut? Hört ihr sonst so wenig vom Spiel? Wie ist es da gerade? Den Abfall nicht ins Wasser? Wir können auch ganze Inseln aufkippen mit dem Abfall. Also das geht auch. Wir können auch Sachen aufkippen und damit quasi Inselstücke verbinden. So. Und dann fängt er an, das Säug hier abzuladen, aufzubauen. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann seht ihr, der wird hoffentlich dann jetzt dahinter noch was machen. Naja. Strategieramster! Oh, großer, sinnvoll nutzender Abfallranger! Und seid auch gegrüßt, weltbester Abfall-Chat. Möge der Abfall mit euch sein. Der weltbeste Abfall-Chat. Todi-Hi. Abmischung ist gut? Okay. Meinst du die Stelle, wo der Wagen einfach losrollt? Ne, das war vorher noch. Das war... Halten Sie diesen Wagen! Nein, stopp! Ah, super. Toll. Übrigens, ne, so ein kleiner Funfact nebenbei. Äh, die nackte Kanone soll, äh, soll fortgesetzt werden. Aber, weil natürlich der, äh, Leslie Nielsen mittlerweile von uns gegangen ist, soll die nackte Kanone 4, ist es ja dann, glaube ich, äh, der Sohn die Hauptrolle übernehmen. Und wisst ihr, wer als Sohn im Gespräch ist? Oder ich glaube sogar schon gecastet wurde? Liam Neatzen. Den kennt ihr? Qui-Gon Jinn aus Star Wars. Oder Schindlers Liste. Liam Neatzen. Äh, Todi, habe ich gestern gespielt? Wird heute eine YouTube-Aufnahme, wird heute ein YouTube-Video. So, Romana, moin moin und danke schön für deinen Zap im sechsten Monat. Okay. Äh, ich bin auch noch ein bisschen hinterhergerissen. Also wird es Action-Reich. Man muss auch dazu sagen, das war ein Funfact, den ich gelesen habe. Ich glaube, bei der GameStar war das. Ähm, der Leslie Nielsen war, bevor der für die nackte Kanone berühmt wurde, gar kein Komiker oder gar kein Comedy-Schauspieler. Das muss man auch dazu wissen. Der hat vorher ernste Rollen gespielt, bevor er dann hinterher die nackte Kanone wurde. Spielt Spiele ohne uns. Warhospital war wirklich kein Spiel, das ich mit euch gemeinsam spielen wollte im Stream. Ich glaube, das wird sich heute im Video einmal zeigen. Ich fand das Spiel... Ich will noch nicht zu... vorweg greifen. Qui-Gon Jinn und Schindlers Liste. Ja, genau der. Der war, glaube ich, auch nur zweite Wahl. Leslie Nielsen? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay, ähm, gehen wir mal weiter hier drauf. Wir können jetzt... Die Forschung ist durch. Wir können jetzt anfangen, die nächste Forschung anzugehen. Und da werden wir jetzt in dem Fall mal erst die Konstruktion vor dem Handelshafen angehen. Konstruktion haben wir unten, weil wir damit nämlich Konstruktionsteile auch herstellen können. Wir bekommen dafür Rezepte, die wir hinterher nutzen. Die fand ich auch super, Cesarius. So, die forschen das jetzt in dem Moment. Aber wir werden uns jetzt um die Landwirtschaft kümmern. Ja, Tobi, das kann ich voll und ganz verstehen. Schau dir gerne mal das Video dann an da. Vielleicht hilft dir das da ein bisschen. Mach gleich mehrere Forschungen. Können wir die einreihen? Das wusste ich nicht, dass man die einreihen kann. Ah, okay, zur Warteschlange hinzufügen. Alles klar, haben wir jetzt so gemacht. Jetzt gehen wir einmal zur Farm rüber. Wir müssen ja für Essen sorgen. Was so eine Farm herstellt und kostet, sehen wir auch hier nochmal. Also wir brauchen Wasser für Kartoffeln, für Mais, für Weizen. Und was auch immer das da hinterher danach noch alles ist. Und wir sehen, wie lange das immer dauert. Am Anfang haben wir jetzt nur Kartoffeln. Wassermenge? Fragezeichen. Bei denen müssen wir auf zwei Sachen achten. Einmal müssen wir darauf achten, wie viel... Warte mal, da hinten ist es. Einerseits müssen wir darauf achten, ob der Boden fruchtbar ist. Andererseits müssen wir darauf achten, wie viel Wasser mit dabei ist. Wir haben jetzt durch die Kartoffeln reicht das hier am fruchtbaren Boden. Ich habe den Filter für fruchtbaren Boden noch nicht gefunden. Deswegen glaube ich einfach, dass wenn wir das hier grün haben, dass es dann ausreichend ist. Ich hoffe zumindest. Hinchi, wunderschönen guten Morgen. Wir setzen das also hier hin. Bauen das auf. So. Okay. Ja, strategieren es da für mich auch nicht. Für mich auch nicht. Ich fand es... Ich finde es... Ich finde es schlecht. Ich... Also... Vielleicht so, weil nicht alle das YouTube-Video hinterher schauen werden. Ähm... Guckt euch das Gameplay selber an. Das sage ich auch hinterher am Ende vom Video. Aber ich finde das Spiel schlecht. Äh... Tatsächlich. Auch nicht irgendwie gut oder ähnliches. Es ist bei mir knapp an... Von der unteren Grenze an Durchschnitt... An Durchschnitt grenzend. So. Okay. Ähm... Die... Das hier läuft. Jetzt wird hier drüben unsere Kartoffeln gebaut. Und jetzt... Äh... Jetzt kommen wir zu dem Punkt... Ja. Das ist es. Absolut. Mira. Das ist es. Absolut. Krimsen. Grüß dich. Kartoffeln können auch... Was? Und auch Russen sein? Warum ist denn... Ich finde es gut, dass bei... Hier muss ja jetzt mit Wasser versorgt werden. Wasser haben wir ja nicht irgendwo her. Wir müssen also... Und das ist eine coole Mechanik. Regen mit einbeziehen. Wenn es also viel regnet, haben wir mehr Bodenfeuchtigkeit. Wenn es wenig regnet, haben wir weniger Bodenfeuchtigkeit und müssen das Wasser hier ranbringen. Eine sehr coole Mechanik für mich. Und... Äh... Hier drüben sehen wir dann zum Beispiel benötigte Fruchtbarkeit. Natürliche Regeneration der Fruchtbarkeit. Bodengleichgewicht. Wir sehen, wie viel Bodenfeuchte hier ist. Äh... Durchschnittlicher Bedarf an Bodenfeuchte. Also wir sehen hier sehr viele Informationen raus. Und... Äh... Das finde ich eine wirklich sehr tolle Sache. Ich habe hier die Heizung auf volle Pulle aufgedreht. Und ich merke, wie mir einfach wärmer wird und meine Brille beschlägt. Ich glaube, ich muss das Fenster gleich einmal aufmachen. Konstruktion haben wir jetzt in der Zeit fertig. Wir müssen jetzt hier sowieso warten, bis die erste Ernte mit Kartoffeln durch ist. Dann schauen wir uns das später nochmal genauer an. Wir gehen jetzt rüber zur Konstruktion. Konstruktion. Dort haben wir jetzt die Montage fertiggestellt. Die Montagestrecke. Und die Montagestrecke kann beispielsweise aus verschiedenen Ressourcen Dinge herstellen und produzieren. Verrückt. Und wie machst du Regen? Da müssen wir einen ganz besonderen Tanz für aufführen. Den kann ich euch jetzt aber noch nicht zeigen, weil sonst regnet es in meinen Computer rein. Gali, du einen wunderschönen guten Morgen. So. Das heißt, wir werden dann mal... Ja, das habe ich auch am Anfang gedacht, dass mein PC irgendwas wollte. Vor allem mit dem Problemchen, die ich ja im Vorfeld hatte, dachte ich das wirklich die ganze Zeit. Das heißt, wir wollen uns jetzt mal die... Wir packen uns die jetzt mal hier hin. Oder? Hier hin. Ne, wir packen uns die... Wo packen wir uns die denn hin? Ich weiß noch nicht, wie die Produktionsstrecken hinterher aussehen werden. Deswegen packen wir uns das erstmal hier hin. Oder auch nicht. Kann ich das denn jetzt gerade nicht bauen? Ähm, Entschuldigung. Okay, jetzt können wir es bauen. Aus irgendeinem Grund wollte er das gerade nicht bauen lassen. So. Und setzen das dann hier drüben hin. Okay. Hast du nicht irgendwann mal gesagt, dass die Brille nur beschlägt, wenn der Stream nicht mehr jugendfrei ist? Es gibt auch gerade eine Fußcam. Deswegen. So. Und da können wir dann hinterher aus... In der Montagehalle mit einem Rezept herstellen oder sagen, was die herstellen sollen. Gelände zu niedrig. Wahrscheinlich haben wir aus Versehen einmal F gedrückt. Da komme ich häufiger mal drauf. Wäre ein Damm nicht einfacher zu bauen? Ja, wir sind ja auf einer Insel. Ne? Lang leben die heiligen Töffels. Lasst uns gemeinsam das Feld bewässern. Antreten und in der Linie aufstellen. So. Jetzt haben wir hier unsere Kartoffeln hergestellt. Sammeln uns das ein. 30 Kartoffeln kriegen wir dazu. Müssen halt auf die Nahrung. Ach, hier drin. Marci, moin. Ich grüße dich. Drück mal die L-Taste. Ach, ist das hier? Ah. Da sehen wir eine Fruchtbarkeit. Ah. Alles klar. Das heißt, hier vorne hätten wir dann eher das hinbauen müssen. Okay, interessant. Das heißt, wir müssen das nächste Feld hier rüber bauen. Und können das hier hinterher woanders hinbauen. Alles klar. Sehr schön. Lieber nicht von Dämmen reden. Ne, bitte nicht. Bitte nicht. Wählen Sie das Rezept in der Montage manuell aus. Also gehen wir auf die Montage, die jetzt fertig ist. Und wir wollen uns jetzt Konstruktionsteile herstellen. Die brauchen wir, um Gebäude zu bauen. Da brauchen wir Eisenplatten, Holz und Ziegel für. Ziegel produzieren wir noch nicht. Wir haben aber 100 Ziegel mit dabei. Das wählen wir aus. Und damit werden dann die Ressourcen hingebracht, die benötigt werden, um diese Teile herzustellen. Und jetzt müssen wir 8 Produktionsteile herstellen. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt rüber. Wir sind natürlich nicht alleine bei uns. Sondern um uns herum gibt es noch mehr, mit denen wir interagieren können. Und dafür brauchen wir einen Handelstock. 100 Holz kostet das. Das Handelstock setzen wir dann beispielsweise hier. Wir müssen immer darauf achten. Immer dieser Manuel. Manuel, du musst aufs Feld. Alles klar, Trainer. Den können wir dann zum Beispiel hier hinsetzen. So. Dann sehen wir die grüne Fläche, die freigehalten werden muss. Setzen wir hier unser Handelstock hin. Wer hätte gedacht, ein Handelstock ist dazu da, um Handel zu betreiben? Ja. Oder er ist ein Arzt nur für Händler. Das könnte auch der Handelstock sein. No. Man muss auch mal Flachwitz haben. Sonst sind wir hier nicht glücklich. Sonst ergibt das hier alles keinen Sinn, liebe Leute. Sonst ergibt das hier alles keinen Sinn. Nein. Doch. Oh. So. In der Zeit können wir schon mal auf die Forschung gehen. Und können dann beispielsweise mal auf die Energieversorgung und Wartung. Wir brauchen nämlich auch hinterher Strom. Wir brauchen Elektrizität. Und wir brauchen auch Wartungsdepots, mit denen wir uns dann ein bisschen warten können. Es wird eventuell ein kurzes Fazit zu New Cycle gegeben. Ob es sich für Frostpunk-Fans lohnt. Werde auf YouTube oder Stream-Aufnahme anschauen. Bin nur aktuell durch die Arbeit zeitlich ziemlich eingeschränkt. New Cycle ist so ein zweischneidiges Schwert für mich. Weil mir hat das Spiel echt viel Spaß gemacht. Allerdings ist die größte Revolution, die KI, das, was es vor allem abhebt gegenüber anderen Survival-Aufbauspielen. Es kommt ja im Early Access raus. Ich würde sagen, warte noch ein bisschen. Es macht Spaß. Aber es hat jetzt auch noch nicht genug USPs, um sich gegen die Konkurrenz hervorzuheben. Über Zeit. Auch wenn tolle Sachen wie Produktion oder ähnliches mit dabei sind. Aber ich weiß noch nicht, ob der Inhalt so lange ausreichend ist. Falls du damit was anfangen kannst. Eissapfen, guten Morgen. Ich muss mir die Brille abnehmen, sonst beschlägt die einfach zu sehr. So, jetzt... Thor ist schon wieder hier. Hoffentlich zünden die jetzt nicht unsere Küche an. Wir sammeln die Konstruktionsteile ein. Damit haben wir das mit der Konstruktion geschafft. Handelsstock wird gebaut. Und Energieversorgung sind wir jetzt gerade bei... ...zu erforschen. Also wieder Bären-Sachen. Oh nein, keine Bären. Bitte nicht. Ich mag deine Flachwitze sehr. Toddy, endlich mal jemand, der das sagt. Dankeschön. Abgemacht ist abgemacht. Peter, 37, Chirurg. Gritta Havi, Dankeschön für dein Follow. Handelsstock ist fertig. Und dann wollen wir hinterher... Das ist super gearbeitet. Ansonsten ist es halt wie immer, ne? Das ist halt... Also Spielegeschmack, ich meine, ich versuche es immer neutral und objektiv zu beurteilen. Aber da ist immer Subjektivität natürlich mit bei. Ich habe es natürlich... Wie bei den meisten Spielen bekomme ich die Keys kostenlos. Und dadurch ist es für mich natürlich nicht dieses Hindernis von zum Beispiel 30 Euro gewesen oder ähnliches. Ähm... Ja, genau. Aber sonst... Das bewegte Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte, ne? Okay. Bauen Sie ein Stück Lager und weisen Sie ihm Holz zu. Wir müssen jetzt also ein Lager bauen. Lagert bis zu 180 Einheiten eines festen Produkts. Ähm... Ansteigt. Auch mit dem L jetzt zum Beispiel. Mit der Fruchtbarkeit, die wir mit dabei haben und so weiter und so fort. Also da ist eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Bei Faktorio zum Beispiel musste ich nicht darauf achten, dass ich auf einmal irgendwo noch meine Kartoffeln anbauen kann. Ja? So. Die Stück Lager werden wir dann hinterher mit Holz zuweisen. Derzeit sind wir aber mit der Energieversorgung und Wartung gleich weit genug. Jetzt bauen wir eine weitere Montage, um mechanische Teile herzustellen. Also gehen wir nochmal hier oben rein, auf die allgemeine Maschine, auf die Montage und werden dann neben diesem Gebäude einmal das hier setzen. So. Hab's mir mal gegönnt. Wünsche dir ganz viel Spaß damit. Shizuma, wunderschönen guten Morgen. Was? Shizuma? Das hat die überziehen. Ausnahmsweise. Erlebt das guten Morgen. So. Jetzt haben wir hier unser Handelsstock fertig. Wir haben unser Stück Lager fertig und können jetzt hier ein Produkt zuweisen, nämlich Holz. Holz, 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 Holz. Wir müssen jetzt sagen, wie viel wir davon drin haben wollen. Vollhalten mit 54 können wir dann sagen. Das heißt, 54 sollen hier immer drin bleiben. Oder wir können auch sagen, leeren. Das soll alles runter. Ich glaube, dass zum Beispiel auch hinterher für den Handel mit dabei ist. Und dann werden die das hier, dann werden die hier das Holz hinbringen und das wird dann hier drin eingelagert werden. Das brauchen wir hinterher für unseren Handel auf jeden Fall. Wir haben hier drüben unsere Montage fertig. Wurde hier oben angezeigt. Und da können wir dann jetzt sagen, wir wollen mechanische Teile herstellen. Die haben wir hier drüben. Fünf weißen Platten sind vier mechanische Teile in 40 Sekunden. Machen wir, bringen wir hier hin. Habt mir neulich aber auf meinem Spaziergang das erste Mal euren Podcast angehört. Macht ihr wirklich toll. Höre euch sehr gerne zu und Zeit vergeht sehr schnell. Gerne weiter so. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Das freut uns sehr. Nächste Woche sollte auch wieder eine Folge kommen, nachdem wir zwei Wochen Pause hatten. Ähm, da geht's dann wieder weiter mit den, mit den strategischen Unterhaltungen der Welt. So. Holz wird eingelagert. Wir haben in der Zeit aber auch schon den ersten Dieselgenerator geholt. Hier, Dieselgenerator. Soweit ich das gesehen habe, reicht es, wenn wir irgendwo Strom herstellen. Es scheint nicht so zu sein, als wenn wir wirklich, ähm, als wenn wir wirklich irgendeinen Radius dafür haben. Zumindest hab ich ihn noch nicht gesehen. Deswegen bauen wir den mal hier hin. Hallo Kekswernichter. Ich grüße dich. Und wir brauchen ein Wartungsdepot, damit wir nämlich dort unsere Maschinen verwalten können. Also gehen wir einmal zu den Gebäuden rüber. Wartungsdepot. Und werden dann bei dem Wartungsdepot... Das baue ich vielleicht... Wo baue ich das hin? Bauen wir das mal hier... Wo baue ich das hin? Bauen wir es hier drüben hin. So. Wartungsdepot. Gibt kein Stromradius, auch keine Strommasten. Okay. Finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also das mit dem Strom. Ich finde, auch wenn... Strom ist für mich eine wichtige Sache in solchen Spielen oder allgemeinen Aufbauspielen. Aber Stromradius zu definieren ist für mich furchtbar. Da finde ich die Lösung so schlecht, wie man City Skyline 2 vielleicht finden kann. Aber so gut finde ich die Lösung mit den Strommasten und dem Wasserrohr da drunter. Lord Jarek, danke schön für deinen Sub im 23. Monat. Und ich möchte hervorheben, Lord Jarek, Sub nicht nur im 23. Monat, sondern im 23. vorlaufenden Monat. Seit 23. Monat, seit 23. Monat, seit 23. Monat, seit 23. Monat, mein Gott. Jeden Monat hier und verschwenden ist dein Leben. Wenn es gerade will, dass du scheinbar keine Straßen so richtig bauen musst. Ähm, ich glaube, die fahren die hier rein, wenn ich das richtig sehe, ne? Vielleicht gibt es hinterher noch Straßen. Straßen kommen mit Update 2. Ah, super, super. Dankeschön. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal eine Antwort drauf. So. Ah, die Musik ist aber auch eine sehr wilde Mischung, ne? Also bei der Musik, da muss ich sagen, weiß ich nicht, was die da geritten hat. Das finde ich irgendwie, vor allem wenn wir uns hier in der Postapokalypse befinden und irgendwie eine Welt abtragen müssen. Ich sehe so Musik, ich bin jetzt mal ruhig. Passt. Sag mal, was ihr zu der Musik sagt. Musik 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 Ja Also irgendwie Fahrstuhlmusik Ich erinnere dir an irgendein Aufbauspiel. Ich weiß aber nicht mehr welches. Welche Musik ich höre nix. Echt nicht? Zu Sims. Ja, genau. Industriegigant, das könnte sein. Maxi, grüß dich, hi. Hoffnungsholz und Wiederaufbau. Ja, klar. Ja. Die braucht keine Hoffnung hier. Jetzt sollen wir das erste Mal Handel betreiben. Kaufen Sie Ziegel gegen Holz vom Dorf auf der Weltkarte. Tommy Woman, danke schön für dein Follow. Dafür gehen wir hier auf das Handels-Doc und dann Handel mit einem Dorf. Dann sehen wir hier unsere Handelskarte. Hier gibt es ganz viele verschiedene Dörfer, mit denen wir Handel betreiben können. Die werden hier nicht richtig dargestellt. Das sind einfach so kleine Pins auf der Karte. Finde ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Und dann können wir zum Beispiel auf die Siedlung hier drücken. Und bei der Siedlung können wir dann sagen... Oh, hier können wir auch Wohnen aufnehmen. Aber hier können wir sagen 20 Holz gegen 20 Ziegelsteine. Ich verstehe nur noch nicht so ganz, wie ich das hier richtig handeln kann. Weil hierfür müsste ich ja Einigkeit ausgeben. Und da bekommen wir die Produkte sofort. Ich würde aber gerne... Schiff ist zu stark beschädigt. Ah, geht nicht anders. Das heißt, wir müssen hier unsere Einigkeit ausgeben. Einigkeit ist eine besondere Ressource hier drin. Die wird immer wieder... Ähm... Die wird immer... Mein Gott, nee. Die wird immer wieder hergestellt. Je nachdem, wie zufrieden unsere Bevölkerung ist. Oder wie gesund unsere Bevölkerung ist. Und mit denen können wir dann Sachen machen, die wir ganz spontan dann holen. Zum Beispiel hier den Handel. Mit denen können wir auch ganz spontan Werkzeuge... Äh, nee, ähm... Fahrzeuge reparieren. Oder auch mal die Stimmung ein bisschen drücken. Also das ist quasi so unsere universelle Ressource. Deswegen sollte man immer ein bisschen Einigkeit haben. Die rettet uns vorm Game Over, ne? Ich meine, wer geht denn bitteschön in Aufbauspiel in Game Over? Das wäre da selber, als wenn ich in Highrise City nichts mehr machen könnte, weil ich kein Geld mehr hätte. Haha. Äh... Wir handeln mal die Ressource. So. Torga und Crow, moin an euch beide, hallo. Und ich, die Marike, vielen lieben Dank für dein Follower. Grüß dich, hallo. So. Damit haben wir dann schon mal für die Wartung was rangeholt. Dafür bekommen wir dann 20 Elektronik und 40 Konstruktionsteile einsammeln. Und hier 40 Ziegel und 40 Konstruktionsteile einsammeln. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir verschiedene Dinge machen. Aktivieren Sie das Eisenrezept, welches Eisenerz in Hochofen nutzt. Hochofen. Dort haben wir momentan nur Kohle und Eisenschrott. Guten Morgen, hallo. Ich grüße dich. Ich hoffe, du hast einen schönen Start ins Wochenende. Ähm, Eisenschrott haben wir natürlich nicht ewig lange, weil, auch wenn die Welt voll mit Schrott ist, hier drin ist sie nicht so lange voll mit Schrott. Tommy, guten Morgen, hallo. Grüß dich. Wunderschönen guten Tag. Ähm, das heißt, wir müssen in die Forschung reingehen. Keine Forschung. Rüber. Und haben dann, äh... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das müssen wir jetzt irgendwo freischalten. Werkzeuge. Herstellung. Kapitänsbüro. Da. Hm, Leuchtfeuer. Ziegelproduktion. Kleinlaster. Warte mal. Ist es hier drin? Gestein. Ach, hier ist ein Rezept. Da. Eisenerz. Kohle. Da ist es. Das Rezept. Das hier haben wir gesucht. Das wollen wir nämlich dann jetzt erforschen. Fahrzeug und Bergbau. So. Sind wir jetzt gerade mit bei. Dann brauchen wir... Achso, hier steht sogar... Da steht da drüber. Fahrzeug und Bergbau. Gehört aber nicht zu dieser Quest mit hinzu. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Und wir brauchen danach Leuchtfeuer. Können wir direkt einmal in die Warteschlange dazu packen. Leuchtfeuer. Und Bevölkerungswachstum bauen sie Unterkünfte an die existierende Siedlung dran. Dafür können wir einfach nochmal bei unseren Unterkünften hingehen und hier auf die Unterkunft. Und jetzt seht ihr, jetzt kann man hier wieder adaptiv einmal unsere Siedlung erweitern. Dass wir zum Beispiel sagen können, alles klar, wir bauen jetzt hier unsere Siedlung hin, damit noch mehr Leute hinterher bei uns wohnen können. Weil je mehr Leute bei uns noch freien Platz finden können, desto häufiger oder wahrscheinlich ist es, dass sie auch mal wieder zu uns kommen. Kann man Gebäude verschieben oder kann man diese nur neu bauen? Ich glaube, man kann die nur neu bauen. Man kann die, glaube ich, nicht verschieben. Das ist so ein bisschen wie in Faktorio dann in dem Fall. Damit man von vornherein sich einen Plan macht, wie man optimieren möchte. Ihr seht jetzt hier allerdings, wie jemand fast komplett neu in diesem Spiel ist und komplett neu hier drin anfängt. Gibt es auch Geburten? Soweit ich es verstanden habe, gibt es auch Geburten hier drin. Vielleicht kann da jemand, der ja schon deutlich erfahrener ist im Spiel, nochmal was dazu ergänzen. Vielleicht habt ihr da nochmal eine zusätzliche Info. Ach, guck mal, da sieht man Holz oben drauf. Aber jetzt mal ganz ehrlich, man kann jetzt natürlich halten, was man will von diesem Zeichen da oben drauf. Aber genau das ist das, was ich meine. Man braucht bei Aufbauspielen, Produktionsspielen, bei Wirtschaftssimulationen, braucht man Übersicht. Man muss das Gebäude auf den ersten Blick erkennen. Ich muss so über meine Siedlung drüber gehen. Wartet mal, ich mache es mal schnell vor. Ich muss so über meine Siedlung drüber gehen und muss im ersten Moment erkennen, welches Gebäude ist. Ist für mich ein fester Bestandteil davon. Definitiv. Also nochmal, hier so drüber und ich muss dann direkt erkennen, alles klar, wo sind meine Gebäude. Muss so. Muss so im Aufbauspiel. Das ist das Wichtigste. Und das wird so häufig unterschätzt, die Lesbarkeit bei Aufbauspielen. Einer der häufigsten Kritikpunkte, die die meisten Spielerinnen und Spieler, glaube ich, gar nicht so wahrnehmen, ist, dass ihnen die Lesbarkeit fehlt. Das wird dann häufig rübergebracht auf, ja, ich mag die Grafik nicht, ich mag den Stil nicht, ich mag das und das nicht optisch. Das ist im Grunde genommen, so was ich beobachten konnte, meine eigene empirische Studie, ist es meistens darauf zurückzuführen, dass die Lesbarkeit fehlt für die meisten. Deswegen nicht unterschätzen. Im Kapitänsbüro kann man Geburten ein- und ausschalten. Ah, okay. Geburten sind hier bei den 0,05. Ah, alles klar. Super. Das hier ist also die natürliche Geburtenrate mit dabei. Aber man kann es zerstören. Zerstören ist hier unten drunter. In Faktorio wird die Alt-Taste gedrückt und dann nie wieder abgewählt. Ja, genau. Bestes der Anime. Wunderschönen guten Tag. In Update 2 wird es bei dem Spiel auch farbige Rohrleitungen und Tanklager geben, die dann auch hier die Lesbarkeit erhöhen. Ja. Kann man die Schmelzen auch direkt mit der Montage verbinden? Meinst du so wie ein Faktorio ungefähr? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Du würdest aber... Du würdest aber, wenn du die Schmelze direkt damit verbindest, würdest du Platz herschenken, weil wir die, glaube ich, nicht genau da draufsetzen können, beziehungsweise weil der noch ein Feld nach links oder rechts hat. Ich glaube, damit will man vermeiden, dass man das direkt daran anschließen kann, sondern die Rohrleitung verwendet. Also wir würden eine Rohrleitung dann blockieren. Ich habe leider das Event-Command nicht eingerichtet. Neutronk, moin, grüß dich. Nichts kaputt machen. Dankeschön für deinen Sub im 19-Monat auf Stufe 2. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Alphanoop, hast du Zugriff auf Stream-Elements? Weiß ich gerade gar nicht. Walima, moin, moin. Mit den Rohrleitungen später kann man sie dann dran bauen. Achso, ja, das Dranbauen geht auf jeden Fall. Ranger und was kaputt machen. Event? Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, am Donnerstag, 18.01. Ab 16 Uhr gibt es das Fog-of-War-Strategie-Event. The Fogalypse Now. Strategie und ich haben uns überlegt, wir werden jetzt Fog-of-War ein bisschen mehr expandiert. Und neben Podcast wollen wir auch regelmäßig Strategie-Formate, Strategie-Events planen. Mit tollen Spielerinnen und Spielern mit dabei, die dann hoffentlich auch Spaß machen. Und das Erste ist natürlich das alteingesessene Civilization. Und dort haben wir dann Personen eingeladen, wie zum Beispiel Maurice, Nils, Just Giggles, Writing Bull, Steinwallen, Just Johnny oder auch Soon, die mit daran teilnehmen. Und wir uns mit neun Personen auf einer Europakarte mit wahren Startpositionen und vordefinierten Anführerinnen und Anführern die Köpfe gegenseitig einschlagen und gucken, wer hinterher die Zifokalypse überleben wird, weil wir nämlich auch im Apokalypse-Bodus mit der höchsten Umwelt- oder Katastrophenintensität spielen und auch ein paar mehr Sachen mit dazu gekommen sind. Das kommt am Donnerstag hier bei uns auf dem Kanal, bei jedem Einzelnen zum Beispiel auf dem Kanal. Hier, was ich mache, könnt ihr bei mir hier sehen. Würde ich mich sehr dann darüber freuen, wenn ihr mit dabei seid. Das wird ein sehr interessantes Ding werden. Demnächst Fog-of-War, der Energy Drink. Ich bin ja, also wenn es um Energy Drinks geht, dann bin ich ja eher der Trinker, der Max-Strategie-Ecke trinkt die ja nicht. Dankweiler. Shizuma einerseits gut, andererseits gute Besserung. Vor allem kann das in Verbindung zum Podcast hier richtig geil abgestimmt werden. Manchmal macht Ranger nicht nur irgendwelche komischen Sachen, manchmal hat Ranger sogar einen Plan dahinter, was er macht. Okay, wir warten jetzt darauf, dass Fahrzeuge und Bergbau dann gleich durch ist. Und ich habe, soweit ich das gesehen habe, können wir danach auch normale Fahrzeuge bauen. Das heißt, wir können auch die Auslastung der LKWs erhöhen. So, aber im Moment geht es eigentlich noch. Wir können uns auch eine gesamte Analyse angucken, wie viele Aufträge noch wo sind, wie viel hier noch benötigt werden wird, wie das in den letzten drei Monaten gewesen ist. Okay, aber wir werden wahrscheinlich hinterher noch ein paar mehr brauchen. Plan unser Ranger? Ja, klar. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir Fahrzeuge und Bergbau gemacht. Das heißt, wir können jetzt das Rezept hier drin ändern auf Eisenerz. So, Bild, Bild, Fahrzeugdepot. Ich meine, man muss ja sagen, dafür, dass es zwei Entwickler sind und das schon auf Deutsch übersetzt ist, ist es super. Also, dass hier Bild Fahrzeugdepot ist, finde ich gar nicht so schlimm in der Hinsicht. Gucken wir mal, Gebäude für Fahrzeuge, extra noch mit dabei. Können wir dann das Fahrzeugdepot bauen. Das Fahrzeugdepot setze ich dann beispielsweise hier hin. So, Fahrzeugdepot. Für den Dino-Fan vorhin übrigens, was? Ich dachte, der einzige Plan seien die Flachwitze. Auch das ist ein Plan. Mit Fließbändern verbinden sie automatisch zum Beispiel Eisenplatten im Montagen oder Lager. Ifang. Du hast aber Strom. Weil die mal der Name ist nicht cringe. Ich glaube es wohl. Das ist ein perfekter Name. Das ist ein geistiges Feuerwerk. Ein geistiges Feuerwerk war das. So. Jurassic World Evolution 2 ist gerade günstig. Ah, Algoi-Bus. Servus. So. Jetzt müssen wir uns hier einen kleinen Bagger kaufen. Den haben wir hier für Bergbau. Und zwei kleine Laster. Bauen Sie einen Bergbau-Kontrollturm nahe einer Eisenerz-Lagerstätte. Weisen Sie einen kleinen Bagger und Laster zu und weisen Sie Bergbaugebiete aus. Okay. Fahrzeugerreichbarkeit. Was ist denn das jetzt hier? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Zyrex. Dankeschön für deinen Follower. Sehr lieb. Bibo der Bagger. Solltet ihr Fahrzeugprobleme haben, dessen Ziel zu erreichen, weil es keinen geeigneten Weg gibt, könnte dies untersuchen, indem sie Navigationsanzeige einblenden. Jeder Fahrzeugtyp hat seine eigene Anzeige. Lastwagen die Konstruktionszeile liefern haben. Ja. Was auf jeden Fall sehr wichtig werden wird. Das habe ich schon gelesen gehabt. Das habe ich glaube ich wirklich schon gelesen. Wir können nämlich hier drin hinterher Brücken über die Rohrleitung drüber bauen. Das heißt, die kommen dann immer noch dahin. Oder wir können auch für unsere LKWs Rohre einfach hochlegen. Und wenn wir gerade bei Rohren hochlegen sind, wir können auch Rohre übereinander bauen. Also im Gegensatz zu Factorio ist es hier, dass wir auch dreidimensional nach oben bauen können und dadurch unsere Produktion ein bisschen besser halten können. Da gibt es ganz interessante Bilder mit hinzu, wenn ihr mal auf der Steam-Seite hinterher schaut. Also da ist einiges mit dabei. Da ist einiges mit dabei. Manchmal kann es vorkommen, dass Fahrzeuge stecken bleiben. Sie können ein Fahrzeug immer zurücksetzen, indem sie die Aktion zurücksetzen nutzen. Okay. Manchmal können Lastwagen wichtige Gebäude durch Hindernisse wie Gelände oder Gebäude nicht erreichen. Alles klar. Dann gehen wir mal zurück. Und dann drücken wir nochmal L. Das war ein super Tipp mit dem L. Und dann Eisenerz. Wo haben wir Eisenerz? Ach, hier drüben haben wir Eisenerz. Das ist ja passend. Das heißt, wir können dann hier hingehen mit unserem Eisenerz. So. Und werden dann bei dem Eisenerz hier einen Bergbau-Kontrollturm bauen. Der ermöglicht die Zuweisung von Baggern und Lastwagen zu bestimmten Bergbaubereichen. Nur zu ausgewiesenen Abbaugebieten. So. Das heißt, wir sagen dann zum Beispiel, dann packen wir den dann hier hin. Und dann können wir... Gut, Dankeschön für deinen Follow. Und Frank382. Wunderschönen guten Morgen an dich. Ich hoffe, dir geht es gut. Und können dann hier mit einem Bergbaugebiet festlegen. Und dieses Bergbaugebiet, auch da müssen wir darauf achten, wie wir das hier bauen lassen. Also es kann... Wir müssen... Wir müssen hier darauf achten, dass wir, wenn oben Ressourcen sind... Wenn oben Ressourcen sind, dass wir diese Ressourcen... Oh Gott. Wartet. F. Ein höher. Dass wir an diese Ressourcen rankommen. So. Wir müssen da ein bisschen hin und her experimentieren. Oh, guck mal. Das Zeichen des Wurmgebiets. Glück auf, glück auf, glück auf, der Steiger kommt. Und... So, jetzt einmal bitte alle das Steigerlied im Schätzigen, ne? Das klappt nicht. Hol. Warte mal. Wir gucken jetzt nochmal rein. Erst gerade, dann schräg. Erst gerade, dann schräg. So. Also erst gerade. Das ist halt auch eine Wissenschaft für sich, ne? Ja, immerhin. Da geht der Shad mit. Rayman, grüß dich. Mich irritiert immer noch die blaue Farbe bei dir auf einmal im Namen. Habt ihr für ein Ja gebraucht? Oh Gott. Oh Gott. Wir machen es mal so. Mal gucken. Ist ein cooles Lied. Ist das, äh... Ist vor allem... Alle Schalke-Fans wird das Lied bewusst sein. Das Lied kenne ich nicht. Ja, gut. Dann... Habt ihr alle Pech. So. Frank, dankeschön für deinen Follow. Dann beißen wir jetzt hier mit einem Bagger zu. Und zwei LKWs. Damit wir das auch hinterher transportieren können alles. Und dann müssen wir das Eisenerz verarbeiten. Aber die sind anscheinend noch nicht fertig gebaut. Jetzt folgen wir mal hier. Das hier ist Bodo mit dem Bagger. Buffer. Bodo mit dem Buffer. Bagr. Und wir fahren dem hinterher. Ah, geil. So kann man doch in die Zukunft fahren. So, ich mach mal eben das Fenster ein Stück auf. Das Fenster muss ich wirklich ein Stück aufmachen. Aber gar nicht so sehr, weil es hier drin warm ist. Ich stink einfach sehr hart. Deswegen hab ich das Fenster aufgemacht. Flubor, moin. Werden die bei der Foundation durch die Fahrzeuge angelegt? Werden die wie bei Foundation durch die Fahrzeuge angelegt? Ach, die Wege, ja. Genau. Aber in Update 2 hab ich gerade eben gehört gehabt. Im Chat wird es dann auch Straßen geben. Jetzt seht ihr, wie der das hier abbaut. Ah, du bist das. Pst. Schüttlager fürs Eisenerd schon gebaut. Ach, das braucht auch ein Schüttlager. Okay, das wusste ich nämlich zum Beispiel gar nicht. Und hier sehen wir dann, wie er es langsam abbaut. Schneid es da nicht rein? Ja, gerade bei uns. Draußen ist nur diesig. Also nebelig ist das Einzige, was bei uns ist. Das Leben im Pumakäfig. Also müssten wir dann hier. Aber wie definieren wir das? Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo ich dann gesagt hab, alles klar. Jetzt müssen wir uns hier gemeinsam reinarbeiten. Jetzt müssen wir gemeinsam gucken, in welche Richtung das Ganze hier geht. Weil, äh, oh, ich hab die Heizung so warm, dass es draußen vorm Fenster flackert. Oder es brennt. Also es gibt die beiden Optionen. Aber das wär doch auch was. Erst technische Probleme im Stream. Letzten Stream, ne? Der dann auf einmal sich manchmal aufgehangen hat. Und dann auf einmal ein Stream-Abbruch, weil es brennen würde. Ja, wird man damit berühmt? Das muss man halt mal gucken, ne? Hm, okay. Wir müssen das verarbeiten. Müssen wir das, müssen wir wirklich dafür einen Schuttbereich definieren? Wir folgen dem mal. Der fährt ja irgendwo hin. Der fährt ja irgendwo hin. Wir haben Leuchtfeuer in der Zeit erforscht. Sei es aber jeden Tag. Äh, pass auf, ne? Nicht zu nah. Okay, der verarbeitet das einfach direkt da drin. Dann ist in Ordnung. Dann ist in Ordnung. Wir bauen noch einen Kleinlaster. Und wir müssen jetzt ein Leuchtfeuer bauen. Starkes Licht hilft anderen Flüchtlingen, ihre Insel zu finden und sich ihnen anzuschließen. Dies kann ihnen helfen, mehr Arbeiter und zusätzlich etwas Beute zu bekommen. Den bauen wir uns dann beispielsweise hier hin. Ne? Wie so ein Leuchtturm. Schön nach vorne. Wobei, ich packe ihn lieber hier rüber. Ich weiß sonst genau hinterher, da ist wieder irgendein Problem mit dabei. Rise and Fall, einen wunderschönen guten Tag. Ich muss, wenn ich deinen Namen lese, muss ich immer an das Spiel denken. Rise and Fall. Kannst du das? Kommt dein Name daher? Das heißt doch so, ne? Rise and Fall. Was ist das Ziel des Spiels? Einfach eine möglichst gute Produktion aufzubauen, dass alle sich autark versorgen. Aber man kann natürlich auch hinterher, wenn man möchte, mit einer Rakete ein Weltraumprogramm starten. Das gibt es auch hier drin. Und ansonsten auch mit unserem Schlachtschiff hinterher losziehen. Das jetzt gerade noch gar nicht so schlachtschiffig ist. Rise and Fall ist doch ein Civ-DLC. Ich glaube, das ist nicht das, was ich meine. Kristalltor, wunderschönen guten Morgen. Wie lange hast du vor, Captain of Industry zu spielen? Heute oder insgesamt? Also, insgesamt kommt es ein bisschen darauf an, wie gut es auch bei euch ankommt. Natürlich, dieser Stream dreht sich ja darum, dass ihr unterhalten werdet und ich nicht einfach nur das spiele, worauf ich gerade Bock habe. Deswegen wäre heute und morgen geplant. Aber heute geht es noch ein paar Stunden. Wir haben ja gerade erst angefangen. Ich esse mal einen Harzer. Boah. Boah. Den habe ich damals, damals, als ich richtig sportlich und im Training gewesen bin und alles. Da habe ich mir eine Harzerrolle. Ja. Oh, nee. So. Okay. Die sind hier fleißig am Arbeiten. Dann haben wir jetzt gleich unser zweites Fahrzeug gebaut. Und warte auf die Ankunft für ersten Flüchtlinge. Machen wir. Verarbeite Eisenerz. Das hier machen wir noch nicht. Bergbau hat kein verfügbares Gebiet, in dessen Bereich abgebaut werden könnte. Dora hat keine Bäume zum Ernten. Wir nehmen erstmal Dora. Das ist jetzt einfacher. Wir nehmen nämlich das Baumerntegebiet und nehmen das einmal so hinzu. Mit Rechtsklick können wir das übrigens einfach entfernen. Das heißt, da müsst ihr euch auch keine Gedanken drum machen. So. Kammerrolle. Wunderschönen guten Morgen. Wo wir gerade bei Rolle sind. Ah, okay. Okay. Wer war Speer? Einen wunderschönen guten Tag. Und vielen lieben Dank für deinen Zap im achten Monat. Dank dir. So. Jetzt schauen wir mal. Bereich anpassen. Ambukonti. Wunderschönen guten Morgen. Ach so. Ja, klar. Weil wir hier keinen Bergbau... Warte mal. Was ist denn, wenn wir jetzt da draufklicken? Wir machen mal so. McLeod, moin moin. Wir gehen mal so an das Ganze ran. Und der arbeitet jetzt. Aber wir haben immer noch nicht das Eisenerz verarbeitet. Sie können die Eisenerzproduktion priorisieren, indem Sie das Eisenerzrezept in der Rezeptliste nach oben schieben. Ah. Ah. Alles klar. Der nimmt beide Rezepte gerade. Wir können den aber einmal nach oben packen. Und damit verarbeitet der jetzt definitiv beide Sachen. Jetzt haben wir aber Schlacke, die mit dabei produziert wird. Und die Schlacke müssen wir noch irgendwo hinbringen. Bevor jetzt die Dortmund-Fans auf einmal kommen. Höh, Schlacke bringen wir in die zweite Liga. Mache ich mal lieber den Witz selber, ja. Das ist ein Fußballwitz gewesen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, ist es nicht schlimm. Und für alle, die wissen, was damit gemeint ist, wir eh macht euch weiter darüber lustig. Bauen Sie eine weitere Montage, um Konstruktionsteile zu produzieren. Konstruktionsteile haben wir hier drüben. Das heißt, da werde ich jetzt auch nochmal unsere zweite Konstruktionshalle hinbauen. Dafür gehen wir einmal auf allgemeine Maschinen, Montage, drehen das hier zweimal, so, so, und bauen das dann hier hin. Gedrückt halten und hochziehen, grünes Aufschütten, gelbes Buddeln, wie grünes Aufschütten, gelbes Buddeln. Warum schüttet der auf? Habe ich aus Versehen das Falsche genutzt gehabt? Shift gedrückt halten und nach oben ziehen? Hä? Oder meinst du mit der Schräge dann? So. Nee, das ist es definitiv nicht. Hm. Jetzt kriege ich den da nicht weg. Jetzt. Okay, gelbes Abbau. Ja. Okay, gelbes Abbau. Das haben wir jetzt. Warum kriege ich den denn nicht mehr gedreht? Was? Wir kriegen den hier. Ich kriege das gerade nicht hin. Es wird frickelig. Ich glaube, das ist gar nicht so frickelig. Ich muss da nur einmal hinbekommen. Zwei gerade ist eine schräg. Zwei gerade, eine schräg. Zwei gerade, eine schräg. Ah. Eins. Zwei. Aber ich kriege den nicht mehr schräg. Benni, moin. Und Finn, Finn, ich bin dann ein wunderschönen Morgen auch an dich. Hell, grüß dich. Der dritte ist schräg. Ich glaube, ich bin doof. Hexe, wunderschönen Morgen. Wer nimmt das automatisch? Warte mal. Wir gehen mal hier rüber. Zwei. Ah. Und dann können wir mit Shift nach oben gehen. So. Jetzt haben wir es. Der hat hier drüben, da ist... Okay. Also, zwei gerade, eine schräg. Baut doch einfach den ganzen Berg flach. Nee, geht nicht. Warum nicht? Ich lasse das jetzt erstmal so laufen. Ich muss das... Ich glaube, ich muss das jetzt einmal sehen, warum das nicht geht, damit ich das verstehe. Seht mir das einmal an der Stelle nach. Ich muss jetzt einmal selber sehen, woran es da drin scheitert. Ich muss jetzt einmal sehen, woran es scheitert. Wir gehen einmal kurz rüber, bevor ich da nochmal hingehe. Wir machen einmal hier die Konstruktionsteile nochmal. So. Und wir haben die ersten Flüchtlinge dazu bekommen. Sehr schön. Davor schon einfache Dieselherstellung. Machen wir auch nochmal kurz im Hintergrund. So. Da kriegen wir auch die Ölpumpen dann raus. Bauen sie ein Stück Lager und weisen sie ihm Eisen zu. Bauen sie ein Stück Lager und weisen sie ihm Konstruktionsteile zu. Das heißt, wir gehen dann nochmal hier hin. Bauen uns davon nochmal zwei Stück. Eisen. Konstruktionsteile. So. Und verkippen sie Schlacke. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Was macht der jetzt? Jetzt baut der hier ab. Beschleunigen wir die Zeit ein bisschen. Jetzt ist die Frage, nehmt der es komplett weg? Was macht der jetzt? Also der baut es schräg. Oder kann er da nicht hochfahren? Der baut sie jetzt schräg ab, ne? Oder baut der das jetzt? So, Eisenerz haben wir verarbeitet. Schlacke wird verkippt. Das haben wir auch. Wir schauen einfach mal ein bisschen hin. Das hier müssten wir aufkippen. Kann das sein? Lass uns das mal aufkippen. Damit er da hochkommt. Das heißt, die fahren dann jetzt gleich hier rüber. Das heißt, jetzt gleich bringt einer dann Schlacke hier hin. Die verarbeitet wird. Bodo mit dem Bagger hat keine erreichbaren Ziele auf dem Gelände. Ah, und jetzt bringen sie dann die Schlacke zum Beispiel hier hin oder den Abfall dahin und fangen dann an, da aufzubauen. Okay. Den Turm kannst du sagen, was der aufschütten soll. Ah, alles klar. Okay. Das geht ja auch Schlag auf Schlag. Dann haben wir das jetzt im Heim. Dann haben wir das jetzt auch verstanden. Das ist ja, das ist ja super. Wir können das aber auch komplett, also das rutscht nach. Das ist ein echt frickeliger Teil. Tiger Yeti, grüß dich. Das stimmt. Aber finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also, das ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Neue Flüchtlinge sind mit dabei. Wir gehen wieder runter. Ich wollte nur mal kurz dafür erhöhen, das Ganze. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, oder müssen jetzt Siegelproduktion haben. auch nochmal anfahren. Das fangen wir jetzt auch mal mit an. Da gehen wir jetzt hoch. Da gehen wir jetzt hin. Bauen Sie eine Ölpumpe auf eine Öllagerstätte und verbinden Sie mit der einfachen Destillerie. Eine Öllagerstätte. Das heißt, wir nehmen die Ölpumpe, drücken L und dann wird uns Öl, wird uns, wie wird uns den Öl angezeigt? Schwarz. Da drüben haben wir Öl. Das heißt, wir gehen dann hier mit der Ölpumpe hin und dann fangen wir an, mal das Öl hier hinzusetzen. Das heißt, wir bauen jetzt zwei Ölpumpen. Dann werden wir, oh Gott, einmal F, damit die Seiten sich wechseln. Der braucht Kohle. Nochmal L. Wir setzen das dann einmal hier hin. Und dann fangen wir an mit unserer Förderstrecke. Die hier. Oldesloa, wunderschönen guten Morgen. Hi, ich hoffe, dir geht es gut. Bauen wir die einmal hier rüber. So. Okay. Bauen Sie ein Abwasserrohr nahe der Küste und aktivieren Sie ein Rezept zum Ablassen von Abwasser. Bauen Sie ein Abwasserrohr. So, das heißt, wir haben hier ein Abwasserrohr. Wie rum muss das denn hier? Das muss ins Wasser. Also einmal so. Und produzieren Sie Diesel. Entsorgen Sie Abwasser ins Meer. Das heißt, wir gehen jetzt einmal, hoppala, gehen jetzt einmal hier drauf. Der produziert jetzt Diesel für uns. Und wir erforschen die Ziegelproduktion. Gesundheit und Verschmutzung. Ihre Bevölkerung hat Gesundheit. Das ist das hier oben, was wir angeschaut haben. Wenn die Gesundheit positiv ist, wächst Ihre Bevölkerung und gibt Ihnen zusätzliche Einigkeit. Wenn die Gesundheit negativ ist, fängt Ihre Bevölkerung an zu schrumpfen. Wahrscheinlich, weil Sie, ne, Obi et Orbi, dann ist vorbei mit denen. Positive Effekte. Sie können die Gesundheit Ihrer Bevölkerung erhöhen, indem Sie ihr eine Vielfalt an Lebensmitteln, Wasser und Gesundheitsversorgung bereitstellen. Negative Effekte. Die Gesundheit Ihrer Bevölkerung sinkt, wenn Sie Verschmutzung abgeben. Luft oder Wasser. Die Verschmutzung auf Ihrer Insel ist global, sodass das Bewegen von Schornsteinen zu weiter von den siedlungen entfernten Orten nicht helfen wird. Auch interessant, ne. Das heißt, wir müssen uns insgesamt darum kümmern. Und dann sind wir wieder bei den Filteranlagen, die wir am Anfang besprochen haben, ne. Der Bergmann kommt von der Schicht nach Hause. Als er sich umzieht, ruft seine Frau erstaunt. Mann, Karl, dein linkes Bein ist doch ganz schwarz. Na nun, da muss ich wohl im Gedränge das Bein eines Kumpels gewaschen haben. Oh Gott. Wir schütten unseren Dreck ins Meer? Was? Wenn etwas eine Verschmutzung abgibt, wird das auf der rechten Seite der Rezeptansicht wie unten angezeigt. Krankheit. Ihre Bevölkerung kann an Krankheiten leiden. Es gibt Krankheiten, die einfach kommen und gehen und nicht vollständig verhindert werden können, auszubrechen. Zum Beispiel eine Grippe. Das Bieten einer Gesundheitsversorgung kann den negativen Einfluss von Krankheiten entscheidend reduzieren. Es gibt auch Krankheiten, die wegen schlechten Zuständen ihrer Siedlung, Wassermangel oder zu viel Müll auftreten. Okay. Und Dieselproduktion. Diesel kann produziert werden, indem Rohöl in einfache Destillerie destilliert wird. Um Rohöl zu fördern, bauen sie eine Ölpumpe auf eine Öllagerstätte. Wenn sie eine Ölpumpe zum Bau ausgewählt haben, werden sie schwarze Balken sehen, welche die Öllagerstätte anzeigen. Okay. Chris, wunderschönen guten Morgen und ihr Laden, wunderschönen guten Morgen. Ihr kleinen Industriegiganten. Kaffee schwarz wie die Nacht. Moin. Habt ihr übrigens mitbekommen, hier, ne, wo ich gerade Industriegiganten lese, habt ihr mitbekommen, dass Industriegigant 4 rauskommen soll? Na? Hat das jemand mitbekommen? Ist gerade in der Entwicklung, ist gerade in der Entwicklung. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist mit Industriegigant 2? Ja, äh, 3 meine ich natürlich, ja, gut. Also da freue ich mich tierisch drauf. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich habe mir überlegt, ob ich sogar Industriegigant 1 und 2 nochmal für unser YouTube-Format zeitlos gute Games von gestern spielen soll. So, die Ressourcenanzeige kann ebenfalls zu jeder Zeit eingeblendet werden, indem sie im Feld unten links umgeschaltet wird. Wenn das Produktionsgebäude ausgewählt werden, werden Symbole der Eingangs- und Ausgangsprodukte über den Anschlüssen angezeigt, sodass wir feststellen, wo die Produkte eingehen. Boah, Abfallprodukte. Jo, kommen wir hinterher rein. 3 einfach direkt überspringen. Ey, ich frage mich wirklich, wie kommt man denn da drauf? Lass uns mal Industriegigant 4 machen. Und was ist mit 3? Aber war immer ein Transport-Thycoon-Kind. Auch da habe ich mir überlegt, ich würde gerne mal wieder mit euch, das habe ich jetzt schon länger im Kopf, schon seit dem letzten Jahr. Ich würde gerne mit euch nochmal wieder ein Wochenende Transport Fever 2 spielen. Einen Samstag, Sonntag. Ich hoffe, dass wir da was finden. Heute, dieses Mal ist es ja Kempten of Industry. Nächstes Wochenende, ja. Ich habe mir sowieso überlegt, ob wir das Wochenende eher in Themenblöcke aufteilen. Also, dass wir den Aufbau Sonntag, wir haben ja jeden Sonntag ist unser Aufbau Sonntag hier, dass wir uns überlegen, Samstag-Sonntag-Session zu machen. Dass das dann immer zusammenhängt ist bei bestimmten Spielen. Kaffee, schwarz, wie die Nacht, danke schön für deinen Zappel. Ach, Monat, fast vergessen. Hör mal, alles gut. Vielen lieben Dank dafür. Komplex, also dann sollte es als langfristiges Projekt bei Ranger doch mal Anno 1800 geben. Ich habe Anno 1800, spiele ich in meiner Freizeit sehr, sehr viel. Aber nur im Stream, da müsste ich das... Ich glaube, das passt nicht zu meinem Konzept. Monatlich ein Brettspielabend. Der letzte war ja wieder genial. Ist momentan geplant, ja. Das wird dann aber ein YouTube-Projekt werden. Und ich überlege, ob ich das sogar für YouTube-Mitglieder... Ne, das mache ich nicht. Ich lade es einfach so. Und J.K., grüß dich. Angerius, der Reiche. Was gibt es denn hier? Der Kempten of Industry, der Hauptmann der Industrie. TWX, danke schön für den Zappel. Einen wichtigen zweiten Monat, danke schön. Wie viele Stunden hast du inzwischen in Anno? Ich habe gar nicht so viele. Ich glaube, ich habe nur 200 oder so. Ich habe gar nicht so viele. Weil ich am Anfang bei Release viel gespielt habe. Und dann hinterher erst wieder durch euch ein bisschen reingekommen bin. Viertel 2 als drittes Teil, das dritte Spiel gezählt. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. So, die haben jetzt keine Rezepte. Wir wollen jetzt hier Abwasser produzieren. Damit das Abwasser ins Meer entsorgt wird. Schön hier rüber. Können wir denn Rohr anschließen vielleicht? Eine Rohrleitung? Nö, das geht tatsächlich nicht. Sehr interessant. Produzieren Diesel, produzieren Abwasser. Und dann gucken wir mal, wo das Ganze hinführt. Wir haben im Lager jetzt auch einen Flüssigkeitsspeicher. Könnten wir dann nicht... Warte mal, der Flüssigkeitsspeicher. Ich habe eine Idee. Weil ich bin ja ein Fuchs. Ich bin ja ein Fuchs. Was ist denn, wenn ich jetzt hier hin packe? Ah, nee. Nochmal abbrechen kurz. Wenn ich das jetzt hier hin packe. So. Und da sehen wir übrigens auch, dass wir mit Einigkeit das Ganze schneller liefern können. Priorisiert liefern können. Und dann gehen wir einmal mit der Rohrleitung hier rüber. Schließen das da an. Und dann gehe ich einmal so hübsch wie ich bin mit der anderen Rohrleitung hier hin. Und schließe das an den Dieselgenerator. Dass wir uns gar nicht mehr darum kümmern müssen, dass der Dieselgenerator beliefert wird. Abwasser einfach im Meer klingt wie bei einigen Ländern heutzutage. Boah, ihr müsst euch mal angucken. Also dieses... Das fand ich ja bei Seven vs. Ich gucke Seven vs. Wild eigentlich gar nicht so sehr. Aber diese... Es gab so eine Staffel. Da habe ich mal ein paar Videos gesehen. Da waren die irgendwie... In den Tropen? Karibik? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich da Videos gesehen, wo die an dem Strand sind. Und Knossi war das. Genau deswegen hatte ich das gesehen. Wo dann einfach Unmengen an Plastikmüll da dran gespült wurde. Mitten auf irgendeiner Insel. Gut, keine Ahnung, wie einsam die Insel wirklich ist. Aber Unmengen an Plastikmüll. Panama. Ja, also das ist halt enorm gewesen. Das ist halt... Boah. So, damit haben wir jetzt den Flüssig... Ach, guck mal. Ist das unterirdisch? Oder füllt sie... Oder geht das höher? Unterirdisch. Gut, dann haben wir den jetzt hier dauerhaft versorgt. Das ist ja super. Dann haben wir jetzt schon mal die erste automatisierte Produktion hier mit bei. Einfache Destille benötigt eine Förderstrecke, um Abgas abzugeben. Das geht... Das geht mir auch so. Ich brauche auch meistens eine Förderstrecke, um Abgas abzugeben. Aber, ähm... Ja, egal. Reden wir nicht weiter drüber. Ähm... Wir könnten hier direkt einen Schornstein auch dran bauen. Machen wir doch einfach. Wir bauen einfach mal einen Schornstein dran. So. Panama ist noch keine Insel. Ne, ne. Aber die waren auf Inseln dort. Die fleißig wächst. Ist die nicht in China sogar? Ach, es ist wild. Es ist alles wild. Das muss man sich halt immer vor Augen führen. Da muss man sich mal angucken. Schon krass. So. Eine Forschung. Wir haben keine Forschung. Wir brauchen jetzt eine neue Forschung. Haben wir... Kriegen wir hier nochmal eine Mission dazu? Neue Flüchtlinge haben wir bekommen. 14. Die bringen auch immer was mit. Das ist ja nett. Hurra! Ziegelproduktion. The awesome duck bill. Dankeschön für dein Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Danke vielmals. So, mach den Turm aus. Welchen Turm? Unser Leuchtfeuer? Wieso denn das? Läuft doch gut. Sonst haben wir bald kein Essen mehr. Ach, das reicht noch. Guck mal hier. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Ja, wir werden jetzt mal, ähm, aber trotzdem nochmal bei der Lebensmittelhaltung, werden wir nochmal eine Farm hinbauen. Und ich glaube, ich würde gerne nächste Farm. Wie viel Platz brauchen die LKWs, um durchzufahren? Wie viel Platz brauchen die LKWs, um durchzufahren? Zwei Felder? Eins, zwei. So. Okay, dann haben wir nämlich jetzt hier zwei Felder. Die Felder müssen nicht auf Grundwasser stehen, wie sie reicht, oder? Äh, ich glaube ja, aber dann sind wir auf Regen angewiesen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn ich es richtig verstanden habe. So, das Abwasser wird dann hierüber entsorgt. Aber hier ist noch nichts angekommen vom Abwasser. Haben wir hier kein Abwasser drüben? Bauen Sie eine Ziegelei und verbinden Sie es für ein Rohr mit Regenwassersammlern. Ja, Regenwassersammler haben wir noch nicht. Die haben wir uns jetzt freigeschaltet. Das heißt, wir können uns jetzt Regenwassersammler bauen. Und das Ganze dann mit einem Rohr verbinden. Also sagen wir zum Beispiel, wir wollen jetzt hier unseren Regenwassersammler hinpacken. Rigo ist da ein wunderschönen Morgen. Ich hoffe, dir geht es gut. Hi. Das heißt nur, dass es darunter Grundwasser ist. Und dass man es mit Pumpen rausziehen kann. Ach so. Wir fahren, muss auf Gras stehen. Grundwasser macht nicht. Okay. Tom, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich hoffe, dir geht es auch gut. So, dann haben wir die miteinander verbunden. Und dann nehmen wir die Ziegelei als nächstes. Und die Ziegelei... Ähm... Tauschen wir einmal, dass wir die Rohranbindungen ändern. Ah, nee. Das müssen wir so lassen. So. Und dann werden wir die mit Rohren verbinden. Ich weiß, dass das hier nicht alles effizient gebaut ist. Ja? Das ist mir klar. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir das erste Mal hier reinspielen, dann ist das Wichtige, dass wir auch mal ein bisschen sehen hiervon. Und jetzt nicht uns im Kleinmal klein da drin verlieren. Deswegen ist das eigentlich ganz in Ordnung. Dann können wir hinterher immer noch optimieren. So. Kaiserle, wunderschönen guten Morgen. Genauso wie ein Diche WT-Borstie. Hallo. Kann man nur auf Erde bauen. Darf kein Stein drunter sein. Ist das ein Sandbox-Game oder gibt es eine Story? Das ist ein Sandbox-Game. Also es gibt eine Story im Hintergrund. Wir sind quasi mit dem Schiff gefahren, weil die Erde ist am Ende. Punkt. Also es gibt auch keinen Background dazu. Das ist quasi einfach nur so, yo, hab einfach Spaß, wenn du wissen willst, warum du mit einem Schiff auf einer Insel bist und deine Industrie aufbaust. Erde ist kaputt gegangen. Ende. Du musst alles neu erforschen. Bitteschön. Ist einfach nur so ein bisschen, damit man quasi das Szenario hat. Weil es gibt, das gibt es ja häufiger. Da müsst ihr euch auch selber an die Nase fassen, liebe Leute im Chat. Ich erinnere an New Cycle am Montag. Da ist natürlich immer, warum muss ich denn alles neu erforschen? Wir sind doch in der modernen Technologie. Wieso muss ich das dann wieder angehen? Und hier wird dann quasi gesagt, jo, ist halt alles kaputt. Dann einfach, ne? Fahne moin. Wie viele Stunden habe ich schon in dieses Spiel gesteckt? Ich glaube, wenn man zweitmaus playt. Es ist so gut, ne? Es ist so gut. Also so viele Leute hier bei uns im Chat sagen immer wieder, dass das Spiel grandios ist. Und an mir ist es komplett vorbeigegangen. Deswegen haben wir ja hier das Format unter dem Radar. Das hier ist das Spiel auch für unter dem Radar. Bei dem wir uns Spiele anschauen, die sehr gut bewertet sind, aber nahezu kaum Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Wir haben keine festen Kriterien dafür. Wir haben echt überlegt im internen Bereich, ob wir dafür feste Kriterien machen. Wir machen das tatsächlich eher so nach, nach Auslese. Und dieses Spiel hat nach den Jahren, die es draußen ist, nur in Anführungsstrichen 4000 Rezensionen. Und dafür, dass es zwei Entwickler machen, hat es meiner Meinung nach auch ein bisschen verdient, mal von uns betrachtet zu werden. Und deswegen gucken wir uns das heute an, liebe Leute. Deswegen gucken wir uns das heute an. TP nehmen einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Kannst du mir jetzt endlich mal anschauen? Joefai, grüß dich. Ja. Ja. Also, ich habe das auch nahezu kaum gesehen. Ich habe mal mitbekommen, dass es draußen ist. Ich habe das aber auch verwechselt. Es gibt ein Spiel, das heißt relativ ähnlich. Ähm. Ich... Das andere Spiel habe ich sogar. Aber dieses nicht. Das musste ich mir erst nochmal holen. Wie hieß es denn nochmal? Captain of... Das andere hat auch Captain of irgendwie. Das heißt, es ist auch noch im selben Genre, ist auch Aufbau mit Produktionsketten dabei. Ja, Rise of Industry. Ist es Rise of Industry? Ist Rise of Industry auf dem Planeten? Jens, einen wunderschönen guten Morgen. Bin aber mehr als 200 Stunden im Game und bin immer noch bei meinem ersten Run. Rise of Industry ist es, glaube ich, dann... Warte mal, lass mich mal kurz... Da ist ja auch das neue Old World-Deals hier rausgekommen, ne? Rise... Ja, Rise of Industry ist es. Ja, doch. Rise of Industry ist es. Aber es gibt noch ein anderes. Ne, warte mal. Es gibt noch ein anderes. Ah. Ich habe es mit Industry of Titan verwechselt. Das war das Spiel, was ich meinte. Industries of Titan. Es gibt Rise of Industry. Das hier ist Captain of Industry. Und ich meinte aber Industries of Titan. Flitzteufel. Wunderschönen guten Morgen. So, was ist mit denen hier vorne? Die kommen nicht mehr höher. Dann müssen wir auch nochmal genauer gucken, wie wir das hier machen werden. Deaktiviere den Lastwagenimport für das neue Diesellager. Deaktiviere den Lastwagenimport. Okay, das heißt, hier ist Import. Ausschalten. Dann kriegen wir wieder ein bisschen. Einsammeln. So. Erforschen Sie Schiffs-Dock-Reparatur. Damit wir unser Schiff dann reparieren können und noch mehr forschen können. Äh, noch mehr handeln können. Das haben wir hier drüben. Da können wir dann eine Werft bauen. Bash, gehen wir ja einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Hallo. Die Systembewertungen sind ja gruselig. Äh, von welchem Spiel? Ich habe mir das andere Spiel echt nie angeschaut. Muss ich sagen. So. Okay. Von dem Titan-Spiel? So schlimm? Boah, furchtbar. Okay. Okay. Der Bergbau, dass man halt, äh, echt in die Erde buddelt. Ja, das finde ich auch super. Weil man dadurch natürlich begrenzte Ressourcen hat, ne? Wir müssen hier nochmal schauen. Das ist jetzt nicht so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also gehen wir nochmal zu dem Verkippungsgelände hier rüber. Oh. Wow. Warum will der denn nach unten gehen? Warte mal. Okay. Mal schauen. Dann Kiri, moin. Was ist das hier? Neu und oder kopiert und alt. Äh, wie genau meinst du? Ob das von irgendeinem anderen Spiel kopiert? Das Spiel hier? Da müssen wir uns ein bisschen anschauen. Aber im Moment finde ich es schon recht einzigartig im Bereich, äh, in dem Bereich, wie der es kombiniert. Erste Mission, man hat alles gesehen. Na, Gott sei Dank haben wir uns das nicht angeschaut. Wir gehen mal noch weiter daran. Ich glaube, das wird auch nicht ausreichen, aber dann haben wir wenigstens schon mal ein Verkippungsgelände mit dabei, ne? So. Weitere Montage, um Elektronik zu produzieren. Wir bleiben mal da oben bei, dass wir hier die Elektronik weiter produzieren werden. Äh. Ähm, hier hin. So. Und dann einmal die Elektronik dorthin setzen. Zack. Haben wir dann. Ähm, und dann brauchen wir nochmal für Fahrzeugteile. Also direkt nochmal eine zweite Montage da hinterher. Zimmern. Kollision mit der anderen. Äh. So. Okay. Dann können wir nämlich hier hinterher festlegen, einmal die Elektronik. Elektronik haben wir hier. Und dann können wir hier nochmal festlegen, Fahrzeugteile. Wir könnten aber auch mehrere Sachen einfach in den Montagen anfertigen lassen. Und dann würden wir es priorisieren, indem wir dann die Rezepte nach oben oder unten verschieben, hier an der Stelle. Bauen Sie eine weitere Montage, haben wir auch gemacht. Schiffstock reparieren wir. Und wir müssen jetzt acht Ziegel produzieren. Da sind wir jetzt aber auch schon gerade mit dabei, ne? Wie höher hast du das Spiel gekauft? Das ist super, das. Hatten wir am Anfang gekauft und, äh, bis jetzt gespielt. Äh, Captain of Industry? Ne, Captain of Industry habe ich tatsächlich umsonst bekommen von den, äh, von den Entwicklern. Weil das so häufig von euch empfohlen worden ist, habe ich mich an die Entwickler mal gewandt. Und, äh, die haben ohne irgendwelche Probleme direkt gesagt, yo, Kollege Schnürschuh, hier, kriegst das Spiel. Ist ja nett. Ist ja heutzutage auch nicht mehr normal, ne? Dass man hier die, äh, die, die guten Spiele als Content Creator erhält einfach so. Ja, das reicht auf jeden Fall nicht aus. Das heißt, wir müssen einmal hier hingehen. Ich glaube, so sollte es gehen. Ah, mal schauen. Hast du das Supporter-Pack auch? Lohnt sich das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Walter Wende, wunderschönen guten Morgen. Das weiß ich nicht, ob sich das lohnen wird. Es kommt natürlich darauf an. Also, ich kann es nochmal sagen. Das Spiel ist ein Early-Exec-Spiel. Es wird von zwei Personen entwickelt. Und diese beiden Personen sind nicht nur Entwickler, sondern die sind auch gleichzeitig Publisher. Das heißt, sie sind ein reines Indie-Studio, was ja heutzutage selten geworden ist. Und, ähm, damit sie ihr Spiel weiter finanzieren können, das schon ein paar Jahre in der Entwicklung ist, haben sie sich für den Early-Access entschieden. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren. 2022 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Oder 21? Irgendwo da um den Dreh. Und, äh, wollten dann für mehrere Jahre auch im Early-Access sein. Das steht auch transparent mit drin. Ihr müsst immer darauf achten, wenn ihr Early-Access habt, steht in der blauen Box auch immer drin, wie lange sich das da drin befinden soll. Ähm, das heißt, entweder, also einerseits dürft ihr nicht verwundert sein, wenn es eine bestimmte Zeit da drin ist. Andererseits könnt ihr dem Entwickler sagen, hier, Kollege, da startet aber so und so viel Zeit drin. Nichtsdestotrotz wollten die dann halt einfach ihr Projekt noch ein bisschen entwickeln und brauchten dafür finanzielle Unterstützung. Und die Supporter Edition ist quasi, ich glaube, da kriegt man noch ein paar Gebäude mit dazu, aber unterstützt halt den Entwickler einfach. Ich glaube, da bekommt man, ähm, 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 ja, so Denkmäler. Ich glaube, die Freiheitsstatue oder sowas. Also reale Sachen. Muss dann jeder für sich selber entscheiden. Also mit der Standard-Version fährt man am Anfang gut, um das Spiel spielen zu können. Da ist alles drin. Ähm, nur wenn ihr sagt, ich will dir noch ein bisschen mehr dazu tun, dann könnt ihr das so machen. Alter, wenn der wunderschönen guten Morgen. Wenn das mal nicht ins Meer geschwemmt wird. Wir können auch hinterher anfangen, am Meer aufzukippen. Also wir könnten hier drüben hingehen zum Beispiel. Oh, oder, okay. Aber, aber später. So. Seit Mai 2022. Okay, seit zwei Jahren. So. Einige Bergbaugebiete befinden sich außerhalb des Wirkungsbereichs der Bergbauturms. Die LKWs sind stark ausgelastet. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier hin und baue... Ich baue mir nochmal zwei LKWs, weil die sind wirklich sehr stark ausgelastet. Wir produzieren dann jetzt noch Ziegel. Seven Decks, grüß dich. Hast Railway Empire 2 gespielt? Und wenn ja, was hältst du davon? Railway Empire 2 war meine Enttäuschung des Jahres 2023. Also es war bei mir auf Platz 5 meiner Flops 2023. Weil es für mich zu viel automatisiert hat. Ich habe gehört, dass es mit den Updates dann besser geworden ist. Muss man auch fairerweise dazu sagen. Habe es mir dann aber selber nicht mehr angeschaut, weil... Ja, weil es mich enttäuscht hatte. Es soll aber mittlerweile deutlich besser geworden sein. Habe ich von verschiedenen Personen jetzt gehört. Jetzt müsste es gehen. Auf diese Art und Weise. So. Was stand auf Platz 1? Company of Heroes 3. Okay. Einsammeln. So. Das heißt, Reparaturwerft bauen. Neue Flüchtlinge. Schiffsstockreparatur ist durch. Schließen wir jetzt erstmal. Reparieren sie die Werft. Reparieren. Okay. Damit reparieren wir die. Produzieren sie Ziegel. Wird immer noch nicht produziert. Warum nicht? Was brauchen wir? Erde, Kohle, Wasser. Und Erde müssen wir wahrscheinlich abtragen. Kann das sein? Erde müssen wir wahrscheinlich abtragen. Wo ist denn der... Wo ist denn hier der Bagger hin? Wo ist denn Bodo mit dem Bagger? Ach, der holt sich Kraftstoff. Na gut. Konnte nicht alle Kartoffeln nach der Ernte lagern. Okay, also brauchen wir auf jeden Fall hier nochmal ein Lager mit dazu. Lager? Stück Lager. Und dann einmal... Hier hin. So. Und da wollen wir dann Kartoffeln lagern. Das geht nicht. Da können wir keine Kartoffeln drin lagern. Okay, das heißt, das lassen wir jetzt mal kurz weg. Ist das eine Müllauffahrt? Ja, damit wir was damit machen können. Ziegelsteine stellst du nur mit Erde her. Die holen wir uns jetzt. Erde, Wasser, Kohle, Luft. Der Ranger geht gerne in den Supermarkt. Was? Der hat eine Baggerin kennengelernt. Du baggert sie jetzt an. Boah! Kartoffeln sind schüttgut. Shadowhunter, grüß dich. Kartoffeln sind schüttgut. Ähm. Wir... Wir wollen das mal hier abbauen. Dafür brauchen wir aber auch wieder ein Bergbaulager. Hm. Hm, 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 hm. Ich baue nochmal einen Bergbauturm hier hin. Und wir könnten sogar eine weitere Werft bauen. Naja, Bergbaukontrollturm. Einmal hier hingebaut. Etwas ist im Weg. Ja, der Baum. Und dann werden wir uns nochmal einen Bagger holen. Wir können auch den Bereich anpassen. Ah! Ah, okay. Ja, warte mal. Dann werden wir den Bereich wirklich anpassen. So. Und dann bauen wir uns jetzt nochmal einen Bagger hier raus. Spiel wir Empire 2 nur auf Experte, beziehungsweise ohne Gegner und Aufgaben. Das bringt Spaß und Anspruchs voll. Wenn man etwas länger so spielt, hat man viel zu tun. Also mich hat schon gestört damals... Aber das ist ja auch mittlerweile geändert worden. Ähm, damals, dass, äh... Ist das ein echtes Bild von Müll? Dass man die, ähm... Die Signale nicht setzen konnte. Mittlerweile geht das ja. Das war für mich so eine entscheidende Sache. So. Forschung geht nicht weiter. Ich weiß. Bisschen zurückhaltend mit dem Backseat Gaming. Habe ich ja gesagt. Da haben wir jetzt erstmal schließen. Wir haben ja noch nichts Neues ausgewählt. So. China Tiger. Wunderschönen guten Morgen. Zu nachts schlafender Zeit. Ist ja... Ist ja gleich schon Streamende. Ne, so schlimm ist es nicht. Gaios sind wunderschönen guten Morgen. Wir reparieren mal das Schiff. So. Und dann wieder zu. Also ich bewundere dich. Ich habe das vorgesternes Spiel nochmal ausprobiert. Und wollte Kampagnen spielen. Aber ehrlich, ich finde es so langweilig, dass ich lieber Transport Viva 2 spiele. Aber das ist ja die Subjektivität. Da hat ja jeder... Das ist ja das Schöne. Jeder kriegt da ein Spiel für sich. Strategiehamster und ich haben sowieso einen recht ähnlichen Spielgeschmack. Habe ich immer das Gefühl. Immer wenn ich Spiele gut finde, dann ist meistens Strategiehamster okay. Ja, kann man sich angucken. Und wenn ich Spiele nicht so gut finde, dann ist auch Strategiehamster meistens. Ja, ne. Ist nicht so meins. Müsste Kappen auch mal wieder anwerfen. Ist inzwischen ein wenig was dazugekommen. Und da soll demnächst ein Update 2 rauskommen. Habe ich noch gehört, ne. Ist mein erstes Spiel dieser Art. Also gerade für Einsteiger kann ich mir das sehr gut vorstellen. Äh, Ray Ray Empire 2. Wir wollen hier schon mal zwei LKWs zuweisen dann auch. Ne. Wir brauchen dann aber nochmal... Zwei Stück haben wir ja gebaut, ne. Den bauen wir auch noch. Ich baue trotzdem nochmal zwei Stück davon. Zusammen. Kann ich mir das hier irgendwie größer anzeigen lassen? Also außer das hier kann ich mir ja mehr Ressourcen anzeigen lassen. Weil da drüben fehlt ja... Hm. Konnte nicht alle Kartoffeln erden. Die Pinnadeln. Ah, okay. Mit der Stecknadel. Alles klar. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Super. Ähm. Das hier nehmen wir mal mit dazu. Wasser. Aber sonst brauchen wir jetzt gerade nichts. Ich habe mich das nur gefragt gehabt einmal. Vor allem konnten nicht alle Kartoffeln erden. Kleiner Star haben keinen kompatiblen Bagger. Der kommt ja noch. Schiff wurde vollständig repariert. Haben wir. Bagger ist fertig. Das heißt, wir gehen jetzt einmal rüber. Zu unserem Bergbauturm. Packen den Bagger mit hinzu. Und irgendwas hat kein Bergbaugebiet. Achso. Ja. Bergbaugebiet. Wir müssen natürlich noch einen Bergbau betreiben. Das heißt, wir werden jetzt einmal hier reinbaggern. Und ihr habt ja gesagt, man kann... Oh! Ne. Warte mal. Da machen wir uns eine Rampe gerade mit. Das wollen wir nicht. Sondern wir wollen hier auf einer Fläche bleiben. Ihr habt ja gesagt, das ist möglich. Also versuchen wir das doch mal. Weil das ganze Zeug nachrutscht. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Und auch verschieben kann man es. Oh! Sehr cool. Sehr cool. Hier oben sehen wir die allgemeinen Wartungs... Oder der allgemeine Durchschnitt der Wartungsnotwendigkeit. 93% ist jetzt im Moment gegeben. Flüchtlinge haben wir noch da. Ich glaube, jetzt mache ich wirklich mal das Ding hier langsam aus. Wir pausieren das mal. Weil wir bekommen jetzt immer mehr dazu. Jetzt wird es doch mit dem Essen ein bisschen knapper. Wir haben jetzt die Ziegelproduktion fertig. Das heißt, wir haben jetzt auch Erde hergestellt. Das können wir einsammeln. Die Erde... Wo haben wir die Erde rausbekommen? Wahrscheinlich hat der zwischendrin Erde gehabt, ne? Und füllen sie das Schiff mit Diesel. Haben wir. Ist doch gefüllt. Und weisen eine Mannschaft zu. Das heißt, wir weisen eine Mannschaft zu. 15 Leute. Und erkunden den ersten Standort auf der Weltkarte mit dem Schiff. Dann haben wir jetzt erforscht die Kupferveredlung. Da werden wir uns jetzt als nächstes hinbewegen. Kupferveredlung. Da werden wir nach und nach durch das Tutorial durchgeführt. Ich bin mal gespannt, wann das Tutorial enden wird. Richten sie ein Bergwerk für Kupfererz ein und bauen sie Kupfererz ab. Da schaut man gerade Anno 1404 und dann sieht man auf Twitch, dass er Ranger live ist. Ja, da macht man eben eine Pause von Anno. Ja, Corvinius. Ich grüße dich. Hallo und wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, dir macht das Anno-Video Spaß. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Er ist da meine Liebe für Foundation gefunden. Gott, ist das Spiel gut geworden. Ja, ne? Ja, ne? Wie ist dein erster Eindruck in Bezug auf den, ähm, auf Einstieg in das Spiel? Ähm, es ist komplex. Es fordert schon so ein bisschen, ein bisschen Hirnschmalz. Bei mir ist es so, wenn ich diese Sachen baue und sehe, dass da unterschiedliche Anschlüsse dran sind, mache ich mir schon Gedanken, wo kann ich das jetzt hinbauen? Und mich stört ein bisschen, dass ich jetzt noch nicht weiß, wo ich es hinbauen kann. Aber es macht sehr viel Lust auf mehr. Es hat so einen Erkundungsdrang. Also ich will wissen, wie ich das hier weiterbauen kann. Wie ich noch mehr verbessern kann und habe richtig Lust auf große Produktionsketten. Also im Moment ein positiver erster Eindruck, den ich vom Spiel habe. Also, Jankiri, du sagst, ich sollte nochmal Railway Empire 2 reinschauen. Würde sich das nochmal lohnen? Diesel braucht der 80 Liter und am besten mit dem Rohr verbinden. Wer jetzt genau? Das Schiff? Warte mal, aber das Schiff ist doch voll, oder? Stimpack, danke schön für deinen Follow. Ach, das ist das Leben. Ja, Moment, wartet mal. Dann machen wir das doch auch so. Dann machen wir das doch so. Wir gehen mal auf die Förderstrecke. So. Dann bauen wir einmal die Förderstrecke. Können wir die auch unterirdisch bauen? Unterirdisch geht nicht, aber wir können die hochbauen. So, dann gehen wir einmal hier rüber. Wir müssen dann an dieses Viereck hier. Ah, ah, da hin. Ja, Mist. Ist das jetzt hoch genug? Ist das jetzt hoch genug? Nee, ich glaube, die müssen zwei hoch, oder? Ach, Mann, ich weiß es nicht mehr. Wir machen es mal zwei hoch. Wir machen es mal zwei hoch. So, okay, jetzt haben wir es verbunden. Graben buddeln und dann ein Rohr reinlegen. Ich glaube, das geht nicht mehr, oder? So weiß ich nicht. Du musst einen Dieseltank mit der Werft verbinden, wenn ich den Anschluss an der Werft richtig deute. Okay. Wir haben jetzt mal hier das Ding angeschlossen und hoffen mal, dass es dann ausreichend ist. Wir haben das jetzt mal zwei hoch gemacht. Ich glaube, zwei reicht eher aus als eins hoch. Und dann gehen die mal dahin. Aus Versehen Seelen anstatt Diesel getankt. Da sind wir in Warhammer 40k. Seelen, habe ich... Was habe ich jetzt aus Versehen? Huch. Habe ich aus Versehen Seelen mitgenommen? Mist. Wenn du auf den Truck oder Bagger gehst, hast du einen Button, wo du siehst, wo die langfahren können. Einen Button, wo ich sehe, wo die langfahren können. Er kann unter Förderstrecken mit einer Höhe von zwei oder höher hindurchfahren. Das heißt, das hier zählt, weil das nämlich zwei ist. Ja. Okay. Aber hier nicht drunter, weil das nämlich nur eins ist. Sehr schön. Kannst du auch eine kleine Brücke übers Rohr legen. Dann können die anderen Fahrzeuge drunter, ne? Weil ich glaube, nur die LKWs können hier drunter durchfahren, ne? So, der wird jetzt also betankt. Zumindest hoffe ich das jetzt mal. Wir wollen hier mal vollhalten mit 80. Unter Welterkundung haben wir jetzt. Mit Ihrem Schiff können Sie die Weltkarte erkunden. Sie können Vorräte für Ihre Insel, andere Siedlungen zum Handeln, Minen zum Erschließen und weiteres entdecken. Und mit der Erkundung zu Beginn öffnen Sie die Weltkarte. Während Sie ein Ziel aus und erkunden. Sobald das Schiff ankommt, beginnt es mit der Erkundung. Dauert einige Zeit, ja. Alle Produkte, die Ihr Schiff mitbringen, werden automatisch in die Werft entladen. Stellen Sie nur sicher, dass die Werft genug freien Platz hat. Sie können Leerhalten auswählen, um Ihren Lastwagen in den Befehl zu geben, den Komplettfracht von hier zu nehmen. Ja, Schiffsreichweite und Kraftstoff. Das Schiff benötigt Kraftstoff zum Reisen. Das Erkunden eines neuen Orts benötigt weiteren Kraftstoff. Ja, warum das war... Ja, okay. Feinde und Seeräuber. Einige Gebiete können von Feinden oder Piraten besetzt sein. Sie können dieses Gebiet nicht durchqueren oder erkunden, wenn Sie die Piraten nicht vorher besiegen. Wenn Ihr Schiff nicht bewaffnet ist, wird es automatisch versuchen zu entkommen. Andernfalls beginnt der Kampf. Schiffsverbesserung und Waffen. Viele Komponenten des Schiffs können hinzugefügt oder verbessert werden. Verbesserungen werden in der Werft durchgeführt. Die Werft bereitet alle erforderlichen Komponenten vor, unabhängig davon, ob das Schiff angedockt ist oder nicht. Sobald die Verbesserungen vorbereitet sind, werden sie automatisch angewendet, wenn das Schiff eintrifft. Alles klar. Spiele, verstehe. Verstehe. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf die Weltkarte zurück. Wie komme ich auf die Weltkarte? Einmal hier drüber? Nee, hier drüber. Hier drüber. Oder Handeln mit Dorf. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel hier hinklicken. 202 Kilometer. Wir gehen mal hier in 196. Das müssen wir noch erkunden. Erkunden drücken wir jetzt. Ah, jetzt sehen wir, wie das Schiff wegfährt. Dalima, dankeschön für deinen Follow. Sehr lieb von dir. Dut, dut. Das Schiff. So heißt es. Hat der Eisbrecher vorne dran oder was ist das? Tschüss Schiff. Macht es gut. Wir werden uns nie wiedersehen. Praktisch spiel ohne Gegner und keine Aufgaben. Dann sollte man schwierig spielen für den Geist und langfristig Städte groß wachsen und nach Gleise verbinden. So ein Screenshot bzw. Video zum Anschauen ist doch schön. So. So, Guka. Wunderschönen guten Tag. Ich schütte mir mal eben kurz einen Tee ein. Ich bin mittlerweile ein richtiger Teetrinker geworden. Ich habe gesehen, Teekanne macht jetzt auch Social Media. Teekanne Sponsoring. Wann? So. Unterwegs ist das Schiff. Je weniger hier ist, desto näher sind sie wahrscheinlich da dran. Kupferveredelung erforschen wir gerade noch. Und dann richten sie ein Bergwerk für Kupfererz ein und bauen sie Kupfererz ab. Das heißt, wir gucken nochmal hier dran. Kupfererz. Welches Kupfererz ist so ein Türkis? Ach du Scheiße. Das ist da drüben. Ist ja voll weit weg. Ist ja voll weit weg. Dann müssen wir mal schauen, dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Auf jeden Fall werden wir dann hier. Ich finde das Menü ein bisschen unübersichtlich. Gebäude für Fahrzeuge, Bergbau, Kontrollturm. Ist jetzt nicht so das erste, wo ich drauf kommen würde. Vielleicht gewöhnt man sich da dran. Ja, das kann gut sein. Aber intuitiv ist es jetzt von Anfang an noch nicht so direkt. Schnudelober. Hu, grüß dich. Hoffe dir geht's gut. Hi. Und dann können wir nämlich da hinterher das Bergbaugebiet definieren. Aber wir brauchen dafür auf jeden Fall nochmal ein Bagger und zwei LKWs, damit die hinterherkommen mit dem ganzen Zeug. Erkunde auf der Weltkarte. Bauen sie einen Hochofen mit einem Metallgießer und einem Schornstein und aktivieren sie das Rezept für Kupfererzverarbeitung. Kupferschrott und dann haben wir hier Kupfererz. Aber auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Bauen sie Kupfer-Elektrolyse und verbinden sie es mit Regenwassersammlern. Bauen sie Kupfer-Elektrolyse und verbinden sie es mit einem Hochofen mit einer Metallgießerei. Bauen wir das hier drüben hin. Hochofen. Ja, hier hin. Dann gucken wir nochmal mit der Förderanlage. So. Da würde ich dann jetzt aber schon gerne eine Rampe dran bauen. So ehrlich muss ich sein. Kupfererz. Kriegen wir denn die Rampe da dran? Haben wir die schon irgendwie erforscht oder müssen wir die verkippen? Ich glaube, das haben wir doch gar nicht erforscht, ne? So, das heißt, danach gehen wir dann einfach an die Metallgießerei einmal dran. Gehen dann hier rüber. Und werden dann einmal sagen, Metallschmelze. Metallschmelze. So. Den haben wir ja super gebunden bekommen. Sag mal. Den hier wollen wir dann nochmal, um Gottes Willen. Sag mal. Das ist jetzt wohl nicht wahr. Halt. Stopp. Ich mach das extra. Ich mach das extra, damit wir hier gleich einen gemeinsamen Nenner finden. So. Okay. Puh. Muss mal aufs Töpfchen. Äh. Fachfrage. Jedes Mal, wenn ich AuPera auf einem anderen Monitor einen Spiel wechsle, hält bei mir der Twitch-Stream an. Ranger wird zum Schweigen, verdammt. Weiß einer, woran das liegt? Früher ging das immer problemlos. Manchmal macht Twitch so komische Updates mit dazu. So. Haus Lumpi. Wunderschönen guten Sonntag. Hallo. Äh. Samstag meine ich natürlich. Ein Sonnabend. Ein wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ich muss aber auch einmal ganz kurz aufs Töpfchen drauf. Ja. Deswegen werde ich euch mal hier eben kurz an den Bagger dran packen. Ihr guckt euch jetzt mal eben den Bagger hier an. So. Ich hoffe, dass das hier läuft. Und dann gehe ich jetzt einmal ganz kurz eben ums Eck. Ja. Ich bin sofort wieder da. Bin sofort zurück. Wir sehen uns dann sofort wieder. Ja. Jetzt fährt der hier nicht mit dem Bagger mit. Jetzt fährt er mit dem Bagger mit. Bin sofort zurück. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Bergbau-Kontrollturm hat kein verfügbares Gebiet. Wir müssen uns das insgesamt jetzt nochmal anschauen, das Ganze. Wir haben jetzt einmal die Welt erkundet. Ne. Wir gehen jetzt mal nach und nach vor. Wir dürfen uns jetzt nicht mehr so viel hiervon leiten lassen. Wo ist denn unser Schiff, wenn das jetzt gerade keine Aufgabe hat? Standort erkundet. Unser Schiff hat Örbo... Örbole-Insel. Örbole-Insel. Örbole-Insel gefunden. Gummi, Kupfer und Fahrzeugteile. Neue Entdeckung. Meeresbohr-Technik. Hurra! Ach, und von da aus kann man da noch weiter gehen sogar. Gut, dann geh mal da oben hin. Als nächstes. Wir gehen nochmal zurück. Himbeer-Toni. Dankeschön für dein Follow. Sehr, sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Wir müssen uns jetzt insgesamt mal hier neu strukturieren. Das ist mir jetzt gerade hier zu unübersichtlich alles. Wodrin können wir denn Nahrungsmittel speichern? Wodrin können wir denn Nahrungsmittel speichern und haltbar machen? Hier haben wir noch ein Lager. Schüttgut-Lager. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich gesucht habe. Oh, hier ist die Fahrzeugrampe. Wir holen uns erstmal die Fahrzeugrampe. So. Erstmal Zucht und Ordnung reinbringen. So sieht's aus. Ja, Zugucker versteht mich. Zugucker versteht mich. So, und dann können wir nämlich den Bereich, den wir definieren wollen, können wir dann einmal hier hinsetzen. So. Dann wollen wir einmal, oh, ein Bagger, zwei Stück davon hinsetzen. Und dann fangen wir jetzt mal an mit dem Bergbaugebiet. Allerdings ohne eine Rampe, sondern wir bleiben flach. Und fangen dann an, hier drin zu bauen. So. Habe die letzten sieben Tage bestimmt 24 Stunden Content angeguckt. Viel Spaß heute. Vielen lieben Dank. Das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören. Schön, dass es dir gefällt. Macht richtig Laune, vor allem, wenn man hinten beim Uran angekommen ist. Es gibt noch Uran? Halb eins, grüß dich. Ja gut, wie sollten wir sonst ein Atomkraftwerk befeuern, ne? Glückwunsch zu den 12.000. Dankeschön. Welchen? Ach, du meinst die Follower? Ja, dankeschön. Dankeschön. Haben wir jetzt schon ein bisschen zusammen, tatsächlich. Sargenstein, dankeschön für den Zapfen im 22. Monat. Moin, grüß dich. So. Also, Montage haben wir uns dann erstmal richtig zusammengestellt. Auch die Ziegelei. Die Ziegelei braucht noch Kohle. Wir haben aber noch keine Förderbänder. Die müssen wir immer noch zusammenpacken. Gebäude auf der Weltkarte. Aha. Schüttgutlager war, glaube ich, auch für Kartoffeln. Also, ich konnte da keine Kartoffeln auswählen. Leider. Wenn Sie zum ersten Mal eine Mine entdecken, müssen Sie sie reparieren, bevor Sie sie ausbeuten können. Ausbeuten ist so ein großes Wort. Ich würde eher sagen... Befreien? Befreien. Demokratisieren. Also, lesen wir das einfach anders. Müssen Sie... Wenn Sie zum ersten Mal eine Mine entdecken, müssen Sie sie reparieren, bevor Sie sie demokratisieren können. Wählen Sie dazu das Minensymbol auf der Karte aus und klicken Sie auf Reparatur beginnen. Die Werft wird nun die Möglichkeit haben, die Vorräte zu laden, siehe zur Reparatur dieses Gebäudes erforderlich sind. Sobald Sie geladen sind, müssen Sie von Ihrem Schiff geliefert werden, um mit der Reparatur beginnen zu können. Sozialistisch umverteilen. Das gehört mir mehr. Das gehört mir mehr. Das gefällt mir mehr. Gebäude in der Welt haben ein Konfigurationsfenster, wenn Sie auf der Weltkarte ausgewählt werden. Ah, okay. Ja gut. Aber mehr müssen wir uns da jetzt nicht anschauen. Wir wollen ja auch ein bisschen selber erkunden. Wir müssen uns ja jetzt hier nicht alles vorkauen lassen. Kupferveredelung ist durch. Da haben wir auch schon mit angefangen. Die kümmern sich darum. Synthetisches Gummi ist das Nächste. Umwandeln. Kapitalistisch kommerzialisieren. Ich merke, ohne Brille sehe ich gerade schlechter. Ich habe jetzt auch mal das Fenster zugemacht. Ich dachte, hier gibt es nur El-Präsidenten. Pst, die müssen das ja alle denken. Rimi Ralu, ein wunderschönes Hallöchen an dich. Alter, was ist jetzt? Alarm! Alarm! Tut, tut, tut! Alle auf Gefechtsstationen! Holt das Byteboard! Backbootschiff! Rettet den Kapitän, der verlässt das Schiff zuerst! Alle weg aus dem Weg! Ich muss hier raus! Was ist denn jetzt? Was passiert? Niederlage! Wie Niederlage! Reddaskon, du bist schuld! Wegen die haben wir jetzt verloren! Toll gemacht! Leiden ist ein Pirat! Juhu! Kampf! Ja, da haben wir jetzt natürlich... Wir haben ja auch kein Schiff mit Waffen. Also von dem her ist eigentlich, ja... Im Grunde verschieben an für Rohstoffe sinnvollere Orte. Ja! Ja, auch das ist richtig. So, hier drüben wird Kupfer abgebaut. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier einzeln vor. Das, also dieses Menü ist aber wirklich unübersichtlich. Der beißt nicht. Moin und Dankeschön für deinen Zapp im dritten Monat. Vielen lieben Dank. Äh, wir können ja nochmal kurz gucken. Aus unseren Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen! Ich habe den Gegner extra angeschrien! Extra stark angeschrien sogar! Okay, ja gut, das ist in Ordnung dann. Ähm... Wir können leider keine Kartoffeln da reinpacken, ist das Problem. Kühlerei, Hochofen, Metallgießerei, Kupferelektrolyse. Ich bin nicht zufrieden mit der Positionierung von denen. Muss ich jetzt mal echauffierenderweise feststellen. Ich bin nicht zufrieden mit der Positionierung von den ganzen Sachen hier. Und wie wird das Abwasser hier rausgelassen? Auch das verstehe ich immer noch nicht. Hoppala. Ne, halt. So, einmal zurück. Bauen Sie eine Elektrolyse und verbinden Sie mit Regenwassersammlern. Das heißt, wir brauchen den Regenwassersammler von hier hinten. Brauchen wir dann auch nochmal hier vorne. Oh, Gottes Willen! Seht ihr? Ich hab's doch gerade eben noch gesagt, ich bin nicht zufrieden damit, wie wir das jetzt gerade eben hier gemacht haben. Das heißt, wir machen das jetzt mal so. Zack. Und dann werden wir einmal zack, zack, zack. Ich fange schon wieder an bei diesem Spiel mit zack. Normalerweise sage ich das immer bei irgendwelchen Spielen. Bei irgendwelchen Aufbauspielen fange ich immer damit an. Genau, weil das ist nämlich kein Aufbauspiel. Das haben wir jetzt gerade eben hier herausgefunden. Deswegen vollkommen unverständlich. Oh, dann geht's hier einmal rüber, damit wir niemanden im Weg stehen. Bitte, niemanden im Weg stehen. Ja, dankeschön. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. So, sehr schön. Nussmix, wunderschönen guten Tag. Und Stormbreaker, moin auch an dich. Dann werden wir nämlich hier hinterher noch das Wasser haben. Das wird dann hier rübergebracht werden. Dann hoffen wir, dass wir da jetzt gleich auch noch... Wo haben wir denn noch ein paar Fließbänder? Werkzeuge. Wir müssen die Werkzeuge wie kopieren, ausschneiden, Einheitswerkzeug, Stilllegungswerkzeug verbessern, müssen wir erforschen? Das ist eine Frechheit, ist das. Eine absolute Frechheit. Auch interessant eigentlich, Spielmechaniken erforschen zu müssen. Hier oben sind Förderbänder. Und Konstruktion 2 haben wir im Vorfeld. Okay. Dann werden wir mal in diese Richtung gehen. Synthetisches Gummi wollen sie aber von uns erstmal haben. Okay. Das ist irgendwie jetzt aber auch gerade... Das ist ein wildes Sammelsurium. Ist das Schiff jetzt weg? Nee, die sind abgehauen. Die sind vorher noch weggekommen. Ein Schiff bauen? Noch eins? Nee. Wir haben jetzt hier unser anderes Schiff. Das können wir jetzt nochmal losschicken. Aber wir reparieren das mal vorher. Elf Eisenplatten brauchen wir dafür. So. Hm. Sehr schön würde ich da jetzt nicht sagen. Da bin ich schon ein besseres gewohnt von Ranger. In welchem... Im Bezug worauf? Bobby, danke schön für dein Follow. Abfallwasser wird jetzt nur gebraucht für die Ölproduktion. Für die Ölproduktion brauchen wir Abfallwasser. Sieht man eigentlich, wenn es regnet? Ja. Bauweise. Ich weiß halt nicht, wie die Gebäude zusammen zählen. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, dass das hier Wasser braucht. Das ist problematisch dabei. Bitte Eisenabbau einstellen. Eisenabbauort einstellen. Wir haben die jetzt komplett... Gut. Aber wir müssen ja eh nicht daran, weil das rutscht runter. Das heißt, wir können eigentlich auch anfangen, hier unten... Ich nehme das mal weg. Wir können auch anfangen, den einfach so abzubauen. Dann fährt er hoffentlich wieder runter. Ja. Und wird sich dann darum kümmern. Farm konnte nicht alle Kartoffeln liefern. Wo können wir die Kartoffeln lagern? Wo können wir die Kartoffeln lagern? Ich... Das ist noch so ein Punkt. Wenn wir die Kartoffellager jetzt mal hätten. Im Stücklager gehen auf jeden Fall keine Nahrungsmittel. In Silos oder der Stadt. Da gibt es später ein anderes Lager für. Anadikus, wunderschönen guten Tag. Es gibt später Schüttgutlager. Psst. Muss mich gerade konzentrieren. Ich habe eine Idee. Versteckt euch alle! Ranger hat eine Idee! Oh Gott! Rennt um euer Leben! Fangen an, hier zu bauen. Halb, stopp! Den würde ich nochmal kurz abreißen. So, Regenwassersammler. Regenwassersammler. Einmal rausziehen. Wahrscheinlich gibt es dafür auch noch hinterher ein Lager, ne? Wahrscheinlich gibt es dafür auch hinterher auch noch ein Lager. Dann werden wir mal hier hinten das Ganze ein bisschen auslagern. Ich hoffe mal, dass das da ausreicht. Und dann werden wir mal anfangen. Funny Player, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir ebenfalls. Ich hoffe, dir geht es gut. Hallo! Guten Tag! Prost! So, was ist das für ein Game? Wenn du Produktions-, Wirtschafts- und Aufbauspiele magst, dann ist das quasi so dein Ding. Das hier ist quasi Faktorio für Strategiespieler, würde ich sagen. Faktorio ist ja mehr so aus der Ego-Perspektive, Produktionsoptimierung. Und hier steuern wir halt wirklich eine ganze Nation drin, die sich auch mit Fahrzeugen überall hin bewegt und überall anfängt, sich aufzubauen. Und wir dann darauf achten müssen, hier die bestmöglichen Ergebnisse daraus zu erzielen. Wir können auch hier drin Wasser speichern. Wenn ich also den hier nehme, den abreiße, kriegen wir die Ressourcen daraus wieder? Das ist jetzt die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Ist ein Lager für Kugeln, automatisch ein Kugellager? Ja. Ja. 15 Konstruktionsteile, 30 Holz. Wir bekommen aber 15 Konstruktionsteile, 23 Holz wieder. Gut. Wir reißen das einmal ab. Wir nehmen nochmal einen Regensammler dazu. Funny Player, dankeschön für deinen Follow. Sehr lieb von dir. Danke vielmals. Okay. Und werden dann einmal unsere Rohrleitung hier hinzunehmen. Dass Markus gesagt hat, dass er eine bessere Bauweise von mir gewohnt ist, das hat mich angespornt. Ich will Markus nicht enttäuschen. Markus, ich hoffe, du siehst, was für eine Mühe ich mir jetzt hier gebe. Und packen das hier drüben hin. Spawn die Fahrzeuge eigentlich aus dem Nichts, oder müssen wir die auch fabrizieren? Die werden gebaut. Die bauen wir hier drüben in unserem Fahrzeugdepot. Da können wir uns eigentlich nochmal einen holen. Ach komm, was soll der Geiz? Wir haben uns zwei. Und dann werden wir einmal das Lager bauen. Warte mal. Der Flüssigkeitslager. 180 Flüssigkeiten. Dann können wir nämlich hier... Bauen wir dann eins. Zwei. Zwei. Und dann fangen wir an, mit der Rohrleitung einmal hier runter zu gehen. Und gehen dann einmal da dran. Da dran. Da dran. Ich will jetzt einfach nochmal für den Notfall ein bisschen Wasser haben. So. Habe dich über YouTube gefunden, bei deinem Uncut-Kanal mit dem Game City Skyline 2. Oh, ich hoffe, es hat dir sehr viel Spaß gemacht. Lehn dich zurück. Willkommen hier. Bei uns gibt es alles aus der Welt der Strategiespiele. Vielleicht ist das jetzt auch mal ein guter Punkt. Für alle Leute, die neu hier sind, an diesem wunderschönen Samstagmorgen. Wenn ihr Strategiespiele mögt, seid ihr genau auf den richtigen Kanal gekommen. Denn bei uns gibt es alles von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung. Wir haben zum Beispiel fest unseren Aufbau Sonntag. Oder zum Beispiel unseren Demolationsdienstag. Wenn irgendwo Strategiespiel draufsteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es bei mir seht, sehr hoch. Also gerne hier auf YouTube, hier auf Twitch, auf YouTube auch gerne. Aber hier auf Twitch gerne ein Follow da lassen. Wenn ihr, ähm, wenn ihr euch für sowas interessiert und sagt, hey, das bekomme ich doch gerne mit. Da sehe ich gerne mal das ein oder andere. Und das ist ja super, dass du dich darum kümmerst. Alles klar, danke schön für dein Follow. Und Bombernation auch an dich. Parallel und nicht in Reihe. Funktioniert das in dem Spiel? Dann machen wir das so. Ich meine andersrum. In Reihe und nicht parallel. Warte mal. Warte, warte, warte mal. Wenn das hier in dem Spiel geht, dann machen wir das so rum. Dann machen wir das auch direkt einmal von hier hinten aus. Lager. Hochrufen benötigt Förderstrecke. Machen wir gleich. Kümmern wir uns gleich drum. Und G14 Darkness auch an dich. Dankeschön für dein Follow. Sehr lieb von dir. Wir werden aber schon mal in der Zeit das synthetische Gummi erforschen. Ich meine, das kostet ja eh keine Ressourcen und damit gehen wir ja ein klein wenig dem Ganzen nach hier. Ich meine, das kostet ja eh keine Ressourcen und damit gehen wir ja ein klein wenig dem Ganzen nach hier. So. Zeig's Moin. Okay, dann müssen wir den hier, glaube ich, auch nochmal abreißen. Und dann müssen wir den auch nochmal abreißen. Dann gehen wir einmal hier hin. Eins. Können wir direkt anschließen? Ja, zwei. Drei hinterher. Aber vorher muss das hier einmal abgerissen werden. Nienaxo, Dankeschön für deinen Sub im vierten Monat. Vielen lieben Dank dafür. So, und dann bringen die sich hier rüber. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Wasserproduktion mit dabei. Also das Tutorial verleitet einen dazu, ein bisschen wild durcheinander zu bauen. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, wir müssen uns das nochmal ganz schnell alles ein klein wenig ordnen. Oh, mein Nation, schönes Wochenende auch an dich. Hallo, servus, grüß dich. Das hier bitte jetzt abreißen. Das muss ja... Das muss jetzt hier mal priorisiert abgerissen werden. Ja, endlich. Dankeschön. Dafür beschleunige ich sogar einmal kurz die Zeit. So, ist weg. Alles klar. Das heißt, wir werden jetzt den Flüssigspeicher nochmal hier hinsetzen. Und dann gehen wir mit unserer Rohrleitung hier weiter runter. Und schließen das hier an. Und wenn wir... Also, meiner Meinung nach, wenn wir beide anschließen, dann müsste es ja auch von der Fließrichtung schneller sein. Probleme mit solchen Spielen, schönen Bau. Das kann ich nachvollziehen. Also, wenn wir beide anschließen, sollte das ja auch ein bisschen fixer gehen hier drin. So. Okay. Also, wir gehen dann runter. Einmal hier hin. So. Dann gehen wir auch in das Flüssigkeitslager dran. Schließen das hier hinten einmal an. Ich lasse mal kurz auf Pause. Damit wir hier nicht auf einmal immer wieder neue machen müssen. Kommt auf den Wasserdruck in der Leitung an. Wenn wir hier drin die Fließrichtung bestimmen können, sollte es doch eigentlich passen. Weiß das einer? Wenn ich beide anschließe, ist das in dem Spiel dann schneller voll? Oder ist es dann... Ist es egal? Wenn der Rohrleitungsquerschnitt gleich bleibt, dann nicht. Ist egal. Okay. Dann lassen wir nur eins. Dann nehmen wir nur eins. Dann schließen wir das an. Dann haben wir die jetzt in Reihe hintereinander gelegt. Das heißt, die werden jetzt nach und nach voll. Und haben dann damit 180. Das heißt, 540 haben wir dann insgesamt. 540 an Wasser, die wir einspeichern können. 540 an Wasser. Der hier braucht Erde, Kohle und Wasser. Um Ziegel herzustellen. Das heißt, wir werden dann hier als nächstes mal anfangen. Und werden das hier einmal abreißen. Das Ganze hier. Halt, stopp. Einmal das hier bitte abreißen. Genauso werden wir von hier aus einmal hier rüber gehen. Das abreißen. Und das hier einmal abreißen. Weil sonst haben wir nämlich hinterher Probleme. Wenn wir das jetzt hier nicht richtig planen, dann haben wir hinterher große Probleme, denke ich mal. Auch eine Maximalkapazität pro Minute, die sie transportieren können. Ach so. Okay. Durchsatz. 1,0. Okay. Also ein Wasser. Ja gut. Ein Wasser und ein Anschluss wird wahrscheinlich auch ein Wasser pro Minute aufnehmen können. Oder pro Sekunde. Oder welche Zeiteinheit das auch ist. Okay. Kein Leitungsspaghetti. Hinterher. Hinterher. Hinterher werden wir das ein bisschen machen. So. Wir brauchen hier dann Eisen, Erz und Kohle. Wir müssen also für Fließbänder sorgen, die Kohle hinterher hinbringen und die Eisenerz hinterher hinbringen. Eisenerz könnten wir hier hin platzieren. Wie viel ist ein Wasser? Das weiß ich nicht. Ich sag mal jetzt ein Liter. Also es gibt hier keine Maßeinheit mit bei. Ähm. Das bedeutet aber auch, dass wir hinterher in Kohlelager hier Schüttlager für verschiedene Sachen machen können. Also können wir, wenn wir jetzt mal in die Metallurgie reingehen, hier drüben zum Hochofen. The High Ofen, wie man es auch so schön sagen kann. Ja. Falls ihr nicht wusstet, dass es so heißt. Ranger hat es ja für euch. Ranger hat es ja für euch. So. Und dann machen wir mal eins, zwei, drei. So. Und dann werden wir nämlich bei den eins, zwei, drei, werden wir einmal Eisen aktivieren in zwei Stück und einmal Kupfer in einem. So. Jetzt müssen wir mal schauen. 60 Einheimen pro Minute. Werden da Hochofenkartoffeln gemacht? Ja, wir müssen ja auch irgendwas essen, ne? Wir müssen ja auch irgendwas essen. Ich glaube, so nah nebeneinander gibt es Probleme. Ja, wir machen die ein bisschen auseinander. Wir machen mal ein bisschen Abstand dazwischen. Ich glaube, sonst haben wir hinterher ein Wurschtel. Ah, Wurschtel. Ah, Wurschtelsalat. Wir lassen mal vier dazwischen. Abstand. Ich glaube, das ist ganz fein. Wir müssen ja jetzt nicht alles eng an engen bauen. Und dann nehmen wir uns unsere Rohrleitung. Und dann werden wir zum Beispiel anfangen hier drüben. Dann können wir das nämlich noch einfacher machen. Dann müssen wir uns ja jetzt hier gar kein Hexenwerk überlegen. Also das mit den... Das mit den Rochen ist aber auch manchmal ne wilde Sache. Warum schließt der sich denn jetzt nicht da an? Hä? Donnergott, moin. Schon sein Programm für die kommende Woche Tage vorgestellt. Ich hätte nämlich interessiert, ob es eventuell das neue große DLC für Old World in den Plan geschafft hat. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage. Also der Plan für die nächste Woche ist eigentlich Montag, wollte ich mit euch Farthest Frontier mal wieder anschauen. Nach langer Zeit habe ich nach New Cycle Lust drauf bekommen. Wie ist der Early Access weitergegangen? Dienstag ist so ein bisschen die Frage, was wir da machen. Ob wir für das Civilization 6 Event üben, das ja am Donnerstag ist. Oder ob wir das Old World DLC wahlweise angeguckt hätten. Da würde ich aber Civilization 6 den Vorrang wahrscheinlich geben. Donnerstag ist ja das Civilization Event dann ab 16 Uhr. Und nächste Woche Samstag, Sonntag gibt es dann Timberborn. Da ist so ein klein bisschen die Problematik gerade. Dass halt jetzt in dieser Woche genau das Civilization Event stattfindet. Mit R sagt ihr. Ah, okay. Wir haben R zwischendrin gedrückt gehabt. Das heißt, wir gehen einmal zurück. So. Jetzt müssen wir allerdings schauen, weil hier hinten werden ja auch noch Sachen angeboten. Shesuma. Guten Hunger. Wir können das dann bauen. So, dann wird das hier weitergeleitet hinterher von denen. Einer kann zwei versorgen. Einer kann zwei versorgen. Das heißt, wenn wir dann jetzt nochmal gucken bei der Metallgießerei. Ah, die sind halt riesengroß, ne? Machen wir mal eins, zwei. Halten wir mal zwei Abstand dazwischen. Und auch nochmal hier vier Abstand dazwischen. Hast Rampen jetzt? Ja, aber ich will das versuchen. Wahrscheinlich geht das sowieso nicht. Aber ich will versuchen, das noch einigermaßen zu halten. Ich glaube, das geht nicht auf. Scheeeeeesel. Wenn ich das da hinbaue und die Metallgießerei hier drüben. Ein Kopf. Könnten die natürlich auch einfach so in Reihe bauen. Eins, zwei. So wie hier. Eins, zwei. Und hier eins, zwei. Und dann würden wir die miteinander verbinden. Legion, danke schön für deinen Sub im 15. Monat. Thank you. My dearest dear. Mein reiges Reh. So. Und Reinkarnation eines perfekten Ingenieurs haben wir natürlich jetzt auch noch mit hier bei. So. Und dann haben wir die quasi, dass die da mit zusammengepackt werden. Na. Das haben wir dann schon mal. Okay. Dann brauchen wir jetzt immer noch einen Abfall. Wie viel produziert der in Abgasen? Sechs. Acht. Sechs, acht. Sechs, acht. Das ist blöd, weil wenn wir alle drei acht verbrauchen, sind wir bei 24. Und ein Schornstein kann nur 20. Aber alle 20 Sekunden. Und der produziert das alle 20 Sekunden. Ja, das ist ja auch kacke. Und die Schlacke. Ja, Schlacke müssen wir auch noch. Wir machen es uns einfach. Ist vielleicht ein bisschen verschwenderisch. Ja. Aber ich bin New. Nubi. Ich darf als Nubi, darf ich solche Sachen machen. Ich darf. Ich darf das. Ich werde einfach einen Schornstein direkt hier dran packen. Weil. Darum. Okay. Damit ist es glaube ich ganz gut gebaut worden. Faktorio Ausmaße. Wir müssen das hier mal ein bisschen schöner machen. Ein bisschen optimierter machen. Sonst haben wir hier nicht mehr lange was von. Sonst haben wir hier nicht mehr lange was von. So. Und dann werden wir nämlich das hier alles einmal abreißen. Okay. Genauso wie das hier. Und das hier. Den lasse ich noch so ein bisschen als Mahnmal. Damit ich weiß, was ich da hinterher noch machen muss. Wobei. Doch. Das passt. Das ist mein Mahnmal gerade. Damit ich den nicht vergesse. Die Alulyse da. Funny Red Eye und Paul Tuckett Pete. Einen wunderschönen Moin an euch beide. Ihr schreibt beide haargenau dasselbe. Seid ihr dieselbe Person? Moin Ranger und Shad. Und der salutierende Ranger. Funny Red Eye hat noch das Kaffee-Emoji und ein Herz mit dabei. Also ansonsten hätte ich jetzt gedacht, ihr seid dieselbe Person. Dass du nicht ewige Ressourcen hast. Das stimmt. Da habe ich auch schon dran gedacht. Aber das hier sind halt die Grundgebäude. Deswegen dachte ich, die Grundgebäude setzen wir uns jetzt richtig. Weil die am wenigsten Ressourcen kosten. Und wir haben halt noch viele Sachen vor uns. Wie ist es denn dann hinterher mit den Ressourcen, wenn man nichts mehr hat? Also wie holt man sich die denn dann? Nur noch über Handel? Paul Tuckett Pete und Funny Red Eye sind jetzt auch der Beweis, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier nur Bots sind. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Populist, hallo. Ein Hype Train nähert sich. Shoot, shoot. Vorsicht. Leider ja, oder bei der Insel hier. Was? Was? Okay. Gut. Dann. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war ich allein und die Stimmen geben mir recht. Chris, danke schön für deinen Zap. Bin nur eine AI. Aber eine sehr gut programmierte AI seid ihr wenigstens. Dann wollen wir nochmal gucken, dass wir das Wartungsdepot auch nochmal hinpacken irgendwo. Das hier nehmen wir nochmal kurz weg. oder Verträge, das dauert aber noch 1000 Jahre. Oh Gott. So. Dann haben wir die jetzt hier schön aufgebaut. Das passt doch schon mal. Dann müssen wir nochmal mit dem Ziegel, müssen wir nochmal ein bisschen gucken. Rolf, guten Morgen. Hallo. Gucken wir nochmal, wie wir das dann hier hinpacken. Das da vorne ist schon mal voll. Vollhalten. 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 Jetzt müssen wir natürlich warten, bis Regen kommt. Weil vorher kommt hier nichts rein. Aber ja. Damit haben wir das schon mal. Dann haben wir hier drüben ja noch unsere einfache Destillerie. Die dann auch hier ans Ende kommt. Die könnten wir auch nach und nach einschalten. Vielleicht können wir ja dazwischen nochmal einsetzen. Ich gucke nochmal kurz. Lager. Papier abreißen. Merkt euch mal die Stelle. So. Dann wird das einmal abgerissen. Dann können wir nämlich den dahinter setzen. Dann sparen wir nochmal ein bisschen mehr. Die Wassersammler sind so underrated. Ich baue da immer halbe Fußballfelder. Oder wir müssen uns erstmal an die Ausmaße hier gewöhnen. Was da alles hinter steckt. So. Und dann bauen wir jetzt nämlich hier das zweite Ding hin. Hochofen hat kein Rezept. Wir müssen noch ein Rezept auswählen. Das heißt, wir wollen hier mit dem wollten wir ja Kupfer. Haben wir gesagt. Und mit dem hier wollten wir Eisen. Warte mal. Ich habe hier oben. Doch habe ich Kupfer genommen. Und dann Eisen. Dann haben wir das schon mal. Dann wissen wir immerhin, was die hier schon mal produzieren. Das ist super. Das ist sehr gut. Und dann müssen wir zehn Kupfer produzieren. Für das Kupfer da oben brauchen wir dann aber noch bei der Metallurgie die hier. Veredelt Kupfer mittels Elektrolyse zu einer Reinheit von 99,95%. Nur der beste Reiner hier bei Ranger. Nur der beste Reiner. Das wird dann hier hochfahren. Dann setzen wir den doch mal. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Nein! Gott! Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Setzen wir einmal hier hin. Setzen wir einmal ein. Hier hin. So. Und dann können wir nämlich schon mal mit der Rohrleitung rüber gehen. Das ist hier hin. Kalife, danke schön für deine 200 Bits. Den Zug nicht verpassen. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Nee, wir machen das nochmal anders. Wir machen das nochmal anders. Wir machen das von hier aus. Ja, wir machen das von hier aus. So, dann haben wir die beiden angeschlossen. Grüner Hulk, danke schön für deinen Zapp auf Stufe 2 im 20. Monat. Vielen lieben Dank an euch. Sehr, sehr lieb von euch. Danke euch vielmals. Dankeschön. Und der Thomas, danke schön für dein Follow. Dann fangen wir nämlich an, das hier zu produzieren und zu verbessern. Und dann haben wir das nämlich darin auch. Kein Eisen. Kein Eisen. Was meinst du genau mit kein Eisen? Dass wir kein Eisenerz mehr haben. Oh, hier müsste eigentlich noch genug Eisenerz abgebaut werden. Wir haben keine Eisenplatten mehr. So, Tobi, danke schön für die 300 Bits. Jetzt weiß ich, was du meinst. Wir haben keine Eisenplatten mehr. Aber wir gucken mal. Eisenerz. Das müssen wir uns nochmal ein bisschen holen. Der Bagger muss einmal zurück. Kann der nicht vorne, kann der nicht vorne aufgetankt werden? Hm. Dann können wir aber die Ziegelei, die bauen wir auch nochmal. Die bauen wir dann, äh, die bauen wir dann hier hin. So. Dann kommt da aber auch nochmal ein Schornstein dran. Und dann kommt da aber auch nochmal ein Rohr dran. Vorsicht, sonst haben wir einen Rohrbruch. Tankstelle. Klar, das geht. Aber das muss man erstmal bauen. Hast du schon die Tankstelle erforscht? Ach, es gibt wirklich eine Tankstelle? An die Mexia, moin. Sind die Rohstoffe dort begrenzt? Ja. Können später wieder Tankstelle und LKW aufgetankt werden. Okay, das muss man erforschen. Alles klar. Das erklärt natürlich einiges. Synthetisches Gummi. Wir können schon mal weiterforschen. Also dadurch, dass es keine Ressourcen kostet, werden wir jetzt mal in der Zeit die Werkzeuge erforschen. Weil vielleicht brauchen wir die hinterher. Aber das Kapitänsbüro. Moin hier Kapitän. Schönen guten Tag hier. Aber die hier füllen sich nicht so schnell. Das ist schon gut, dass wir so vorausgeplant haben. Okay. Ja, guck mal. Also, jetzt sieht es doch schon mal deutlich geordneter aus, oder? Das ist doch schon mal ein Unterschied. Das ist doch schon mal ein Unterschied. Wie Tag und Nacht. Jetzt haben wir immerhin was da rausbekommen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah. Vollendete Arbeit. Für die erste Produktion von allem. Super. Zenturas, guten Tag. Guten Morgen, ihr Kapitän. Was genau soll man machen bei dem Spiel? Produktionsketten aufbauen, optimieren, Ressourcen gut nutzen. Und dann, ähm, vielleicht irgendwann mal eine Rakete starten. Bis zum Weltraumprogramm hin. Eine riesengroße Industriesiedlung aufbauen. Das ist es, glaube ich, eher. Werkbaukollung, kein verfügbarer Platz, Produkte zu verkippen. Ach so. Kaga, danke schön für dein Sam im sechsten Monat. Ja nun, was soll ich sagen? Nett hier. Ah, Mist. Man muss, ne? Muss, ne? Um es mal, um es mal gut Deutsch zu formulieren. Muss. Nützt ja nix, ne? Nicht gemotzt ist Lob genug. Lass uns das hier nochmal wegnehmen bei denen. Hoppala. So. Und dann einmal nochmal so. Dann haben wir das jetzt langsam aufgefüllt. Sehr schön. Okay. Und das über mehrere Inseln hinweg. Ach. Moment. Man besiedelt hinterher noch andere Inseln? Echt? Das wusste ich nicht. Wir besiedeln andere Inseln hinterher also noch? Da macht das ja viel mehr. Nein, tut man nicht. Okay. Okay, okay. Dann ist es in Ordnung. Aber die hier können wir immerhin reparieren. Reparatur beginnen. Dicker Spoiler. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Hier in den Bereich. Bin ich gekauft. Und, ähm... Kupfer haben wir immer noch nicht produziert. Jetzt müssen wir mal mit dem Eisen ein bisschen hinterher kommen. Wir haben acht Eisen. Ich finde die hier nicht so übersichtlich an der Seite. Ich hätte die lieber irgendwie hier oben oder so. Eisenerz. Aber Eisenplatten produzieren... Immerhin produzieren wir jetzt mal Eisenplatten, ne? Auch wenn es jetzt gerade nur ein einziger Bereich ist. Aber immerhin produzieren wir das. So. Von welchen gelben Konstruktionsteilen willst du die jetzt reparieren? Ach so. Ich dachte, das ist einfach nur ein anderes Zeichen für die Konstruktionsteile an sich. Ja gut, dann machen wir eine Pause dazwischen. Dann gehen wir erstmal hier rüber zu dem Ort. Dann sollen sie da mal Erkundung gucken, was da ist. So. Kopieren haben wir jetzt. Ausschneiden haben wir als Werkzeug. Stilllegungswerkzeug. Einigkeitswerkzeug. Werkzeuge haben wir jetzt uns hier unten hinzugeholt. Da. Unter meiner Kamera. Und damit haben wir die Werkzeuge erforscht. Wir wollen mal weiter gucken. Ins Kapitänsbüro. Wartungsreduzierer. Wartung um 15% reduziert. Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge um 15% reduziert. Bevölkerungswachstum um 0,4% erhöht. Und Lebensmittelverbrauch um 50... 25% Erhöhung. Extra-Ration. Ihr eigenes Büro. Hier werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen, ihr Kapitän. Kapitän. Jawohl. Dann wollen wir das mal so angehen. So. Dann wollen wir das mal so angehen. Die Zeit verfliegt. Wir haben schon 12 Uhr. Ich finde, bei dem Spiel verfliegt die Zeit total. Ist es auch spannend zum Zugucken, liebe Leute? Was heißt spannend? Entspannend und schön zum Zugucken. Vielleicht eher so. Ist es schön zum Zugucken. Ich schütte mir nämlich in der Zeit nochmal einen Tee ein. Das klingt doch super. Ich höre dir nur zu und spiele LOL. Also von dem her ist es ja schon mal ein sehr gutes, sehr gute Sache. Umso länger, umso besser. Das glaube ich. Ich finde, es entschleunigt etwas. Etwas, was ich sehr bevorzuge. Genau. Hier wird das Zugucken sehen und aufgepasst. Jeder muss hinterher einen Test schreiben. Wusstet ihr das nicht? Aber der Test hat nichts mit dem Stream zu tun. Da werden dann Sachen abgefragt. Zum Beispiel wie, wie heißt der zehnte Planet des Sonnensystems? Und dann werden hinterher, werdet ihr alle sagen, weiß ich nicht. Dann komme ich und sage, es gibt gar keine neuen. Also, ja. Frank, gute Besserung. Gute Besserung. So, gut. Die produzieren hier weiter. Das passt also auch. Ich gehe nochmal kurz alles lang. Die Montage lassen wir hier drüben bei dem. Weil das mit der Montage verbrochen wir hinterher die Fließbänder auf jeden Fall. Das ist klar. Astrophysik mit Ranger. Lebensmittelfarm. Genau. Ah, Dr. Reset hat es herausgefunden. Hat es herausgefunden. Es gibt ja, ihr wisst ja, ich bin ja sehr erstaunt vom Universum und vom Planeten und ähnliches. Ich habe gar keine Ahnung von Astrophysik, also von Physik allgemein nicht, aber ich mag einfach diese Vorstellungen und wie das alles ist und wenn das dann schön erklärt wird. Harald Lesch zum Beispiel kann das gut erklären. Und es gibt ja bei manchen Astronomen die Theorie, dass es, also jetzt im zehnten Planeten in Anführungsstrichen, aber einen Planet X geben soll, der eine relativ große Umlaufbahn rund um das Sonnensystem hat, weil bestimmte Sachen dadurch nur erklärt werden können. Ist immer sehr interessant. Ob es das wirklich dann hinterher auch ist, ist eine andere Sache, aber ja. Lass mich nicht ein, weil alle behaupten, Pluto wäre ein Zwergenplanet. Die sollen diese Frechheit zurücknehmen. Der Pluto ist ein Plutonoid oder so. Ist der nicht einfach in der Kategorie Zwergenplanet oder sowas drin? Nordic Shogun, moin. Spielst du auch Kerbel Space Program? Das ist mir zu komplex. Vielleicht mal irgendwann Teil 2, wenn der weiter ausgereift ist. Das war ja leider weiter noch nicht so ausgereift, aber sonst ist das, das ist halt, da war es halt wirklich schon Ingenieursfähigkeiten und physikalische Kenntnisse. Wohnen da Zwerge? Ja, da kommen die Zwerge her. Standort erkundet. Gummi, Kupfer, Fahrzeugteile. Hurra! Dann nicht genug Kraftstoff. Dann kommt ihr mal wieder zurück nach Hause, damit wir euch wieder volltanken können. Haben wir, haben wir gemacht. Köhlerei haben wir immer noch offen. Hochofen, Metallgieß, das haben wir auch alles gemacht. Strom haben wir auch zur Genüge. Rohstüll, Gummiherstellung. Dafür brauchen die Kohle und Kraftstoff. Oder Kohle und Schwefel für nur Gummi. Kohle und Diesel und Schwefel gibt Gummi. Diesel und Kohle gibt Gummi und Abwasser. Okay. Dann haben wir noch, das haben wir alles gebaut. Gummiproduktion müssen wir uns ja gleich noch angucken. Förderstrecken haben wir, Lager haben wir gebaut. Bei Stück Lager könnten wir auch nochmal woanders hinpacken. Könnten wir die direkte an... Ne, dafür haben wir nicht den Platz gelassen. Habe ich auch geschaffen, bin schon ziemlich da. Ist das eine Textaufgabe? Ja. Ja. Leuchtfeuer, Forschungslabor, Erwartungsdepot. Haben wir ja hier drüben mitten im Znirnenswo hingebaut. Gebäude, da haben wir unsere Rampen noch mit dabei. Oh Gott, die riesig... Wer hubt da? Ey! Jetzt aber mal schnell eindrehen. Hallo? Jawoll! 180 mit dem Schiff. Fast and Furious. Jetzt bleibt der Hagen oder... Ja, das ist das. Ich bin der Kapitän, der genau weiß, wie er mit dem Schiff driften muss. Nur damit es einmal klar ist an der Stelle. Ja? Nur damit es einmal klar ist. Unterkünfte und Dienstleistungen. Da haben wir auch... Wobei? Ne. Lebensmittelmarkt. Achso, der versorgt die mit... Ja, gut doch. Es gibt auch noch eine Theorie, dass Planet X unserem Sonnensystem von einer anderen... Von einer anderen Masse, die an unserem System vorbeigeflogen ist, geklaut wurde. Und er sich nicht mehr in unserem System befindet. Das ist echt spannend. Ah! Recht regelmäßige Massenaussterben auf der Erde und sonst unerklärliche Bewegung von Steroiden innerhalb von außerhalb. Das sind zwei der Begründungen für Planet X. Captain Ranger. Schiff Drift. Jetzt im Kino. Dup, 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 dup. So. Frachtdocks. Die Werft müssen wir eigentlich auch nicht bauen. Wir haben ja eine Werft. Genauso wie ein Handelsdok. Bergbaugebiet. Verkippungsgebiet. Baumerntegebiet haben wir alle schon definiert. Hier haben wir ein Nachrichtenzentrum. Jetzt geht es aber los. Okay, das hier ist einfach nur das Tutorial. Ich dachte jetzt gleich... Ich dachte jetzt gleich verhören wir die Piraten. Packen uns die auf der hohen... Auf der hohen Meer. Und dann packen wir uns die und dann... Jetzt ist es aber hier. Jetzt gleich geht es los, mein Freund. So, du verrätst uns jetzt überall, wo dein Versteck ist. Nein, bitte lass mich gehen. Du verrätst uns, wo dein Versteck ist. Sonst fangen wir an mit den harten Geschützen. Und plötzlich kommt Kapitän Ranger rein. Er hat nur ein kleines Holzstück in der Hand und fängt an zu schnitzen. Zu schnitzen. Immer weiter. Bis er eine Art Keilform hat. Und dann sagt er... Und? Weißt du, wofür das ist? Nein, bitte lass mich. Ich habe Frau und Kinder zu Hause. Kapitän Ranger nimmt dann langsam den Finger und sagt, dieser Keil wird dir langsam unter deinen Fingernagel geschoben. Und während der Pirat wimmert und stöhnt, aber noch nichts verrät, fängt Captain Ranger an mit... So, wir machen mal weiter. Wir wollen dann auch mal die Statistiken uns angucken. Wir gucken nochmal hier in die Statistiken rein, was da für unterschiedliche Statistiken mit bei sind. Lebensmittel. Das passt alles. Gesundheit ist auch recht hoch. Verschmutzung variiert. Genauso Bevölkerung. Einigkeit. Bevölkerungswachstum. Kraftstoff. Bin auf der Seite von Ranger. Handel. Könnten wir auch direkt hier rüber. Und da gibt es dann Verträge. Es wurden keine Verträge abgeschlossen. Sie können einen Vertrag abschließen und diesen dann einem ihrer Frachtdepots zuweisen. Hier haben wir dann die Forschung. Zu der wir dann hinkommen. Und hier haben wir dann die Weltkarte. So, okay. Ja, damit haben wir... Wir haben eigentlich einen Großteil von dem, was wir jetzt gerade haben, gebaut. Haben einen Großteil von dem, was wir hier nutzen, auch gebaut. Wir brauchen allerdings noch Konstruktionsteile. Konstruktionsteile werden jetzt gerade aber... Wir nehmen die mal raus. Genauso nehmen wir mal die Elektronik. Wobei, die Elektronik können wir weiter produzieren. Dafür brauchen wir nämlich nur Gummi und Kupfer. Aber hier die Konstruktionsteile. Da sind wir ja gerade schon mit bei. Die mechanischen Teile nehmen wir nochmal raus. Weil da werden wir nämlich jetzt gerade am meisten verbrauchen. Wir müssen halt diese Sachen noch fertigstellen. Und dass die jetzt keine Rezepte ausgewählt haben, ist auch vollkommen in Ordnung. Was haben die hier gerade für ein Problem? Kleinlaster kann Eisenerz nicht liefern. Kein gültiges Ziel. Warum nicht? Hä? Warum denn kein gültiges Ziel? Der produziert auch gerade nicht. Wartet auf Produkte. Auf Kohle. Wir brauchen also nochmal ein bisschen Kohle. Krillerei. Der produziert vier. Das heißt, wir können fünf Stück davon an einem anschließen. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir mal hier. Dann machen wir das doch mal hier. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Eins. Dann machen wir mal kurz Pause. Zwei. Wir machen mal vier. Drei. Vier. Dann nehmen wir uns einmal die Schornstein. So. Und dann packen wir uns hier die Rohrleitung dran. Yo. So. Wir werden jetzt mal bei allen auf Konstruktionsteile gehen. Also diese Musik, ne? Da wollte anscheinend einer der Entwickler nochmal zeigen, dass er ein bisschen Gitarre spielen kann. Den, 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 den. So kommt mir das zumindest ein bisschen vor. Ich muss einmal ganz kurz was nachschauen. Der Ranger hat sich übrigens, der Ranger hat sich übrigens, das kann ich ja mal sagen. Ich sag nicht wofür, ich sag nicht für was, ich sag nicht genau was. Aber ich kann euch nur diese eine Sache sagen, der Ranger hat sich für eine, äh, für einen, für einen, für einen, für einen Auftrag, sag ich mal, ist kein Job, sondern für einen Auftrag, beim Voice Acting beworben. Für eine Synchronstimme. Die manche von euch sogar dann sehen könnten. Bin mal gespannt. Vielleicht geht's ja durch. Ich würde mich sehr freuen darüber. Würde mich sehr freuen darüber. So, also, Konstruktionsteile brauchen wir noch. Konstruktionsteile stellen wir her. Werden dann hier hinterher von uns aufgebaut. Und hier drin verwendet. Eisen, Kohle haben wir noch mit dabei. Das große Problem ist echt, dass er das nicht darüber bringen kann, ne? Egal, gleich haben wir noch mal ein paar Eisenplatten mit dabei. Schnell liefern machen wir jetzt mal hier als erstes. Wir haben hier noch ein bisschen Einigkeit zur Verfügung. Damit wir das hier erhöhen können. Und Ziegel haben wir noch ein paar. Wir gehen jetzt trotzdem noch mal ins Handelsbüro. Nein, doch. Oh, genau. Genau. Zeitansage über das Telefon. Guten Abend. Die aktuelle Uhrzeit lautet 23.37 Uhr. Rangeria wünscht Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ja, man muss ja auch wissen, wo man investieren kann, ne? Damit ist man auf jeden Fall, damit hat man viel Werbung gemacht. So, wir handeln jetzt mal, wir handeln uns jetzt mal eine ordentliche Portion Ärger ein. Indem wir uns noch mal ein paar Ziegelsteine hier handeln. Bei 0,5. So. Und kriegen wir noch mal irgendwo was raus. Eisenschrott. Brauchen wir nicht. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal kurz so. Wir gehen noch mal zurück in unsere Hafen. In unsere Hafen. Und werden jetzt noch mal mit unserem Schiff lossegeln. Beladen des Schiffs starten. Ne, danke. Gibt es hier keine schnelle Karte-Ebene? Ne, gibt es hier keinen schnellen Wechsel? Da, die Weltkarte ist doch hier. Und dann gehen wir einmal darüber. Zu diesem Ort. Oder? Ne, wir gehen erstmal da oben hin. Zu diesem Ort. Und werden uns mal anschauen, wo wir darüber hingehen können. Bei James Bond wird es auch passen. Sterben Sie wohl, Mr. Bond. Wird Ranger der nächste Darth Raider? Luke, ich bin dein Ranger. Wusstet ihr, dass Darth Raider niemals gesagt hat, Luke, ich bin dein Vater? Das ist so ein Ding, dass ich einfach bei allen... Mandela-Effekt heißt das. Dass sich bei allen im Gehirn manifestiert hat, obwohl es niemals so gewesen ist. Ranger, die neue Siri-Stimme. Also es ist wirklich, wirklich sehr interessant. Schakalford, schon wunderschönen guten Tag. Passt auf Ranger, schmeißt mir Ziegelsteinen. Bitte tragt alle einen Schutzhelm. Was hat er denn gesagt? Äh, ich glaub... Nein! Ich bin dein Vater. Müsste, glaub ich, das wortwörtliche Zitat der Situation sein. Luke sagt irgendwie, du hast meinen Vater getötet. Nein, ich bin dein Vater. Das sagt er in dem Fall. Avari, grüß dich. Ähm, und... Äh, dieser Mandela-Effekt, den müsst ihr euch mal angucken. Der ist wirklich sehr interessant. Zum Beispiel der nächste Mandela-Effekt, den vielleicht manche von euch jetzt schon direkt sagen werden. Hä, das ist doch... Das ist doch eine Lüge. Der Monopoly-Mann. Also das Männchen auf Monopoly vorne drauf. Die meisten denken, der hat einen Monokel. Der hat keinen. Der hat keinen Monokel. Der hat nicht meine Brille auf. Lüge! Ja, jetzt geht's nämlich los, ne? Lüge, oh Gott! Das kann nicht sein! Darth Ranger, ein mächtiger Sith Lord. Immerhin haben wir dadurch jetzt wieder ein paar mehr von den, äh, von den Eisenplatten hinbekommen. Das passt also auch perfekt. Wir wollen das auch nochmal hier schnell liefern. Hoppala. Leistungssteigerung entfernen. Ich will nämlich eigentlich den... Oh gut, da fehlt uns noch ein bisschen was. Wo ist mein Aluhut? Monopoly. Genau richtig, Ranger. Er sagt, nein, ich bin dein Vater. Ich liebe Star Wars. Deswegen, hu, Gott sei Dank habe ich dieses Zitat richtig bekommen. Noch einmal ein Dealer-Effekt. Alle glauben, Ranger sei 21,5 Jahre alt. Dabei bin ich eigentlich 21,4,5 Jahre alt. Ranger, ein Sith Lord ist erfahren wir, äh, beim, äh, beim Event, genau. So. Okay. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen sparen. Wir haben wieder ein paar Konstruktionsteile. Das ist schon mal sehr gut. Standort ist erkundet worden. Wir haben wieder ein bisschen was einsammeln können hier drin. Und wir werden einmal, wir fahren einmal hier hoch. Ich hoffe, dass da jetzt kein feindliches Schiff ist, kein Pirat ist oder so. Ähm, Kapitänsbüro haben wir jetzt ebenfalls fertiggestellt. Und dann können wir mal bei den Blaupausen reingehen. Ermöglicht das Erstellen, Importieren und Verwenden vom Blaupausen. Das machen wir jetzt auch mal. Können wir alles nochmal erforschen. So, dann wollen wir mal das Gebäude bauen. Ermöglicht es Ihnen, Verordnungen zu erlassen, die Ihre Insel, Bevölkerung und Industrie wesentlich beeinflussen können. Einige Verordnungen können Ihren Vorteile verschaffen, jedoch monatliche Einigkeit kosten. Andere Verordnungen generieren monatliche Einigkeit. Allerdings benötigen diese typischerweise im Gegenzug was von Ihnen. Verordnungen können jederzeit umgeschaltet werden. Okay. Dann will ich mal mein Kapitänsbüro, will ich aber mal hierhin packen. Nicht wahr? Das Kapitänsbüro kommt natürlich hier hinten hin. Ja, eine schön abgelegene Hütte, damit mir auch keiner ja auf den Keks geht von euch hier. Ihr wilden Halunken hier. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ihr wilden Halunken. Ihr tun nicht Gute. Ihr tun nicht Gute und schwere Nöter. Ähm, denen fehlt Ausgabe voll. Ausgabe voll. Wie viel hat der denn? Sehe ich das irgendwo, wie viel der hier hat? Kann ich irgendwo sehen, wie viel der hier drin gespeichert hat? 40 hat er. 40. Oder? Ja, ne? Ne. Ich sehe das nicht, oder? Wie viel hier drin ist gerade? Someone fängt in der Ranger an, Platz zu sprechen. Bin ich wild? Gerade nur ein faule Halunke. Der Schornstein ist voll. Ach, das Ding hier, ne? Das ist jetzt natürlich doof. Warten auf Materiallieferung. Kennt doch jemand die Jar Jar Binks? Der wahre Sith Lord Theorie. Ja. Das finde ich wirklich wild. Das werden wir mal auf die Prio 1 packen. Damit der Schornstein fertig wird und die jetzt mal ein bisschen schneller dabei durchkommen. Standort ist erkundet worden. Wir haben wieder ein bisschen Kupfer mitgenommen. Der fährt wieder zurück. Wahrscheinlich hat er keinen Treibstoff mehr. Wir gehen also auch mal wieder hier hin. Farben konnte nicht... Das ärgert mich mit den Kartoffeln, ne? Dass die das nicht alles ernten können. Das ist wirklich sehr nervig. Wo fahren die eigentlich wieder zurück? Wissen wir gar nicht, ne? Aber hier oben, die Rampe, haben wir vollgeladen bekommen. Seht ihr das? Seht ihr das? Das heißt, wir können jetzt auch nochmal hier neben ansetzen. Und wir machen das einfach über den kompletten Bereich hier. Zack! Dann haben wir genug zum abbauen hier drin. So. Gut. Ich bin mal gespannt, was dann hinterher bei dem Büro hier rauskommen wird. Da können wir dann aber sagen, dass hier wird Prioritäts... Boah, nee. Nee, nee. Ich packe es doch mal auf Priorität Nummer 9. Ja, muss ich nochmal genau gucken. Ich glaube, wir brauchen nämlich auch wirklich noch ein bisschen Kohle. Wir haben nämlich null Kohle. Also brauchen wir auf jeden Fall das hier auf Priorliste Nummer 2 in dem Fall. Damit wir da schneller fertig sind. Phoenix Horst, Dankeschön für deinen Sub im 17. fortlaufenden Monat. Vielen lieben Dank. Da steht sowas mit 17. Das ist ja fast 18. Also quasi volljährig. Oh je, so lange schon. Du bist jetzt volljährig, Phoenix Horst. Also, begrüß mal alle lieben Phoenix Horst. Sag ein Danke und gib dir mal ein Gläschen Sekt. Jetzt darf er nämlich loslegen. 17 Jahre, da kann man mal ein Glas Sekt trinken. Sollte ihr 17 Jahre alt sein, geht jetzt mal zu Mama und Papa und sagt... Der Ranger hat gesagt, ich soll Schnaps trinken. Ich habe keine Kohle. Mann, das wird mir ewig nachhängen. Aber es stimmt. Es stimmt. Das ist eine Edlo-Schleife, weil du sie wieder anbaggerst. Ja, da seht er mal. Haha. Chris von Sachsen, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Beschleunige mal ganz kurz die Zeit. Mein Ruth, dankeschön für deinen Follower. Sehr lieb von dir. Aus irgendeinem Grund kommen wir hier gerade nicht hinterher. Holz haben wir. Ziegel haben wir. Eisen haben wir. Eigentlich sollten wir wenig Kraftstoff. Das sollte nicht sein. Und Primera auch an dich, dankeschön für deinen Follower. Warum ist der denn denn Diesel kritisch? Moment mal. Ah! Züben, ja, badabibadaba! Ach, Mann. Phoenix, du hast grüßt dich. Was passiert denn jetzt hier? So. Die machen sich jetzt zur Aufgabe, das hier alles weiter zu verbessern. Ich frage mich, warum wir Null haben. Der zur Hölle Svenja. Das wissen wir alle nicht. Ich frage mich wirklich, warum wir hier Null haben. Wieso? Wir geben dir mal Priorität 3. Ich muss mal eben kurz meine Nase schnäuzen. Ich mache also mal die Kamera eben weg. Fregelchen, guten Morgen. Kamera. Bild-Kamera-Ranger-Action. Eine Ranger-Action. Wer kennt sie nicht? Und da wollen wir natürlich hier überall Diesel drin einlagern. Aber das ist... Oh, Scheibenkleister. Ja, so heißt er mit dem Ranger. Der freut sich so sehr. Oh je, mini und je. Das ist jetzt aber Bodo mit dem Bagger hat keinen Treibstoff. Bodo, du musst jetzt stark sein. Du musst jetzt anfangen, einmal in den Boden reinzubohren und dann dort mit dem richtigen Zug haben wir das Erdöl aus dem Erdreich rauszusaugen. Das ist jetzt notwendig. Haben wir jetzt alle nichts von? Da müssen wir alle machen. Immerhin werden die schon mal hier priorisiert liefert mit dem ganzen Zeug. Vielleicht ein wenig einhandeln. Wir haben leider... Oh ja, doch, 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 doch. Stimmt. Du hast absolut recht. Wir können das hier handeln. Wir haben keine Kohle. Wir haben keine Kohle. Da wurde zu viel gleichzeitig umgebaut von uns, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du das jetzt hier hinbringst, werde ich aber sauer. Nee, mach da nicht. Dann ist gut. Dann ist gut. Können wir hier schon Sachen angeben? Wachstumsschub, Lebensmittelverordnung. Nee. Kraftstoffverbrauch. Hier, da. Oh, Gott sei Dank. Geht das jetzt schon? Hoffentlich. So, oh, hier ist wunderschön. Guten Morgen. Steht der Plan für nächste Woche schon? Und ist War Hospital geplant? War Hospital kommt heute um 18 Uhr auf YouTube. Das werde ich nicht auf Twitch zeigen. Da habe ich zwei Stunden lang für euch ein Video aufgenommen. Das hängt jetzt alles davon ab, dass es auch hierhin gebracht wird. Ganz ehrlich. Das hat doch keinen Zweck. Hat Opa schon gesagt. Opa hat schon gesagt. Hat keinen Zweck. Deswegen machen wir das jetzt mal so hier. Schnell liefern. Wir machen jetzt das, was Tick jetzt quasi schreibt. Mal lieber einen zweiten Speicher weg und dann Produktion, Baumaterial. Ja. Das ist jetzt erstmal... Das muss jetzt die Prio haben. Das muss jetzt die Prio haben. Dass es wenigstens ein bisschen auch voll läuft. Wir lassen ihn voll laufen, den Kapitän. Jawohl. Gott. Okay. Und wir dann als nächstes hier die Kohle dann richtig machen können. Das wird auch noch mal wichtig werden für uns. Oder der Baggerfahrer. Hoffentlich nicht verwandt mit Klaus, dem Staplerfahrer. Ich hoffe es auch. Mit Vollaufeln kenne ich mich aus. Ja, ist ja auch Samstag. Da kann man sich durchaus mal mit diesen besonderen Sportarten auskennen. Holzernte. Der Holzernte hat keinen Kraftstoff. Oder was meinst du jetzt genau? Dora hat keine Bäume mehr zum Ernten. Ah. Mhm. Baum-Ernte-Gebiet. Jetzt machen wir quasi unser eigenes Erntedankfest. Ja. Den Witz habe ich gemacht. Freundlicherweise gesponsert von Ranger. So. Das heißt, wir bringen das einmal hier rüber. Lassen die hier auch noch mal ernten. Die hier auch. Den hier, wenn wir dran kommen. Und die hier. Lego-Schipper, moin. Captain Ventress, dann bist du selber schuld. Dass es also da geht, denn da entgeht hier eine wunderbare, eine wunderbare unterhaltende Methodik, die wunderbar ist. Am wunderbarsten. Da kommt man rein und dann direkt sowas. Was denn? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Oh Gott. Ich habe nichts gemacht. Wirklich nicht. Frag, frag meine Lehrer in der Schule damals. Ich habe nichts gemacht. Ich kann, ich habe Zeugen dafür. Das heißt, auch für uns, das hier werden wir mal abreißen, weil dann bekommen wir nämlich wieder ein paar Sachen raus. So, einmal abreißen. Nämlich ein paar Konstruktionsteile. 38 Konstruktionsteile, um genau zu sein. Gibt es einen Ranger-Sub auf Reddit? Nee. Also, ich habe Reddit auch nie benutzt. Also, da kann ich nicht mal sagen, was das ist. Da hat der erste schon. Judo, Judo. Dankeschön für dein Follow. Ja. Zurücksetzen. Zur Verschrottung. Dieses Fahrzeug wird zurück, zerlegt und am nächsten Depot wieder zusammengesetzt. Bekommt der dann... Oh, hä? Holt euch Treibstoff! Schnell! Bringt der den Treibstoff? Nö, der fährt einfach durch den durch. Bringt der den Treibstoff? Nö, der fährt auch einfach durch den durch. Ja gut. Wir müssen also die Wege auch kleiner halten, damit die hinterher auch noch genug Treibstoff für alles zur Verfügung haben. Dann wollen wir nochmal das hier eben bauen. Gleich dem auf dem Leim gegangen. So. Pikachu-Schwanz hat keine schwarze Spitze. Echt nicht? Ich glaube, du lügst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das... Irgendwo hört es auch mal auf. Irgendwo hört es auch mal auf. Wir werden mal versuchen, jetzt wenigstens die beiden, die jetzt hier schon aktiv sind, weiterhin am Laufen zu halten. Dann haben wir nämlich auch die Kohle. Jetzt haben wir... Ich glaube, wir haben uns nochmal gerettet bekommen. Brauchst die Tankstelle und Tanklaster. Aber die... Also, hierhin fahren die, glaube ich, selber. Einzige, was wir noch machen müssen, ist den hier, glaube ich, einmal zurücksetzen. Wir geben sehr viel Einigkeit aus. Kleinlaster hat keine kompatiblen... Bagger. Ja, holen wir uns ja später wieder. Ist ja alles gut. So, da ist er doch. Der tankt jetzt auch erstmal. Dann können wir den dann hinterher dazu packen. Der holt sich da schnell. Ich habe hier viele Pikachu als Plüschtiere. Keines hat eine schwarze Spitze. Das ist ja... Also... Das verhindert jetzt auch mein Weltbild. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Dass ihr jetzt den armen kleinen Ranger damit nachhaltig... Mann. Echt, Avari? Das wusste ich gar nicht. So, der hier braucht auf jeden Fall auch nochmal eine hohe Priorität. Weil wir sonst nämlich nicht mehr produzieren können hinterher. Also haben wir jetzt das. Wir haben sechs Bauteile. Ich hoffe, wir produzieren das hier noch ein bisschen schneller. Das hier können wir auch einmal abreißen. Dann kriegen wir wieder sechs Bauteile raus. Holt die Fackeln und Heugabeln! Hm. So. Okay. Und? Jetzt werden die Teile hier hingebracht. Aber dadurch haben wir doch jetzt wenigstens eine kleine Herausforderung. Das ist doch auch mal schön gewesen. Dann wissen wir wenigstens, wie wichtig das jetzt für uns ist, auf die Ressourcen zu achten in dem Fall. Da sehen wir doch mal direkt, wie das Ganze sonst nach hinten losgehen kann. Was haben wir jetzt genug? Elan geht hier einfach direkt mit dem Nächsten rein. Elan mag Pikachu nicht. Also. Soll ich, soll ich, soll ich euch, nee, das mach ich nicht. Weil dann, dann hab ich wirklich keine Zuschauer mehr hinterher. Wobei, doch. Es, ich glaub, die Generation bei 40 plus interessiert's vielleicht nicht so. Aber die Generation 30 plus könnte's interessieren. Ähm. Ich bin nicht mal ein Pokémon-Fan. Gottes Willen, was? Es tut mir leid. Es tut mir, ich weiß es auch nicht. Es liegt viel mehr an euch, nicht an mir. Also. Ich bin, ja. Ähm. Ja, ich mag allgemein keine, ähm, keine Animes. Ich hab mal jemanden, boah, ne lustige Geschichte. Es gab mal jemanden, der ist total ausgerastet, als ich das gesagt hab. Da hab ich wirklich nen Zuschauer verloren, als ich das mal gesagt hab. Das war wild. Ranger ist so jung, Pokémon ist vor seiner Zeit. Wie jetzt? Okay, bin raus. Pokémon, kein Pokémon vergeht ja gar nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Wo kann ich mein Abo zurücknehmen? Ja. Nee, auch, auch Manga, auch, ähm. Ich mag den, den, äh, japanisch geprägten Kunstziel ist nicht so ganz meins. Sagen wir mal so. Also zum Beispiel Anime, Manga. Ich mag auch keine JRPGs. Ähm. Ich verstehe die Faszination dahinter. Also ich bin jetzt keiner von denen, die sagen, oh, ich will den Kack. Ich verstehe die Faszination dahinter, aber mich catcht die einfach nicht so ganz. Das ist so einfach, das ist das Einzige dazu. Aber ich verstehe, wenn Personen sagen, das ist mega, das ist mega. Du bist mein nie dagewesener Bruder. Ich kann mich die catcht machen und mir auch nichts anfangen. Strategie haben gesagt, ich wusste es immer. Und zwar bindet eine tiefe, eine tiefe Verbindung. Und zwar bindet eine tiefe Verbindung. Ja, das ist meistens so, ne? Eben, ja, mega langweilig, wenn alle dasselbe mögen. So ist es eben. Man muss, ist eben so, genau. So, okay, jetzt haben wir aber in der Zeit, in der wir geredet haben, ein paar Sachen nochmal dazubekommen. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Dass ihn einfach in seiner Strategie fällt. So sieht es aus. Lass mich einfach nur hier in der Bubble mit dabei sein. Ähm. Aber wir müssen ein paar Produktionsteile, mehr müssen wir auf jeden Fall noch herstellen. Blaupausen haben wir erforscht. Ähm. Und Verordnung ist das nächste, was wir jetzt mal angehen werden. Zumindest so Warteschlange hinzufügen. Ich will, ich will das hier unten mal angehen, weil ich glaube, das hier unten wird nicht so wichtig sein für die Tutorial-Mission, wie das da oben. Ähm. Während wir dann auf die, auf die Ersatzteile warten, kann ich eigentlich auch nochmal sagen, ja, Strategiewelt ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Ich spiele ja in meiner Freizeit sehr gerne andere Spiele. Also ich spiele in meiner Freizeit mittlerweile wenig Strategie-Spiele, weil ich mir die mehr für einen Stream aufhebe, weil wir halt Variety-Strategie machen. Deswegen lohnt sich das auch, dass ich fast alles im Stream spielen kann. Dankeschön an euch dafür, ja. Ähm. Aber ich spiele zum Beispiel War Thunder in meiner Freizeit. Escape from Tarkov versuche ich mich so ein bisschen einzuspielen. Oder auch solche Dinge wie zum Beispiel, äh, MMOs habe ich jetzt letztens für mich entdeckt. MMO, RPGs und ähnliches. Und ich will jetzt mal ein bisschen versuchen, das wird aber nur einzelne Sachen sein. Also ihr müsst keine Angst haben. Das gilt jetzt vor allem für die Leute auf YouTube, auf Twitch. Für euch auf Twitch interessiert euch das eigentlich fast gar nicht. Vielleicht erst in ein paar Monaten oder so. Aber, ähm, ich werde auf YouTube jetzt mal versuchen, Videos von anderen Spielen immer einzuflechten. Und zwar im Sinne von MMOs. Ich habe nämlich jetzt zwei Spiele, die ich euch gerne mal zeigen würde. Und zwar einmal Entschrouded. Wenn ich, wenn ich hoffentlich, äh, die Möglichkeit dazu bekomme, würde ich euch gerne ein Video dazu zeigen. Und, ähm, Final Fantasy XIV. Ja, wo wir wieder bei JRPG sind. Aber mich hat das Spiel, also ich wollte das Spiel unbedingt anfangen. Ähm, habe gestern schon geschaut, wie ich mich registrieren kann. Und so war, ich, ich lüge, ich lüge nicht in der Geschichte. Ich habe gestern, war ich auf der Seite, wollte mich registrieren. Und in dem Moment kam eine Abfrage, ob das eine Kampagne, äh, ob jemand Interesse an einer Kampagne für Final Fantasy XIV hat. Also quasi so Paid Content. Und da habe ich mir gedacht, dann verbinde ich das so rum und würde das gerne mal für YouTube machen. Einfach weil Skull and Bones, als wir das mal angespielt haben, kam super an. Und ich würde gerne mal gucken, wie Content davon allgemein ankommt. Da das auf Twitch aber schwieriger ist als auf YouTube, würde ich das gerne mal so machen. WoW-Stream incoming. Ich habe nie WoW gespielt. Also das wäre tatsächlich etwas, was ich, was ich selber entdecken könnte für mich. Auf Entschroud freu ich mich schon. Da sind sehr viele sehr Hype drauf, ne? Ich versuche mich am Path of Exile, aber dafür muss das Spiel studieren. Ha, stimmt. Hunt Stream. Hunt finde ich auch super. Ist ja erstmal ein paar Wochen beschäftigt, nur um die Story zu spielen. Ja, ich spiele sowas gerne an meiner Freizeit. Also zum Beispiel, ähm, ich habe ja den Vorteil, ich kann mir ja die Arbeitszeiten selber einteilen. So, äh, das ist, ich arbeite zum Beispiel entweder morgens oder abends gerne. Ich habe mir das jetzt mittlerweile ein bisschen umgepolt. Und zwar habe ich das so, wenn ich, äh, ich habe so von 9 bis 11 Uhr, habe ich mir selber ein bisschen Freizeit eingeräumt. Ich weiß, für manche mag es komisch klingen, dass ich das morgens mache. Ich bin eher so der Typ, der dann am Morgen lieber die Freizeit einräumt. Und dafür arbeite ich dann aber sehr lange ein bisschen in den Abend hinein. Ähm, und, äh, ja, das, da, da habe ich dann so ein bisschen meine Zockerzeit dann in dem Moment. Und da spiele ich schon das ein oder andere Mal. Äh, ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann fange ich eher so mittags, abends an zu arbeiten. So. Was ja viele dann schon wieder nicht verstehen können, wenn ich den Leuten das sage. Äh, ja, ich fange ja abends zu arbeiten. Warte, morgens musst du anfangen zu arbeiten. Ich bin, ich bin, äh, über Jahrzehnte hinweg aufgestanden. Um 5 Uhr. Ich bin, ich weiß mittlerweile, wann ich anfangen kann zu arbeiten. So. Mr. Bittierk-Schornsteinfeger. Schönen guten Tag. Wir haben viel, viel mit dir zu tun. Wir haben ganz viele Schornsteine bei uns, ne? Er ist Batman. Star Wars Order Republic habe ich jetzt auch angefangen. So, produziere Kupfer. Können wir uns jetzt langsam darauf einigen. Zimine. Zimine. Ja, klar. Ebenso sieht's aus. Auf jeden Fall. So sieht's aus. Ähm. Das heißt. Dann ist das hier das nächste. Das hier werden wir also mit Priorität 1 versehen. Und die hier werden wir dann hoffentlich, die werden wir auch mal mit Priorität 1 versehen. Ist egal, welcher davon als erstes was bekommt, weil die können eh nur zusammen anfangen zu arbeiten. Eben, genau. Ähm. Jetzt haben wir den Lager fertig. Das gucken wir uns auch nochmal an. Schütt gut. Da können wir Kartoffeln drin lagern. Yay. Müssen wir Kartoffeln? Können wir die mit Rohren dahin bringen? Da sind Rohre dran. Moment. Lagern wir. Wir bringen Kartoffeln mit Rohren? Ja gut, ne? Warum nicht? Ich baue die mal. Ich baue die mal hier hin. So. Und dann werden wir mal gucken. Rohrleitung. Ne. Okay. Hätte mich jetzt schon gewundert. Das sind einfach nur Rohranschlüsse für was anderes. Wobei, das hier sieht echt schon aus wie ein Rohr. Ich glaube, das ist gar nicht der Anschluss. Kann das sein? Doch. Das ist der Anschluss mit dem Rohr. Das ist ja seltsam. Das ist ja seltsam. Aber wir werden da wahrscheinlich gleich nochmal Förderbänder für holen müssen. Leider nicht. Schön wär's. U-förmige Förderbänder. Ah, alles klar. Das gute alte Kartoffelrohr. Wer kennt's nicht? Es gibt auch Kartoffelkanonen. Vielleicht hätte das ja sowas sein können. Geht ja. Geht ja. Also ich habe über Jahre hinweg MMORPG gespielt. EverQuest. EverQuest 2. WoW. Aber nur ganz wenig. New World persönlich mag ich sehr gerne. Aber meiner Meinung nach ist es ein Spaß, wenn man eine tolle feste Gruppe hat. Das glaube ich. Das glaube ich auch. Ich würde MMORPGs wahrscheinlich nicht im Stream spielen. Oder mal, wenn irgendwas Tolles Neues rauskommt. Ich will mal gucken, dass ich das für YouTube mache. Weil, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Jetzt will ich es mal kurz mit euch teilen. Twitch hat ein Drittel seiner Belegschaft entlassen. Und der Twitch-CEO hat es nochmal explizit im Stream selber bestätigt, dass Twitch kein profitables Geschäft ist. Also Amazon wird wahrscheinlich noch so seinen Nutzen nach Hause ziehen können. Aber es ist natürlich... Ja, deswegen mal ein bisschen YouTube-Content auch mal weitermachen. Der grandios läuft. Also vielen lieben Dank dafür, für alle die auf YouTube schauen. Oh Gott, T-Rock. Es tut mir leid zu hören. Twitch hat sich auch komplett aus Korea zurückgezogen. Ja. Mixer kommt bestimmt bald wieder. Streaming? Ich bin jetzt mal ehrlich. Anstatt die Prio zu ändern, den gelben Pfeil benutzen. Den hier. Ah, dank dir. Super, das ist super. Dankeschön. Das passt perfekt. Ah, herrlich. Dann gehen wir wieder zurück zum Spiel. Versprochen. Einmal ganz kurz als Exkurs. Ich bin ehrlich. Streaming ist keine Zukunfts-Content-Idee. Nicht für mich. Also für mich, ja. Aber allgemein im Social-Media-Bereich ist Streaming keine Content-Sache, die sich finanzieren kann. Weil es gibt einen einfachen Grund. Angebot und Nachfrage. Aber Streaming wird nur bedient, wenn ihr Zeit habt. Und wenn ich als Content-Creator Zeit habe. Das ist genau der Punkt. Das ist auch, ich habe mal mit YouTube, habe ich mal intensiver gesprochen. Also auch mit den YouTube-Managern aus London und sowas. Da sind auch viele deutschsprachige mit dabei. Und die haben mal viele Faktoren genannt, die für Streaming schlechter sind. Weil YouTube hat ja auch Streaming mit dabei. Und es müssen so viele Faktoren passen. Ich muss Zeit haben und da sein. Ihr müsst Zeit haben und da sein. Das Spiel muss euch gefallen. Der Konto ist euch gefallen. Ich muss auf den Punkt heraus performen. Alles ist hier live und in Farbe und bunt. Ohne irgendeine Regie im Hintergrund oder ähnliches. Also nicht wie beim Live-Fernsehen und so. Und da sind so viele Faktoren, die machen das halt einfach unsicher. Und deswegen glaube ich auch, Streaming wird keine Zukunftsvariante von Content-Creator-Dasein sein. Was ich schade finde, weil das halt genau das ist, wo ich am meisten glänze. Ja. Und YouTube-Videos muss ich dann halt lernen. Ja, das ist genau der Grund, Jesse Ball. Das ist genau der Grund. Erst mal YouTube-Abo dagelassen. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Für euch alle auf Twitch, auch nochmal dazu gesagt vielleicht. Falls ihr, liebe Leute, auf Twitch Interesse habt, einerseits gerne hier ein Follow lassen, wenn ihr Strategie-Fans seid. Alles von A wie Aufbau bis Hed wie Zerstörung haben wir bei uns beim Programm. Komplett kostenlos einfach unten draufklicken. Wir haben zum Beispiel nächsten Donnerstag das Sithocalypse-Event, das Civilization-Event. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr da ein Follow hier lasst. Und falls ihr Interesse habt an noch mehr Strategie-Content, wenn ich mal nicht da bin, weil wir sind ja Samstag, Sonntags, 9 Uhr da und Montags, Dienstags ab 17 Uhr, gibt es den YouTube-Kanal, YouTube Uncut. Da werden entweder die Streams hochgeladen oder es gibt zwei- bis dreimal die Woche auch exklusive Content-Ideen dafür. Zum Beispiel zeitlos gute Games von gestern. Ein Format, das jeden Freitag um 18 Uhr ist, bei dem wir uns alte Spielereien vom ersten bis zum letzten Teil angucken. Jetzt momentan ist es Anno und das nächste ist wahrscheinlich Sila. Ich weiß es noch nicht genau, wird sich nochmal zeigen müssen. Also gerne Ausrufezeichen YouTube in den Chat, dann könnt ihr da nochmal draufgehen und dort vorbeischauen. Und für euch, liebe Leute auf Twitch, ebenfalls, wenn ihr Interesse daran habt, ich sage euch mal kurz das Programm für nächste Woche, wie es geplant ist. Morgen um 9 Uhr sind wir natürlich ebenfalls... Keine Angst, ich gehe jetzt nicht offline, ne? Aber morgen um 9 Uhr sind wir natürlich ebenfalls live. Es wird sich dann zeigen, anhand eures Interesses, ob wir nochmal Captain of Industry spielen. Denn ansonsten, wahlweise gibt es Civilization 6 mit der Übung. Weil Donnerstag, ne, kommen wir gleich zu. Montag werde ich mir wahrscheinlich um 17 Uhr mit euch nochmal Far the Frontier anschauen. Wie hat sich der Early Exist entwickelt? Wie ist es momentan so drauf? Am Demulationsdienstag werden wir dann entweder, wenn es morgen nicht geklappt hat, nochmal Civilization 6 anschauen. Oder das Old World DLC. Könnte ich mir auch vorstellen. Da muss ich aber nochmal kurz mit Anthony sprechen. Ist ja von Hooded Horse, dass ich einen DLC-Key bekomme. Habe ich jetzt gar nicht im Moment. Und dann am nächsten Donnerstag, am 18.01. um 16 Uhr beginnt das TheFocalypse-Event. Das Fog-of-War-Strategie-Event. Bei dem wir unseren Fog-of-War-Strategie-Podcast etwas mehr erweitern. Und mit tollen Leuten zusammen eine Civilization-Partie auf einer Europakarte spielen. Mit wahren Startpositionen für die jeweiligen Anführerinnen und Anführer. Mit dabei neben Strategie-Ecke und mir sind Maurice, Steinwallen, Writing Bull, Just Giggles, Soon, Just Johnny und Maurice Weber. Die mit bei der Partie dabei sind. Wir starten mit Großbritannien. Und nächste Woche, Samstag, Sonntag um 9 Uhr gibt es Timberborn. Also ganz viele tolle Sachen, die mit dabei sind. Und ja, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind. Komm, ganz ehrlich, ganz ehrlich, liebe Leute. Dann bringe ich es jetzt eben auch nochmal mit rein. Ja, dann haben wir es nämlich komplett hinter uns. Dann können wir uns voll und ganz weiter auf das Spiel fokussieren. Denn ihr wisst, das mache ich am Wochenende immer einmal. Und heute ist es wieder mal der Fall. Liebe Leute, einmal Waterdrop. Ein Shoutout für die lieben Leute bei Waterdrop. Wo ihr bei meinem Sponsor mit Ranger10 10% sparen könnt, wenn ihr möchtet. Nee, ich möchte gerade keine Benachrichtigung. Dankeschön, Waterdrop. 10% könnt ihr hier sparen, wenn ihr über meinen Link unten in der Videobeschreibung oder über den Link im Chat einmal drüber geht. Und könnt euch dann hier tolle Sachen kaufen, falls ihr mal euer Wasser ein bisschen aufpeppen wollt. Das hier ist einfach nur, um Geschmack in euer Wasser zu bringen. Das hier ist kein Energy Drink, kein Kaffeeersatz, kein Tee. Doch, Tee haben sie. Tee haben sie mit dabei. Der Tee schmeckt auch sehr lecker. Hier bekommt ihr einfach tolle Flaschen, Thermoflaschen mit dazu. Und halt einfach bestimmte Frucht- und Obstextrakte, um euer Wasser ein bisschen aufzupeppen. Zum Beispiel hier Eistee-Set. Das heißt, das ist auch für Diabetiker geeignet, weil hier nicht irgendwelche Zucker zusammengepanscht wird. Ihr bekommt keinen Koffeinkick hier durch. Ihr bekommt einfach nur ein bisschen Geschmack in euer Wasser rein. Das ist so wie dieses Fruchtwasser, was ihr beispielsweise auch bei Rewe oder Edeka holen könnt. Nur dort für teuer Geld. Hier kriegt ihr einiges nochmal mit dabei raus. Und ihr könnt jetzt im Moment sehr viel sparen. Und ihr seht hier oben, wenn ihr ab 60 Euro kauft, mit Ranger 10 6 Euro weniger, bekommt ihr auch ein 12er-Pack von Snow mit dazu. Das ist die neue Sorte von denen, die ich übrigens immer selber noch nicht probiert habe. Das weiß ich also nicht, wie es schmeckt. Aber Blackberry hört sich nach etwas an, was ich mögen würde. Naja, okay. Gerne vorbeischauen bei Waterdrop. So, okay. Jetzt haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen. Das wollte ich nochmal kurz anmerken, hier an der Stelle. Wir werden aber im Hintergrund nochmal das Ganze hier laufen lassen. Ihr habt nochmal was geschrieben. Wo wir die Zeit haben sind, muss ich jetzt aufräumen und jetzt muss ich jetzt ausmachen. Ah, jojo, fein. Swing hat meiner Meinung nach aber einen ganz relevanten Vorteil, nämlich den direkten Austausch mit den Creatoren. Ein Grund für mich zum Beispiel, warum ich keine YouTube-Videos schaue. Das ist auch der Grund, aber ich bin auch ehrlich, wenn ich auf der YouTube-Plattform, auf Twitch rumschaue, der Großteil der Content-Creatorinnen und Content-Creator agiert recht wenig mit dem Chat. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wenig Leute sehr stark aufsteigen. Auch wenn sich das doof anhört, aber ist es halt so, ne? Menschen sind soziale Wesen und Streaming bedient genau diesen sozialen Aspekt besser als Videos, Filme. Ja. Ja. Ja und nein. Ich glaube, dieser Zeitfaktor ist halt wirklich der ausschlaggebende Punkt, der das große Problem für Twitch darstellt. Oder sie müssen limitieren, wie viele Leute hier drauf streamen können, um Server-Kapazitäten zu sparen. Was dann allerdings auch schon wieder einen Premium-Vorstand gibt. Und wann entscheidet man, wer jetzt hier drauf streamen darf und wer nicht? Und, ah ne, das machen sie glaube ich nicht. Ich finde, dass du für YouTube ein riesiges Talent mitbringst. Ich mag deine Videos sehr. Dankeschön, Captain Ventress. Senturas, so geht's mir auch. Ich mag auch die Interaktion bei Streaming mehr. Ich liebe Streaming viel mehr... Ne, das will ich... Also YouTube-Videos machen wir auch... Machen wir auf eine andere Art und Weise Spaß. Mittlerweile. Einfach, weil sie auch sehr gut ankommen. Ähm, ist ja auch immer so ein bisschen, ne? Wenn man sieht, dass Leute das gerne konsumieren, dann spornt es einen natürlich auch an. Eine Meldung von den Farmen, dass nicht alles gelagert werden kann, kannst du im Farmenmenü abschalten. Ich finde das ganz praktisch als Anfänger. Am Donnerstag. Ja, es wird auch auf YouTube hochgeladen. Timberborn Update 5 kommt ja die Woche. Ja, deswegen haben mich die Entwickler von Timberborn auch angeschrieben. Und das Ganze wird sogar Werbung sein. Groß eingeblendet. Ich bekomme nämlich von den Leuten von Timberborn auch ein paar Euro dazu. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir das Spiel aber schon häufiger im Vorfeld gespielt haben, wisst ihr, dass ich auch dahinter stehe. Andere Plattformen sind wesentlich lukrativer für Streamer. Ne, das nicht mal. Also, ich meine tatsächlich jetzt nur die Plattform. Ich meine jetzt nur die Plattform. Ich meine nicht mal die Lukrativität für uns Content Creator. Ich meine nur die Firma dahinter. Also YouTube, beziehungsweise Google und Twitch mit Amazon dahinter. Äh, ich meine nur das. Das ist, äh, das ist nochmal was. Das, ähm, ja. Ich meine nur das in dem Fall. Budi, hallo. Ich grüße dich. Einfach 24 Stunden streamen. Dann kann jeder reinkommen, ne? Ich glaube einfach, dass der Markt für Streamen ziemlich gesättigt ist. Da man immer nur einen streamen gleichzeitig gucken kann. Aber nur wachsen, wenn andere Zuschauer verlieren. Oh ja, das ist ein sehr wilder Markt. Ja. Ich schaue auch in meiner Freizeit nur Twitch oder YouTube schaue ich sehr gerne. Wobei ich auch die Streaming-Plattform sehr anschaue. Felono, lass mich gerne mal wissen, was, äh, was du dazu sagst. Ich mag den sehr gerne. Sonst nimmt er komplett ab. Markus, du hast mir schon dazu gebracht, dass wir ja komplett umbauen, ja? Nebenbei Lauf-Content. Weil Austauschen in den YouTube-Kommentaren ist ja nicht wirklich so ergiebig. Ja, vor allem auch nicht, also auch nicht sehr schön. Most-Playing-Game laut Steam letztes, äh, letztes Jahr. Finde es klasse, nochmal bei dir sehen zu können. Ich freue mich auch sehr darauf. Ranger wird vielleicht in Final Fantasy XIV reinschauen. Ja. Ja. Und es sieht besser aus. Ja, Markus. Okay, 1 zu 0 für dich. Schiri, Richtung, äh, verschneiten Harz. Und Skalafisch, guten Tag. Das, äh, ist mir ein bisschen zu scharf. Also deswegen kann ich auch nichts dazu sagen. Das, das esse ich selber, esse ich selber leider nicht. Obwohl ich es sehr cool finde von der Idee, aber das ist mir zu scharf. Aber hier diese ganzen Sachen, die finde ich super. Genauso wie Schilikon-Kahne. Okay, so. Jetzt habe ich ein paar Sachen im Hintergrund gesagt. Jetzt habe ich ein paar Sachen erwähnt. Nur mal kurz eingeworfen. An der Stelle, ich lasse es auch für YouTube für den Anker-Kanal mit drin, weil es natürlich einige wichtige Sachen mit dabei hat. Und, äh, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Spiel hier. Und gucken uns mal an, wie wir jetzt hier vorangehen. Hm. Uns fehlen, was fehlt uns denn? Ziegel fehlt. Wir haben aber noch 14 Ziegel. Wir haben, wir stellen gerade keine Konstruktionsteile her. Und wir wissen nicht ganz, oder ich weiß nicht ganz, wieso. Lass uns mal in den Handel reingehen. Äh, wir können ja relativ schnell dafür sorgen, dass wir noch mal ein paar Ziegel bekommen. Wir werden einmal zwei Stück davon holen. Die werden hier weiter abbauen. Kohle haben wir, Kohle haben wir 50. Kohle sieht gut aus. Kartoffeln, na gut, Kartoffeln sind halt, ne? Ähm, und wir brauchen halt wirklich die Konstruktionsteile einfach. Die Konstruktionsteile und hoffen, dass das dann jetzt schnell fertig werden wird damit. Das wundert mich. Wir haben nämlich extra so lange geredet, damit wir die Ressourcen fertig haben. Aber anscheinend hat das nicht ausgereicht. Achso, mir ging's jetzt bei dem Thema gar nicht um mich. Ähm, mir ging's bei dem Thema um die Plattform, um das, was der, was der CEO gesagt hat. Der CEO selber, ähm, von Twitch. Dass das nicht lukrativ ist. Ich, es geht gar nicht aus Contagrator-Sicht oder ähnliches. Also, äh, ne? Ich, mir geht's super. Vielen lieben Dank an euch. Ich bin, ich bin vollkommen zufrieden gerade. Aber ich muss natürlich auch schauen, dass ich dann, ähm, oder Content, man braucht ja verschiedene Plattformen als Content-Grader. Das war ungefähr damit gemeint. Ich kann euch nur sagen, wenn ich, wenn es auf Twitch nicht mehr laufen sollte oder Twitch sich abschaltet, würde ich wahrscheinlich nirgendswo anders mehr streamen. Weil streamen, obwohl es die geilste Variante ist des Contents erstellens, auch die anstrengendste ist. Markus, Mensch. Ja, man, da wird's kommen. Da wird's kommen. Helrig! Hör mal! Dankeschön, Coili! Was gab es denn bei dir? Guten Tag heißt es hier! Einen wunderschönen guten Tag, Helriganer. Kann man euch so nennen, Helriganer? Ähm, vielen lieben Dank, liebe Leute. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei Captain of Industry. Ihr habt doch bestimmt World of Warships gestreamt, oder? Auch hier haben wir Captain, ne? Ich bin Captain Ranger. Und wir haben auch unser Schiff mit dabei. Allerdings seid ihr jetzt hier in dem Fall in so einer Art Strategiespiel gefangen. Aufbau, Logistik. Kennt ihr Factorio? Das als Strategiespiel, wo wir ganz viele unterschiedliche LKWs und Leute steuern. Das ist das hier. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Herzlich willkommen hier bei mir. Einen wunderschönen guten Tag. Mal bitte einen Shoutout für den lieben Helrig, liebe Moderatoren. Ich hoffe, es ist kein Backseat-Gaming, aber Ziegelei, keine Ziegel für die Konstruktionsteile. Die wollen wir nämlich bauen. Das ist nämlich das, wo der gelbe Pfeil drüber ist. Das ist genau das, was wir als nächstes bauen wollen. Aber irgendwie haben wir gerade so ein paar Problemchen damit, ne? Immerhin läuft jetzt die Kupferproduktion. Das Einzige, was noch laufen muss, ist das hier. Das hier drüben. Die Flauschis, weil Flauschebär. Warships gab's. Sehr cool. Ich bin momentan in War Thunder in meiner Freizeit gefangen. So. War der Mann beim Putzer? Ja. Ich dachte, da wären mehr Haare. Pirate Mouse. Hallo. Was heißt das denn? Ich denke, meine Seiten sind gestutzt. Ja. Ich war beim Friseur letzte Woche. Aber das hier oben ist auch rasiert. Ich habe keine Geheimratsecken. Ich rasiere mir das nur immer, damit es cool aussieht und ich ein bisschen älter aussehe. Weil ich bin ja 2156, ne? Wir bauen einfach die Infrastruktur für die Warships auch. Genau. Genau, so sieht's aus. Die Ziegelei hat keinen gelben Pfeil. Oh nein! Ich habe mich vertan! Verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Immer wenn ich Ranger sehe, denke ich an Graf Zahl. Älter ist dir gelungen. Wow! Was ist rot und sitzt auf der Toilette? Die Klomate. Wieso? Was soll das denn jetzt? Wo kommt der Witz denn jetzt her? So. Und dann können wir uns hinterher, genau, für alle, die jetzt dazu gekommen sind, wir können uns hinterher tatsächlich auch unser Kriegsschiff hier zusammenbauen. Wenn wir nämlich mal in einem Forschungsbaum hier oben den Weg lang gehen, seht ihr schon Schiffsbrücke, Schiffsmotor, Schiffswaffen, Schiffsbrücke, Schiffspanzerung, Schiffsmotor. Das heißt, wenn ihr also Interesse an Strategiespielen habt, das muss man ja mal so sagen, dann seid ihr hier richtig und viel Spaß hier bei uns. Viel Spaß hier bei uns. Alles von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung haben wir im Programm. Gehen wir mal rüber hier zu dem, ich hoffe jetzt mal, also das muss jetzt, 50 Konstruktionsteile. Kriegsschiff, no way of talking. Ja, aber die ganze Ziegelei fehlt auch noch, ne? Das ist auch noch ein Problem mit dabei. Wir brauchen also 60 Konstruktionsteile. 60 Konstruktionsteile. Ach du Scheibenpleister, der hat den Reifen verloren. Boah, Leute. Dieser Umbau, der hat uns wirklich, der hat uns wirklich fast das komplette Spiel gekostet, ne? Der hat uns wirklich fast das komplette Spiel gekostet. Da müssen wir wirklich aufpassen. Sieht immer aus wie ein Laserschuss von den Sturmtrupplern. So, okay. Perfekto. Solo con Giotto. Ich meine, Viertel vom Forschungsbaum durch. Ja, normalerweise haben wir genug Ressourcen gehabt, aber wir haben nochmal unsere Konstruktion umgebaut. Wir waren vorher hier drin mit einem wilden Sammelsorium aus allen Sachen. Ähm, und jetzt haben wir hier das hier rüber gebaut. Allerdings hat uns das echt viele Ressourcen in dem Fall gekostet. Und jetzt versuchen wir eine Ziegelei aufrecht zu erhalten. Weil wir haben sonst alles, was wir brauchen, außer, außer, ähm, Ziegel. Und da wir uns die Ziegel nicht immer holen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass wir das hier noch sehr schnell mit dazu packen. Also, ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Ei, 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 ei. Leute von heute, ne? Leute von heute. Wir beschleunigen mal die Zeit in dem Fall. Relic, servus, schönes WE wünsche ich natürlich auch dir. Und vielen lieben Dank für deinen Sub im 11. Monat. Vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Wir wollen im Handeln nochmal, holen uns da nochmal Handeln. Handeln. Ich meine, so teuer ist es hier jetzt nicht in dem Fall. Und wir können da notfalls nochmal ein Schiff hinschicken. So. Und dann brauchen wir hier noch 34 mit dabei. 34! Pirate Mouse, Dankeschön für dein Follow. So. Der war für den Glatzenwitz, ne? Dankeschön. 34 brauchen wir noch dafür und dafür 6. Also 40, ja. So. Ich habe gehört, ab 40 ist man alt. Stimmt das? Ja, ne? Wusel, moin. Grüß dich. Nicht genug Wartung. Das ist natürlich jetzt äußerst furchtbar, dass wir jetzt nicht genug Wartung haben. Aber wir produzieren halt keine, keine mechanischen Teile mehr, ne? Und auch keine Elektronik mehr. Wir haben Verordnungen erforscht. Wir können nochmal die Forschung öffnen. Und wir hätten jetzt Fruchtfolge, die wir noch angehen können. Aber wir werden jetzt erstmal Konstruktion 2 erforschen. Sonst sind wir schon ganz gut damit durch. Und ihr seht ja, wie viel wir hier noch vor uns haben. Heide Witzker. Warum fragst du uns sowas? Weiß ich nicht. Es wird noch schlimmer mit 50. Und nicht alt. Wisst ihr, was mir im Leben aufgefallen ist bislang? Egal wie alt man ist. Die nächste Altersgruppe sagt immer, ja, du bist ja noch ein Jungspund. Wenn du 20 bist, dann sagen die 30-Jährigen, ja, du bist doch noch jung. Jetzt kommen wir erstmal in mein Alter. Wenn du 30 bist und sagst, oh, jetzt wird es aber langsam, ne? Dann kommen die 40-Jährigen und sagen, ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Warte mal ab, bis du 40 bist. Wenn du dann 40 bist, dann kommen die 50-Jährigen und sagen, ja, ja, also, jetzt, ne, ja. Und wenn du dann 50 bist, kommen die 60-Jährigen und sagen, hör mal, du hast doch noch dein ganzes Leben vor dir. Und das geht immer so weiter. Was bin ich dann? Scheintot? Ich glaube, 90er zu 80ern sagen das selten. Ab 40 tut dir morgen spontan etwas weh. Das ist aber nicht schlimm, weil du weißt, dass du da noch lebst. Kleiner Tipp, die das mit 20 sagen, sagen, dass es mit 30, weil die selben sind. Ich habe gerade in dem Moment genau daran gedacht, was du jetzt geschrieben hast. Weil es ja einfach dieselben Personen bleiben. Aber ich meinte jetzt nicht, nicht, ne, allgemein überspringend. Problem ist, wenn es keine Gruppe mehr darüber gibt. Dann, ja. Genau, man ist so jung, wie man sich fühlt. Und man sollte sowieso immer das Kind in sich behalten. Das ist eine der wichtigsten Sachen im Leben, die ich für mich selber definiert habe. Der Schornstein ist fertig. Für mich ist es wichtiger, ich will immer meinen kindlichen Homo behalten. Und wenn es Flachwitze sind, dann ist es so. Aber für mich ist das eine enorm hohe Lebensqualität. Die Kindlichkeit zu behalten. Das Kind als Erwachsener zu sein. Ähm, nur die Körperproportionen und die Falten zu ändern. Das ist wichtig. Behaltet euer inneres Kind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nehmt euch nie zu ernst. Nehmt immer ein bisschen Humor mit rein. Das macht das ganze Leben leichter. Und wenn man mal albern ist, dann ist man mal albern. Auch das gehört dazu. Man muss auch mal albern sein. Man darf nicht immer alles bitter ernst nehmen. Weil sonst machen wir uns alleine durch diese Ernsthaftigkeit sehr, sehr stark kaputt. Das wollen wir ja alle nicht. So. Krumm Schuss. Dankeschön für deinen Zap auf Stufe 3. Im wichtigen zweiten Monat. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Servus. Oder man ist so jung wie Ranger. Genau. Ano 2205. Oh, das kommt demnächst bei uns auf YouTube. Da bin ich auch gespannt. Da bin ich auch gespannt. Und so, schlechter Wartungszustand. Ich weiß, ich weiß es doch. Der Wartungszustand ist furchtbar. Das haben wir doch alles schon auf dem Schirm. Aber. Jetzt sag nicht, uns fehlen genau die zwei. Wir handeln noch einmal welche davon. So. So. Ja, das stimmt natürlich. Wenn, das sagt man nicht zu einer, zu einer Person, die im neunten Monat schwanger ist. Weil die Person ist froh, wenn sie dann irgendwann das Kind nicht mehr in sich behalten muss. So. Und dann wird die Person hinterher hier rüberfahren. Und hoffentlich schnellstmöglich das Ganze hier hinbringen. Der ist durch. Alter, was ist denn jetzt hier los? Umschluss. Dankeschön für die 20 verschenkten Zapfs. Bist du denn des Wahnsinns? Mal bitte den salutierenden Ranger. Vielen, 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 vielen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Unfassbar nett. Vor allem jetzt mit diesen, mit der 70, äh, 30 Regelung, die wir durch Twitch haben. Auch sehr hilfreich. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Sehr lieb. Dank dir vielmals. Und schön, dass es dir hier gefällt. Das ist noch wichtiger als alles andere. So. Wir werden extra für dich diesen, diesen, diese Kühlerei jetzt fertig produzieren. Ist das nicht was? Damit kann sich Ranger endlich den Porsche leisten. Ja, ja, klar. Ich will den Ranger-Stream-Abo-Sound zurück. Ich habe keine Kohle. Nee, den gibt's nicht mehr. Der ist jetzt, der ist in Rente gegangen. Der ist in Rente gegangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Muss ich ja mal sagen. Aber ich finde Sounds, Sound-Alerts, die zu lang sind. Und das ist für mich schon, ich habe keine Kohle. Also sowas, was vier, fünf Sekunden geht. Finde ich total nervig und störend in den Streams. Und das sage ich als jemand, der gerne, ne, mal abdriftet oder ähnliches. Aber ich, das, äh, nee, ist nichts für mich. So, jetzt haben wir Konstruktionsteile. Wir bleiben bei denen, bei Konstruktion, bei Konstruktion. Dann werden wir einmal hier auf mechanische Teile gehen. Und wir werden einmal hier auf Fahrzeugteile gehen. So. Und wir werden einmal mechanische Teile konstruieren. Halt. Auf, nee, wir gehen hier auf, äh, Elektronik. Und dann gehen wir hier auf, äh, mechanische Teile. So. Dann haben wir Konstruktion. Mechanische Teile. Warte, Fahrzeugteile fehlen noch. So. Okay. Jetzt haben wir alles mit dabei. Wookie, dankeschön für dein Follow. Willkommen zurück, Shazuma. Ja, es ist natürlich jedem selber überlassen. Ich verstehe auch, wenn, äh, wenn viele daran, äh, Interesse haben. Ist ja auch eine besondere Form der Interaktion. So, das mit der Wartung müssen wir jetzt aber nochmal verbessern, ey. Nicht genug Wartung 1. Jetzt muss der hier gewartet werden. Ne, bei denen ist eigentlich genug. Aber trotzdem muss er sich nicht hier rüber bewegen. So, und jetzt werden wir einmal den hier abreißen. So, dann haben wir das. Dann ist jetzt nämlich auch der Weg freier. Okay. Passt perfekt. Passt perfekt. Ist das die Standardinsel? Also, wir sind auf dieser ersten Karte, der Hafen heißt es, glaube ich, ne? Die Karte. Da starten wir drauf. Ja. So, okay. Wenn wir das dann haben, hoffe ich, dass wir jetzt gleich, äh, wir machen mit der Wartung, müssen wir nochmal, äh, müssen wir nochmal schauen. Ich werde das Gebäude auch nochmal abreißen. Ich werde das mit der Wartung auch nochmal hier unten hinpacken. So, wir holen uns Gebäude für Fahrzeuge. Fahrzeugdepot ist nicht mit dabei. Ach, mein Gott. Jetzt muss man hier wieder die Wartungsanlage suchen. Warum ist das nicht bei Gebäuden für Fahrzeuge mit dabei? Wieso? Warum ist das bei Gebäuden, das Wartungsdepot? Weil es auch Gebäude warten kann? Das bauen wir uns dann mal hier hin. So, und geben dem die höchste Priorität. Priorität 1. Damit wir das dann schnell zusammenpflastern können. Die hier sind alle zufrieden. Also, es ist schon deutlich ordentlicher, muss man sagen, ne? Es ist schon aufgeräumter. Jetzt haben wir hier aber viele Sachen zusammenbekommen. Wir haben das Kupfer hergestellt. Jetzt brauchen wir einen Gummihersteller. Gib Gummi, Schummi! So, und dann bauen wir den einmal hier oben hin. Bauen wir den hier oben hin. Renek, ich grüße dich. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Passt. So, einmal rüber. Dann wollen wir mit dem hier dann aber auch hinterher... Wir bauen den erstmal fertig. Wir müssen jetzt eh erstmal sparen. Wir bauen da jetzt noch kein Lager zwischen. Das würde keinen Sinn ergeben. Nutzen Sie sich die Reifen der Fahrzeuge ab? Äh, ja, aber das ist halt die Wartung allgemein. Also, die Wartung allgemein wird einfach für den Wert benutzt. Wir könnten dann hier noch weiter... Warte, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen halt dafür Konstruktionsteile. Das ist das, was wir für alles benötigen. Dann könnten wir hier rüber gehen und könnten uns dann da dran anschließen. Das würde auch noch gehen. Ah, ja. Ja, gut. Wir bleiben mal dabei. Wir bleiben mal dabei. Auch schön, wie die jetzt hier wirklich so eine richtige Strecke reingeschustert haben, ne? Seht ihr das? Das sieht doch toll aus. So eine Rallye-Dakar-Strecke, die wir jetzt hier haben. Muss mir eben noch mal was zu trinken einschütten. Komm raus, Tee. Du bist umzingelt. Komm raus, Tee. Dauert ein bisschen. Ist wohl... Der Tee ist wohl schüchtern. Haha. Ja, und sonst so? Muss, ne? Muss. Oder? Ja. Tee bleibt in der Kanne. Ich habe in letzter Zeit einen Versprecher, der mir absolut auf den Knusper geht, aber den ich nicht wegbekomme. Und zwar, wenn ich Kanne Tee sage, sage ich immer Tanne Kee. Und ich kriege diesen Versprecher nicht raus. Wenn ich das zu schnell sage, kommen meine Synapsen nicht hinterher. Kanne Tee. Tanne Kee. Das habe ich so oft, ne? Das ist unfassbar. Unfassbar. Puh. So. Hoppala. Eine Kee-Tanne. Sarufin, moin. Alter, dauert das Tee lassen halt manchmal. Oh. Kee-Tanne. Tanne Kee. Tanne Kee. Das ist so... Ach, Mist. So, okay. Bauen und verbinden sie Gummihersteller. Den haben wir... Den bauen wir ja gerade noch. Diese Konstruktionsteile, ne? Ich würde am liebsten noch eine Fertigung davon bauen. Montage manuell. Und meine Freundin sagt immer, kannst du mir mal das Salz reichen? Kannst du mir mal das Reich salzen? Was? Gott. Nee. Das ist aber auch ein Versprecher, ey. Da ist auch... Huch. Hoppala. Also. So. Wenn wir natürlich jetzt allen hier Priorität zuräumen, dann ist es auch infällig wieder. Ja, deswegen nehmen wir hier die Priorität nochmal weg. Warten, bis das da unten fertig ist. Warum sprichst du Kaffee falsch aus? Zeig einfach einen Pott Tee. Dann ist das Problem erledigt. Toll, jetzt kriege ich es auch nicht mehr los. Tanne Kee. Danke, Ranger. Das ist aber auch wirklich... Das kommt flüssig über die Lippen, ne? Die Tanne Kee. Das ist mal neues Influencing. Die Maschine ist aufgrund von mangelnder Erwartungen defekt. Ach, du Scheiße. Dann werden wir die mal schnell... Also diese Einigkeitsressource ist wirklich super. Die hilft genau solchen Nubis wie mir. Plätz, hör mal. Bist du aus Versehen mit dem Kopf auf die Tastatur gekommen? So. Okay. Mit Schneidermessern. Du hast, glaube ich, gerade was umgestellt gehabt. Kann das sein? Das würde mich jetzt mal interessieren. Kannst du das mit Tastendruck umschalten? Oder... Oder... Oder musst du das in den Einstellungen jedes Mal unten rechts machen? Die Haar-Moss-Melle von Johann Sebaldrian Bach. Sebaldrian. Ja. Alt und Shift. Ach so. Okay, interessant. Interessant. Ist die Tastendruck... Splits und Donner, du Gottes Willen. Aber wir haben unsere Wassertanks ja sowieso voll. Auch das... Ich möchte das auch nochmal positiv hervorheben. Ähm... Ich stelle jetzt mal die Frage für diejenigen, die zugesehen haben. Ihr müsst euch jetzt nicht erschrocken fühlen. Ist euch aufgefallen, was mit den... Mit den Speichern passiert, wenn die sich langsam füllen? Das passt gut zum Thema, das wir am Anfang hatten. Vielleicht weiß es jemand. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Marcel ist es anscheinend aufgefallen. Ich will euch gar nicht... Ich will euch gar nicht so auf die Folter spannen. Elf! Welches Thema hatten wir aber? Das sage ich nicht, weil dann ist es, glaube ich, zu einfach. Der Füllstand ist sichtbar. Ja? Woran? Da! Der beißt nicht. Hat's geschrieben. Und FunnyRedEye jetzt auch. Die werden größer. Die sind am Anfang im Boden versenkt. Und je mehr wir reinfüllen, desto höher wird das Silo. Also, wie so ein Ballon, den wir aufpusten, steigt das Gebäude an. Und wir haben ja am Anfang, für all die, die da noch nicht da gewesen sind, hatten wir das wichtige Thema, Lesbarkeit bei Aufbauspielen. Dass die meisten Spiele daran scheitern, wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, ja, ist ein schlechter Stil, Grafik gefällt mir nicht, unübersichtlich, bla bla bla. Ohne bla 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 abwertend zu meinen, sondern einfach viele verschiedene Faktoren. Eine Sache, die ich in meiner eigenen empirischen Studie häufig gesehen konnte, ist, wenn wir uns über diese Sachen im Aufbau beschweren, beschweren wir uns häufig darüber, dass die fehlende Lesbarkeit im Spiel ist. Und wir brauchen ein Spiel, bei dem wir quasi, also ein Aufbauspiel, bei dem wir so drüber gehen können. Und dann wissen, welche Gebäude, was davon gewesen sind. Und das meine ich wirklich so, mit der Geschwindigkeit. Dass wir direkt, wenn wir drüber gehen, erkennen, wo wird was, wo ist was. Und das ist in diesem Spiel sehr gut dargestellt. Beispielsweise diese blauen Sachen wissen wir direkt, alles klar, da ist Wasser. Hier unten sehen wir dann, okay, hier sind Silos oben, passt perfekt. Hier drüben ist was Orangenes, Silbernes, was Flüssiges, das heißt, hier wird irgendwas gegossen. Hier haben wir dann unsere Produktionsgebäude und auch die Siedlungen sehen wir zum Beispiel sehr gut daraus. Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, abseits von Aufbauspielen braucht jedes Strategiespiel Lesbarkeit. Egal, welches Strategiespiel, selbst ein Rundenstrategiespiel braucht Lesbarkeit. Beispiel Civilization. Uwe Mahlzeit, grüß dich. Bei Fathers Frontier sieht man das übrigens nicht für deinen nächsten Stream, dass das Silo hochgeht. Akkus bei Surviving Mars. Surviving Mars habe ich sträflich unterschätzt und kaum gespielt, muss ich sagen. So, der braucht 60. Ei, 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 ei. Kohle und Ziegel gehen auf jeden Fall runter. Das ist Hakuha K. Grüß dich, hi. Das nächste große Update, da wird das nochmal verbessert. Ich habe schon gehört, farbige Rohre und farbige Silos und ähnliches. Aber ich würde es jetzt schon bereits als positives Beispiel hervorheben. Also das, was die beiden Entwickler da schaffen, lesbarkeitstechnisch, auch das hier. Ich mag auch, dass hier oben angezeigt wird, einfach was da drin ist. Das ist super. Also das gefällt mir. Auch super zum Entspannen. Ja, ich habe es bei Release gespielt, da hat es mich nicht so mitgenommen. Vielleicht schauen wir irgendwann nochmal in Surviving Mars rein. Einfach, ne, passt einfach so gut zu uns. So. Dann wollen wir einmal kurz, ich will das hier einmal eben schnell fertig machen. Die 0,1 Einigkeit, die gönnen wir uns in dem Falle. Und, äh, dann wird das hier als nächstes noch gebaut. Ich will aber nochmal schauen, dass wir vielleicht sogar, also wenn wir jetzt schon nicht mit der Kohle hinterher kommen, obwohl wir vier Kohle haben. Einmal die Surviving-Reihe. Was zählt denn alles dazu zur Surviving-Reihe? Konstruktion 2 ist fertig. Und jetzt gehen wir endlich mal auf Förderbänder. Oh, Förderbänder. Geil. Noch mehr automatisieren. Kein verfügbarer Platz zum Abkippen der Produkte. Haben wir hier, warum hier ist er? Ach, hier ist keine Verkippung mehr. Dann gehen wir nochmal weiter hier rüber. So. Wir brauchen, eigentlich brauchen wir jetzt hier auch nichts mehr zum Abbauen. Wobei, wir brauchen immer noch die Erde. Bergwerk machen für Kohle. Bauen wir doch Kohle aus der Erde aus. Ja. Surviving, die Aftermath haben wir mal häufiger gespielt. Foxboard extra. Moin, grüß dich. Ist das hier nicht Kohle sogar? Ja, da ist Kohle. Das heißt, wir können dann einfach mal hier drüben... Ähm... Hier drüben... Gebäude für Fahrzeuge, Bergbaukontrolle. Setzen wir ihn einmal hier hin. Wir müssen tiefer graben. Los. Schürf tiefer. Und dann holen wir uns nochmal einen davon. Und zwei hiervon. Und dann sollten wir damit fertig werden. Ich hoffe, dass wir dafür alles haben. Fahrzeugteile. Ach, Scheibenkleister. Ähm... Gut, die Wartung ist bei 0%. Das heißt, wir müssen die jetzt mal kurz Leistung steigern hier. Der Balrog von Morgoth. So, und das muss auch noch gebaut werden da hinten. Zum Kapitänsbüro gehen. Äh, nee, zufälligerweise haben wir gerade da draufgeklickt. Aber hier sind 0. Also hier ist noch gar nichts angekommen. Weil wir das prioritätstechnisch recht weit nach hinten geschraubt haben. Äh, wir boosten das mal. Auch das hier finde ich schön, dass es dann darüber angezeigt wird. Also sehr viele positive Sachen. Hier wird halt der Großteil hingebracht zum Gummihersteller, ne? Stellenweise sehr verändert dadurch. Ja, glaube ich. Ähm... Wenn wir das hier alles flach machen. Und wir können ja auch noch Sachen ins Meer hinterher aufschütten, soweit ich das mitbekommen habe. Das heißt, wir können uns noch größer machen. Das Einzige, was mich ein bisschen abschreckt, ist, wenn wir die Ressourcen, wenn die endlich sind, haben wir dann keine Unendlichkeit, die wir drin spielen können. Fragezeichen. Das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen das, was ich überlege mit dabei. So. Haben wir das nämlich auch. Der hier wird ja noch produziert. Das heißt, den haben wir dann auch gleich fertig. Und den hier packen wir uns schon mal an Position 2. Das heißt, das hier ist Position 1. Höchste Priorität. Der wird als nächstes hier beliefert werden. Das ist Priorität 2. Das hier ist Priorität 3. Dann haben wir hier einmal Priorität 4. Brauchen wir das? Ja, wir nehmen da Priorität 4. Und dann nehmen wir den hier einmal für Priorität Nummer 5. So. Dass das als letztes gebaut wird. Endet sozusagen die Endlichkeit. Ja. Also das habe ich... Da bin ich... Da sind wir aber noch nicht so ganz durchgestiegen. Da sind wir noch nicht so ganz durchgestiegen. Also da kann noch viel sein. Hier ist nichts. Da haben wir nichts gefunden. Immerhin eine Ör... Örböl-Insel? Äh, jetzt haben wir auch hier Versprecher dabei. Wir schicken mal unser Schiff weiter zum Erkunden. Ist allerdings ein guter Punkt an der Stelle. Danke für den Hinweis nochmal. Für den nicht beabsichtigten Hinweis an der Stelle. Dankeschön. Aber wir werden dann jetzt hier nochmal die letzten hinbringen. Und dann haben wir synthetisches Gummi. Ihr seht wie lange... Wie lange dieses Tutorial geht. Klar, wir haben nochmal neu umgebaut. Und sonst was. Wir haben zwischendrin gelabert. Und Streaming ist natürlich langsamer. Aber wir haben insgesamt schon 4 Stunden Aufnahme jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und sind trotzdem noch an der Stelle, wo wir im Tutorial sind. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mich nicht komplett einarbeiten konnte in das Spiel. Weil es einfach komplexitätstechnisch echt viel umfasst. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir macht es echt viel Spaß im Stream. Muss ich auch dazu sagen. Äh, ist ein tolles Spiel bislang. Ist wirklich ein tolles Spiel bislang. So. Jetzt nehmen wir uns mal das hier. Weil wir nämlich noch kein Schwefel haben. Soweit ich es weiß zumindest. Per Schiff in eine Kolonie bringen. Ölbohrtürme und Minen. Können wir auch mehrere Schiffe bauen? Oder haben wir immer nur ein einziges Schiff? Ich glaube, wir haben immer nur ein Schiff. Weil hier ist ja keine Bauoption. Wobei wir hier Sachen austauschen können. Finden und reparieren. Ah, okay. Es gibt also doch mehrere Schiffe. Was ist das denn für ein riesengroßer Vogel draußen? Das muss ein Flughund gewesen sein. Und jetzt wissen alle, dass ich im Amazonas wohne. Nochmal Konstruktionsteile bitte herstellen. Wobei die hier schon wieder zu wenig haben. Von irgendwas. Es gibt noch Transporter. Boah, ich hab... Ich hab Bock. Ich freu mich. Ich hab Spaß da dran. Ich mag sowas. Ich mag ja auch Transport Fever 2. Da bin ich ein bisschen traurig manchmal, dass wir keine langen Reihen bei uns haben. Dass wir immer nur so... Dass wir immer nur anspielen zwischendrin. Weil da ist halt... Boah, da könnte ich in Transport Fever, könnte ich glaube ich 50 Stunden drin versenken. Nur im Stream. Aber das ist halt dann einfach too much. Das ist too matschig. In Südafrika oder auch in... In Afrika oder in Südindien. Man merkt es ja auch an. Das freut mich. Wo ist die? Und sinkt bei 1. Hm. Hm. So. Wir produzieren hier das Gummi dann bei denen. Die hier mit ihrem Förderturm. Die legen richtig los. Wir bauen dort schon mal 2 Stück, die wir zuweisen. Ein Pinscher oder ein Bernadiner. Oh. Oh. Können die ja auch Wasser speichern dann? Okay. Und dann lasst uns mal schauen, dass wir die Förderbänder bei den Farmen drüben hinbekommen. Wobei es scheint ja so, als wenn das mit den Farmen... Wir müssen die Siedlung erweitern. Wir sind bei 204 von 210 insgesamt. Also müssen wir die Unterkünfte nochmal hier hinsetzen. Okay. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir das... Hoppala. Wenn wir das erweitert haben. Entschuldigt. Gibt es eigentlich bessere LKWs? Ja, das hier sind die Standard-LKWs, die wir jetzt gerade haben. Die heißen, glaube ich, auch so. Kleinlaster. Da siehst du dann auch die Transportschiffe. Ich will mich noch nicht spoilern lassen. Ich will mich noch nicht spoilern lassen. Standort erkundet. Gummi, Kupfer, Fahrzeugteile. Ich will quasi nach und nach langsam nach vorne gehen. Jetzt gerade haben wir ja die Förderbänder erstmal. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist noch viel mehr Kohle. Das heißt, das hier wird auf jeden Fall richtig für uns dazukommen. Können wir auch mehrere dazu weisen? Oder geht es immer nur mit zwei hin? Wir können bestimmt noch ein zweites dazu weisen. Das heißt, ich hole mir noch mal eins und zwei Stück davon. Und dann werden wir noch einen zweiten Bagger mit hinzupacken. Der Boris Hu, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Ausfall von gestern 19 Uhr bis eben. Ach du meine Fresse. Ja, vor allem, dann kann man auch so wenig machen, ne? Dann kann man mal auf Steam gucken, dass man hoffentlich noch ein Spiel installiert hat, dass man gut im Singleplayer spielen kann. Und sonst, äh, also ich könnte nicht mal mehr Fernsehen gucken, wenn mein Internet ausfällt. Weil ich alles über, über das Internet habe mittlerweile. Der Bagger baggert aber gar nicht. Der Bagger baggert aber gar nicht? Wie, der Bagger baggert nicht? Was meinst du damit? Also Telekom ist auch nicht besser. Haben wir doch noch Kerzen und Bücher. Stimmt, ein Buch könnte ich noch lesen. Aber ganz ehrlich, ich will das selber festlegen, wann ich ein Buch lesen möchte. In letzter Zeit lese ich viel zu wenig. Ich habe so viele tolle Bücher geholt. Ich habe eine sehr schöne Version von, äh, von Dune gesehen, letztens in Talia. Und, äh, aber auch sehr teuer. Habe ich mir nicht geholt. Aber wirklich, äh, ich glaube 100 Euro. Also es ist schon, ähm, aber ich komme einfach nicht hinterher. Ich habe so tolle Bücher noch. Ne. Wie bestellt und nicht abgeholt. Ich hoffe, wir haben ihn abgeholt. Ich hoffe, wir haben ihn abgeholt. Wir können jetzt die Leistungssteigerung mal wieder entfernen. Damit wir dann hier, wir haben die nämlich wieder auf 100% bekommen, wartungstechnisch. Also das hier finde ich auch eine sehr schöne Sache. Das ist nur eine Mechanik, die Einigkeit. Aber ich finde die so toll und so ergänzend in dem Spiel. Das ist herrlich. Die haben sogar einen Offline-Bodus. Das ist in letzter Zeit viel zu selten. Ja, das, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Irgendwie halten mich diese Ranger-Streams immer davon ab. Entschuldige natürlich, Amari, entschuldige. Einfach überragend. Habe ich nämlich auch gehört. Traveler, danke schön für deinen Follow. Wieso heißt das eigentlich Fernseher, wenn ich direkt vor dem Fernseher sitze? Weil du ja weit weg gehen sollst, weil du sonst schlechte Augen bekommst. So wie es damals hieß. Man merkt auch, man muss das Spiel ein bisschen leben lassen. Man muss das ein bisschen genießen lassen. Man muss das ein bisschen fahren lassen. Also man muss denen auch die Zeit einräumen, die sie benötigen. Für das, was sie hier tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Zeit beschleunigen, dann müssen wir die auch einfach mal, äh... Oder wir müssen auch einfach mal die alle hin und her fahren lassen. Und beobachten, wie sich das hier zusammenschustert. Wie das alles zusammenpasst. Ist auch eine interessante Erkenntnis, ne? Ist auch eine interessante Sache mit dabei. So, und dann können wir hier hoffentlich... Nee, da fehlen noch Fahrzeugteile. Bei irgendwas gibt es immer Probleme. Und das hat mit Fahrzeugteilen zu tun. Und das hat irgendwas mit der Produktion zu tun. Eisenplatten haben wir genug. Das heißt, das kann es nicht sein. Eisenplatten haben wir genug. Fahrzeugteile, Elektronik. Ja, jetzt wissen wir, woher das kommt. Wir haben keine Elektronik mehr, die hergestellt wird. Elektronik braucht aber Konstruktionsteile. Das heißt, Konstruktionsteile sind das Problem. Wir haben genug Holz. Wir haben genug Ziegelsteine. Genug... ...Eisen. Ziegelsteine sind eher das Problem. Wir brauchen eine zweite Ziegel... ...Stein. Ziegelstein! War doch die Kinderserie mit dem Raben. Ja, ich weiß je, Siebenstein. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, das ist jetzt eher weniger für Twitch, als viel mehr für YouTube, für die Aufnahme hinterher. Ähm, möchte ich einmal daran appellieren, ihr dürft nicht alles ernst nehmen, was der Ranger hier sagt. Manchmal ist auch ein bisschen Humor mit dabei. Äh, beim letzten Anno-Video, bei Anno1602 war es nämlich so, ähm, dass ich ein Klass... ein klassisches... ein klassisches Stück Musikkunst, dass ich gesagt habe, ja, das ist doch definitiv, ähm, House of the Rising Sun. Was es natürlich nicht ist. Aber danke für eure Hinweise. Ich will nur aufpassen, dass nicht die Leute denken, ich wäre komplett blöd. Ich bin nur ein bisschen blöd. So, äh, wir gehen mal auf... Hier, da ist es. Da, die Ziegelei. Die holen wir uns jetzt auch nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Packen wir uns da hin. Der Norika, danke schön für dein Follow. Danke schön für dein Follow. Aber dieser Spuren kann, äh, dieser Stream kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Tatsächlich. Ranger wird von einem bösen Staat finanziert, um uns zu verdummen. Erstmal den Aluhut gerade setzen. Das kenne ich gar nicht. Nieder mit dem Stream. Humor. Sigi. Super, danke für das Fahren lassen. Meine Tochter sitzt jetzt hier, lacht sich schenklich und macht Furzgeräusche. Man kann von Carolin Kebekus als Komikerin halten, was man möchte, aber die kann grandios Furzgeräusche nachmachen. Das muss man ja mal ehrlich sagen. Also, wenn man Talente im Leben braucht, sie kann, also das kann sie auf jeden Fall. Ähm, wir müssen noch einen Dieselgenerator bauen. Albert Einhorn, mach's gut. Ciao, schön, dass du da warst. Hier können wir direkt einmal so anbinden. Machen wir das auch. Radis, dankeschön für deinen Sub im 19. Monat. Und Nina kommt vorbei. Liebe Leute, mal bitte die, äh, lieben Leute von Nina grüßen. Einen wunderschönen guten Tag an euch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Hallo. Huhu. Grüß dich. Was habt ihr Schönes gespielt? Was gab's Tolles bei euch? Liebe Moderatoren, mal bitte einen Shoutout an die liebe Nina in den Chat reinhauen. Welche Handwerker essen am meisten? Maurer, die verputzen ganze Häuser. Was passiert hier? Wo kommt denn der Flachwitz schon wieder her? Alle ein bisschen schüchtern. Ja, ist ja gar kein Problem. Einen wunderschönen guten Tag an euch. Hallo. Willkommen bei mir. Ich bin Ranger. Ich mach Strategiespiele. Fast immer. Jetzt seht ihr Captain of Industry. Wir spielen gerade so ein Spiel. Das ist wie Factorio. Habt ihr mal Factorio gespielt? Factorio auf jeden Fall aber vielmehr für Strategiespielerinnen und Spieler. Bei denen wir mit LKWs unsere Ressourcen hin und her fahren und versuchen, uns für ein besseres Morgen einzusetzen. Wobei wir dabei sehr viel, äh ja, auch der Umweltschaden muss man dazu sagen. Aber da müssen wir aufpassen und können Filteranlagen und ähnliches bauen. Einfach super. Dyson Sphere Program. Das passt ja perfekt. Das passt ja perfekt. Das hier ist quasi Dyson Sphere Program. Nur noch ein bisschen mehr als Strategiespiel. Das ist ja super. Das passt ja richtig gut. Das hier ist quasi Dyson Sphere Program. Ja. Nur als Strategiespiel. Wie super. Gibt es Gegner? Ja, die sieht man aber nicht auf der Karte. Wir haben hier Schiffe. Das müssen wir hinterher zu einem Kriegsschiff ausbauen und dann müssen wir gegen Piraten kämpfen auf der Karte. Fritas, moin. Grüß dich, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Lehnt euch zurück. Entspannt ein bisschen. Genießt den Regen, der im Hintergrund prasselt. Die Blitze, die im Hintergrund peitschen und einschlagen. Der Regen hat tatsächlich auch eine Spielmechanik. Der befeuchtet uns den Boden für unsere Kartoffeln zum Beispiel. Oder der holt uns auch mit dem Regensammler Regen ran. Wasser ran. Ah, garstige Seeratten. Irgendwie habe ich die Gollum-Stimme im Kopf gehabt. Aber ich glaube, das sollten Piraten sein, ne? Garstige Seeratten. So, wir schicken mal unser Schiff wieder los. Hier oben haben wir zum Beispiel Piraten. Dafür müssen wir aber eine Schlacht durchführen. Und dafür brauchen wir eine Kampfwertung von 70. Die haben wir noch nicht. Tiger, danke für dein Follow. Sehr lieb von dir. Nicht so hupen. Ja, wir haben hier auch ein bisschen Ruhezeiten. Die sind bitte einzuhalten. Mit Gegnern. Neuster Patch. Ach, waren vorher keine Gegner drin? Wir haben einmal Dyson Sphere Program gespielt. Das weiß ich noch. Einmal hatten wir Dyson Sphere im Programm. Montage elektrisch. Oh, okay. Elektrifizierte Montagestrecke, welche schneller ist und fortschrittliche Produkte herstellen kann. Mhm. Alles klar. I understand that one. Noch ein Schlückchen Tee. So, und, 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 und. Ah, jetzt können wir die Tankstellen erforschen. Super. Hier unten haben wir sie direkt. Zur Warteschlange. Hat er schon bemerkt, dass sein Strom nicht mehr reicht? Äh, ja. Hier. Wir bauen schon einen zweiten Dieselgenerator gerade eben. Dafür brauchen wir aber nochmal ein bisschen Elektronik mit dazu. Und ich weiß gerade gebäudetechnisch schon nicht, wo wir sind. Ich glaube, wir sind gerade bei dem hier unten angekommen, der die Priorität 9 immer noch hat. Und, ähm, wir werden den hier mal auf Priorität 1 setzen. So, dass das hier als erstes fertig wird. Wobei wir hier einmal schnell Liefern auswählen werden, damit die Rohrleitung wenigstens schnell fertig ist. 1. Dann werden wir hier unten einmal auf die Priorität 2 gehen. Zack. Und der hier wird dann die Priorität 3 von uns bekommen. So. Und das hier mit der Siedlung, die wird die Priorität 4 kriegen von uns. Damit wir das nach und nach hier alles angehen können. Pausieren Sie die Köhlerei, um Holz zu sparen. Äh. Super, Dankeschön. Dafür haben wir 60 Zement bekommen. Das ist aber nett. So. Dann können wir noch einen zweiten hier zupacken und dann nochmal zwei davon. Das heißt, die fangen jetzt an, Kohle herzustellen. Und das, dann hoffe ich, dass wir jetzt mehr als genug Kohle darüber bekommen. Ne, momentan tragen wir nur Erde ab. Das lohnt sich ja richtig. Wettblein, moin, ich grüße dich. Hallo. Das lohnt sich ja momentan richtig für uns. Aber immerhin haben wir hier schon mal Kartoffeln mit bei. Können wir dann die Förderbänder haben? Können wir von hier drüben aus ein Förderband? Ich finde es ja auch interessant. Alles ist voll mit Industrie, aber die Kartoffelfarm, die sieht so aus wie eine richtige Farmscheune. Also da wird sich auch Zeit gelassen bei. Lass uns mal die Gesundheit angucken. Luftverschmutzung nimmt zu. Luftverschmutzung ist übrigens global auf der Insel, nicht nur in einem Gebiet. Zum Zeichnen zu bekommen. Äh, Oil of Olas. Ne, Oil of Olaf. Olafs. Oil of Olafs. Den Charakter. Das würde auch sogar passen. Magst du auch eulen sogar. Sehr gerne. Der Rockhauts. Mülldeponie ist nicht. Wasserverschmutzung ist noch ein bisschen mit dabei. Und Forschungslabor zieht Einigkeit. Müssen mal schauen, dass wir vielleicht noch mal ein paar mehr Kombinationsmöglichkeiten bekommen. Außerhalb von Kartoffeln. Wir wollen natürlich auch noch ein paar andere Sachen mit dabei essen. Rüben. Hören. Ich weiß nicht, was es da alles gibt. Dass du beim Büro nicht die Bau-Prio geändert hast, sondern die allgemeine Prio. Allgemeine Priorität für Arbeitszuweisung, Stromwartung und Einigkeitsverbrauch. Je niedriger die Zahl, desto höher die Priorität. Du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Prio 1. Haben wir jetzt hier drin. Prio 2. Prio 2. Hier bei der Baupriorität. Prio 2. Prio 3. Unser Schiff ist im Kampf. Prio 3. Und dann wird das hier Prio 4. Haben wir. Schiff im Kampf. Hau ab da! Ist er. Fährt wieder zurück. Also wir haben jetzt auf jeden Fall einige Piraten kennengelernt, die bei uns in der Nähe sind. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so schön. Erforschen Sie Förderbänder, ist das Nächste. Kartoffeln kann man schon einige Tage essen. Gibt ja in verschiedenen Varianten, aber irgendwann ist auch mal Schicht im Schacht. Können jetzt Pommes noch draus machen. Wobei, wie frittieren wir die am besten, wenn wir nicht mal Pflanzenöl haben, das wir nutzen können dafür. Das ist so ein bisschen das Problem des Ganzen. Wir haben nichts, womit wir das verarbeiten können im Nachgang. Hmm... 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 Wir müssen warten. Juli Thule, Dankeschön. Für deinen Follow. Bata im Mund. Aber nicht so verwechselnd mit Bata Ilic. So, hatte gestern Pellkartoffeln mit eingelegten Heringen. Schwiegermutter können auch nicht sein. Klar, ich mag meine sehr gerne. Das muss ich jetzt sagen, weil die ist nämlich gerade im Nebenraum. Pass gerade auf das Kind auf, da muss ich jetzt gleich rüber. Okay. Habe ich tatsächlich, verstehe mich sehr gut mit denen. Sehr, sehr gut. Ist mir persönlich auch wichtig gewesen. Okay. Dann geht es hier richtig rund. Lager es doch einfach erstmal. Ja, aber wir müssen dann dafür ein Lager bauen. Und das ist ja das große Problem. Wir können nicht richtig lagern. Weil wir nämlich gerade zu wenig Ressourcen von allem haben. Das ist das größte Problem. Wir haben zu wenig Ressourcen von allem. Was uns ein bisschen blockiert. So, einmal da dran bauen. Äh, im Tresen. Im Tresen. Google mal. Oder such mal oben rechts im Discord nach Eulov. E-U-L-O-V war es glaube ich. Habe ich es glaube ich geschrieben. Der Ranger ist ja auch in Sonnenschein. Ja hör mal. Zugucker mich auf der Gamescom gesehen hat. Es kann sein, dass er sich direkt in mich verliebt hat. Das hat nichts damit zu tun. Aber ich will es trotzdem mal angemerkt haben. Ähm. Wir lassen es dabei, dass er hier entlang geht. Wobei wir könnten den einmal hier rüber setzen. Ach, wir haben sowieso keine Konstruktions. Wobei doch, jetzt haben wir Konstruktionsteile. Jetzt würde es gehen. Aber wir könnten den dann immerhin bisschen ordentlicher dahin packen. Ähm. E. Ranger konzentriert sich. Hoh da. Hoh da. Hoh da. So. Dann werden wir den hier einmal abreißen. Es muss ja auch schön aussehen, ja. Wir können ja jetzt ja auch nicht einfach so, ne. Wie Sodom und Gomorra hier Sachen machen. Fließrichtung ist falsch. Ist das nicht egal? Ne. Also wenn das, wenn das diese, diese Pfeile da drauf bezeichnet, dann ist es nicht falsch. Aber ich wusste nicht, dass die Fließrichtung wichtig ist hier. hier drin. So. Das mit dem Generator dauert aber lange. Weil wir keine, äh, Elektronik jetzt gerade haben. Wir haben keine vernünftigen, keine vernünftigen, äh, Produktionsketten gerade. Was macht der denn hier? Moment, das will ich gar nicht. Das hier wollte ich. Oh Gott, wir haben diese falschen Sachen hergestellt. Wir haben, ja gut, dafür können wir die Ölplattform gleich reparieren. Rabinator, moin. Ja, mega geiles Spiel. Macht wirklich sehr viel Spaß. 120. Ja gut, so viel haben wir leider noch nicht. Wir können aber mal hier drüben erkunden gehen. Mit unserem Schiffchen. Machen wir uns mal auf den Weg. Los geht's. Tschüss Schiff. Tschüss. Alle mal winken fürs Schiff. Mach's gut. Ach, der hupt sogar noch. Ja Uli, mach's gut, ne? Mach's gut. Mach's gut. So, Förderbänder haben wir erforscht. Tankstelle ist das nächste, was erforscht wird. Dann haben wir hier einmal, es ist vorteilhaft Förderbänder und Rohre zu nutzen, um Güter von Produktionsgebäuden zu Lager zu transportieren und Lastwagen für einen Ausgleich zwischen den Lagern sorgen zu lassen. Dies hilft, die Ausnutzung von Lastwagen hochzuhalten, da sie so immer voll beladen fahren können. Es gibt den Maschinen auch einen Eingangs- und Ausgangspuffer für einen unterbrochenen Betrieb. Zum Beispiel kann es den Hochofen ein Vorteil sein, Lager für Eisenerz und Kohle zu besitzen, die mit Förderbändern angeschlossen werden. So, dann wollen wir mal gucken. U-förmiges Förderband. So. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir den hier rüberbringen. Dann können wir den direkt höher machen. Kommen die da durch? Sollten sie, ne? Das heißt, dann können wir hier wieder runter gehen. So. Okay. Haben wir. Ähm. Dann ist das hier wenigstens automatisiert. Das müssen wir jetzt aber nicht priorisieren. So wichtig ist das nicht. Furistan. Hi. Grüße. Schnell liefern. Dann haben wir nämlich auch mal die Rohr-Pipeline jetzt fertiggestellt damit. Das Bullum, grüß dich. Hallo. Es... Ähm. Ähm. Produzieren lassen wollen. Da ist das hier quasi das absolut Richtige in dem Fall. Wir brauchen noch die 20 Elektronik. Sonst haben wir alle Gebäude gebaut, ne? Alle Gebäude. Wir brauchen noch mal oder müssen noch mal kurz hier rüber gucken. Können wir uns noch Details dazu ansehen? Nein. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Kohle draufklicken. Ah. Oh. Oh. Bergbau. Vollständige Produktion. Sehr gut, dass Bergbau und vollständige Produktion beide grün sind. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich hoffe, von euch hat niemand eine Rot-Grün-Speche. Haha. Gut, da muss noch mal ein bisschen... Da brauchen wir noch ein bisschen Zugänglichkeit. Also sobald jemand von euch eine Rot-Grün-Speche hat, äh, dann wird der hier drin nichts mehr lesen können. Ähm. Äh, das ist natürlich... Das ist natürlich doof dann. Das ist natürlich doof. Aber wir verbrauchen nicht so viel, wie wir produzieren. Wir produzieren 38, verbrauchen 16. Wir nehmen mal Bergbau komplett raus. So. Zum Glück nicht komplett. Jetzt haben wir weniger produziert. Das ist aber auch wirklich eine wilde Sache hier manchmal. Naja. Gut. Wir sammeln uns mal die besonderen Förderbänder hier ein. Liebe Tankstelle, erforschen wir. Bauen Sie ein Schüttgutlager und verbinden Sie es durch ein U-förmiges Förderband mit den existierenden Hochofen, um Schlacke auszugeben. Mhm. Mhm. Schlacke auszugeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, Schüttgutlager, wollen wir uns dann hier drüben hinbauen. Schüttgutlager. Äh. Äh. Welches Zeichen ist denn für Schlacke? Das heißt für Schlacke. So. Und dann wollen wir mal sagen, wir bauen uns das hier hin. Hier hin. So. Hier hin. Dann nehmen wir mal die Förderbänder wieder. Einmal mit dazu. U-förmiges Förderband. Oder normales Flaches. Ne, U-förmig. Das heißt, dann gehen wir hier rüber. Einmal hier hin. Einmal höher, bitte. Äh. Wie verbinden wir das am besten? Kann ich das hier lang ziehen? So könnte ich das verbinden. Machen wir kurz Pause, bevor ich jetzt hier was Falsches baue. Das ist ja cool. Das ist halt dieses dreidimensionale Bauen dann mit hierbei, ne? Kann ich das jetzt auch einzeln nochmal wegnehmen? Bitte. Ja, kann ich. Für mich. Die inkompatibler Anschluss. Hä? Falsche Richtung. Ah. Ja. Ich habe den falsch herum gebaut. Oh, nö. Ich habe das Schuttlager falsch herum gebaut. Ah, okay. Ja, gut. Ist eure Schuld, ne? Nicht meine. Das ist ja wohl klar. Also, ihr hättet mir das jetzt hier direkt sagen können. Das ist so... Boah. Huh. Das ihr euch nicht was schämt hier. Das ihr euch nicht was schämt hier. Muss man ja wirklich schon fast sagen. So, okay. Dann wollen wir nochmal hier hin zurückgehen. U-förmig. Dann gehen wir zurück. So. Zack. Dann können wir uns jetzt hier um die Schlacke kümmern. Das hier finde ich sehr cool, wie sich das einmal im Kreis windet und dann nach hier oben geht. Direkt sagen, also mehr Backseat Gaming. Backseat Gaming ist hier nicht. Ja, Tipps gehen ja schon. Aber Backseat Gaming ist halt... Ich bin ja auch nicht der Backseat Ranger, ne? Backseat Ranger all night. Oh Gott. Mich hat eine Fliege angegriffen. Es hat Spaß gemacht, die so verzweifelt zu sehen. Aha. Das sind mir wieder die Richtigen. Das sind mir wieder die Richtigen. So, und jetzt haben wir hier direkt die Schlacke Produktion, die sich hier nach oben windet. Langsam. Machen wir nochmal hier die 0,1. Die können wir dafür investieren. Die haben wir gerade nochmal parat. So. Und dann fängt das auch hier an loszulegen. Und nur hier drüben ist noch nichts. Warnfried, einen wunderschönen guten Tag natürlich auch an dich. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Blühchen. Und dann wird's hier rübergebracht. Jetzt ist eine wichtige Frage, liebe Leute. Eine wichtige Frage, die wir heute klären müssen noch. Eine wichtige Frage, die wir heute noch klären müssen. Heiligaxe. Mach's gut. Tschüss. Und produzieren wir Schlacke. Weil das Abfallprodukte da sind von unserem Eisenerz. Was machen wir? Oh, Warnfried. Einen wunderschönen, ne? Einen herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zum Geburtstag. Mal bitte alle den lieben Warnfried zum Geburtstag gratulieren. Happy Birthday to you. Alles Gute. Gut, dass meine Kinder jetzt Mittag schlafen haben. Irgendwie kommt mir die Musik, die Ranger macht, nicht mehr jugendfrei vor. Die Musik, die ich mache? Die Musik, die ich mache? Das hat auch ein paar Elemente von Workers and Resources. Also, dass man richtig mit Baggern Terraformen machen kann und so weiter. Oh ja, stimmt. Auch das habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt haben wir aber noch eine wichtige Sache zu klären. Und zwar morgiger Stream. Der morgige Stream. Um 9 Uhr. Jetzt ist es wichtig. Sollen wir morgen Captain of Industry weiterspielen? Oder wollt ihr das Training für Civilization, fürs Event am Donnerstag sehen? Das ist jetzt eine wichtige Sache. Sonst müssen wir das Training für Civilization am Dienstag machen wahrscheinlich. Am Demolations-Dienstag. Was wollt ihr da sehen? Schwer, ne? Beides mit dem 24-Stunden-Stream. Ich bin bei Rastalot wieder dabei, ja. Ich glaube, das Training würde dir gut tun. Ich sehe den Großteil Civilization hier reinschreiben. Ich würde es natürlich... Also, Captain of Industry macht mir auch viel Spaß. Mach mir... Also, die Sache ist halt, jetzt habe ich dieses Spiel hier entdeckt. Gerade in dem Moment, wo wir eigentlich Training mit reinpacken müssen. Auf Gottheit. Findet doch bestimmt als Innovation in Echtzeit statt. Wie in Echtzeit? Ja. Es hilft keine Förderbänder. Ich mag Förderbänder gerne. Ich weiß nicht, was ihr gegen meine Förderbänder ihr habt. Meine Förderbänder sind grandios. Okay. Das heißt, ich mache mir nochmal Gedanken. Ich mache mir nochmal Gedanken. Sonst... Also, wir müssen auf jeden Fall... Captain of Industry will ich eigentlich nochmal weiterspielen. Aber Montag hatte ich mir Farthest Frontier recht rein... Also... Oh... Warte mal. Wenn wir morgen Civilization... Ich denke mal kurz im Kopf den Programm planen. Wenn wir morgen Civilization spielen sollten, wäre am Montag Farthest Frontier, weil ich mir das schon vorgenommen habe. Dann wäre am Dienstag... Der Demulationsdienstag hätten wir aber nichts. Das heißt, rein theoretisch könnten wir auch am Dienstag... Am Dienstag üben. Trainiere lieber. Ich komme aus einer Ecke, wo gerade jemand... Ja. Sag ihm mal, dass Entertainment im Vordergrund steht. Das hast du jetzt nicht von mir gehört. Ja. Ich meine das nur. Wollte es nur einmal eingemerkt haben. Ja. Wird in die Geschichte eingehen. Als erstes Event von Fog of War. Das heißt, also wenn wir morgen Civilization üben... Dann müsst ihr aber auch da sein. Nicht so wie sonst, wenn Civilization so ausgelutscht ist, dass da mittlerweile keiner mehr da ist. Dann müsst ihr aber auch da sein. Dann müsst ihr aber auch da sein. Dann würden wir morgen Civilization machen. Montag, Father's Frontier. Dienstag... Könnten wir dann das Old World DLC spielen. Weil einmal Training, Civilization reicht. Dann hätten wir Donnerstag das Event. Und Samstag, Sonntag würden wir Timberborn spielen. Ein Open XCOM-Turnier und Streams noch besser wären. Ein Open XCOM? Was ist ein Open XCOM? Das kenne ich gar nicht. Captain of Industry als YouTube-Special. Das würde gehen. Das würde gehen, dass man nochmal ein Video macht, nur für YouTube. Das wäre möglich. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie das YouTube-Video morgen läuft. No? Für Captain of Industry. Also auf euch, liebe Leute, auf YouTube. Open Source Port für XCOM. Schickt mal bitte einen Link auf Discord. Packt den mal bitte in Discord rein. Das klingt super Terror-Codes. Bei mir? Hallo, was soll das denn heißen bei mir? Ich bin grandios da drin in dem Spiel. So. Die Pferde-Kopf-Pumpen. Da sind sie. Wild am Rum-Hantieren. Wild am Rum-Hantieren. Na gut, das hört sich nach einem Plan an für die Woche. Müssen wir nochmal im Detail schauen. Aber das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan schon mal für die Woche. hoff' ich zumindest. Klingt doch noch einen spaßigen Plan. So, nicht genug Wartung. Wartung geht schon wieder runter, ne? Ah. Warum kannst du dann morgen auch noch etwas das Event bewerben? Was wäre Plan B? Morgen nochmal Captain of Industry. Dann Montag-Phase Frontier und Dienstag Civilization 6 üben. Das wären die beiden, das wären die beiden Pläne, die wir hätten. Also, wir haben gut aufgebaut alles. Aber uns fehlen noch, uns fehlen noch viele Sachen. Ich meine, wir sind jetzt gerade aber bei der Tankstelle. Mit diesen vielen Sachen, die noch dahinter kommen. Ich mach' ne Umfrage auf YouTube. Äh, auf Discord. Ich mach' ne Umfrage auf Discord und ihr könnt, äh, und ihr könnt auf Discord abstimmen. Ja? Okay. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geklärt. Gibt's später ne Umfrage auf Discord. Nochmal zusätzlich. So. Ähm. Das hier zählt einfach noch nicht als fertig. Wir können aber hier schon mal sagen, die wir wollen dem Schlacke zuweisen. Der soll sich dann komplett voll damit laufen lassen. Schalt voll laufen lassen. Und dann sind wir hoffentlich damit auch besser aufgestellt. Verbessern vom Schlacke-Export. Der Tankstelle mache ich mir auch nochmal Gedanken. Vielleicht packen wir da einfach hier hinten eine Tankstelle hin. Aber jetzt haben wir eine richtig schöne Straße, die hier einmal komplett durchführt. Das sieht auch gut aus. Ah. Bis nach hinten durch. Schön die Ordnung gewahrt. Alles genauso, wie es sein soll. Aber die Bäume werden trotzdem ein bisschen weniger. Wobei, dieses Waldstück haben wir jetzt in vier Stunden abgeholzt. Oder diese Hälfte haben wir in vier Stunden abgeholzt. Das heißt, wenn wir das jetzt hochrechnen. Ja gut. Wenn wir mehr Baumvernichter natürlich dabei haben. Vollernter. Dann dauert das natürlich nochmal ein bisschen länger. Das ist auch klar. Erforschen Sie Wasserversorgung für Siedlung. Wasserversorgung für Siedlung müssen wir auch noch erforschen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen. Wasserversorgung für Siedlung. Wählen wir mal aus. Und da brauchen wir eine Grundwasserpumpe. Das ist die Grundwasserpumpe, die ihr am Anfang meintet. Glaube ich. Das ist die Grundwasserpumpe, die ihr am Anfang meintet. So. Dann haben wir das hier alles gemacht. Hoppala. Nee. Dann wähle ich nochmal ab. Und wir haben auch genug. Das ist das Schöne. Wir haben genug Teile mittlerweile. Oder zumindest einigermaßen passabel Teile. Dass man adaptiv reagieren kann auf das Ganze. Die Wartung kommt nicht hinterher. Weil denen glaube ich einfach Sachen fehlen. Und die Kartoffeln konnten jetzt gerade schon wieder nicht mehr gelagert werden. Jetzt haben wir hier drüben unsere verschiedenen Dinge noch. Kraftstoffsparen oder Wartungsreduzierung. Das mit dem Kraftstoffsparen können wir jetzt mal wegnehmen. Dann hoffe ich, dass wir wieder bei 1% rauskommen. Weil jetzt machen wir nämlich gerade minus 0,01. Das heißt, wir sollten dann 0,99% wieder positiv machen. Wie auch der ganze Berg mittlerweile aufgeschüttet ist. Schön. Wir haben die dicksten Kartoffeln, ja. Da sind die Kartoffeln. Die staunen sich an. Und hier könnte man durchfahren. Gut. Schaut doch, schaut doch positiv aus. Schaut doch noch was aus.